So, Ruhe jetzt, ihr könnt schlafen gehen. Was geht ab? Let's go, tschau, macht's gut. Toto? Ja? Was macht dein Fuß? Warum? Was ist denn mit dir passiert? Was ist da los da? Ombre. Hast du deine Haare geschnitten? Ja, und mein Bart. Ah, okay. Si, si, si. Richtig falsch. Sicher? Muchas gracias. Bist du Spanier? Si, hombre, si. Okay. Manolo, Manolo. Was heißt Manolo? Manolo, kleinen Pieps oder so, keine Ahnung, aber Kumpel, aber Kumpel. Hast du Knarre? Ob ich denn Knarre habe? Ja. Wer ist der denn? Wonach sieht das denn hier aus, Mann? Sieht das aus wie eine Knarre? Ja. Okay. Okay. Brauchst du noch eine Maske? Ich habe meine weggeworfen. Ja, gut. Hier, nimm. Aber ich habe eine Knarre. Ja, ich habe dir doch jetzt eine Maske gegeben. Nein, Knarre. Ich habe eine. Ich habe dir doch eine Maske jetzt gegeben. Warum Maske? Ich habe Knarre gesagt. Du hast doch eine Knarre. Soll ich eine Maske aufzählen? Nein. Ich habe dich gerade gefragt, ob du noch eine Maske hast. Dann sagst du Nein, habe ich weggeworfen. Okay, dann habe ich dir jetzt eine gegeben. Ach so. Oh, hombre. Mach mir heute nicht loco loco hier. Ja. Was sollen denn alle angeln? Ich weiß nicht. Warum? Die sind im Krankenhaus und so. Warum? Weiß nicht. Einfach so. Einmal abchecken. Wegen gestern? Nein. Prostestern zu suchen. Auch. Was macht Jamal da? Oder wer ist das? Jamal, Jamal, Jamal. Er bewacht anderen Eingang. Beschützen wir die Autos? Ja, hier darf keiner rein. Tokisch. Was machen wir, wenn da jemand herkommt? Wird nicht geredet, ne? Grüße. Nein. Ich bin nicht mehr geredet, Junge. Das Thema ist doch wohl jetzt mittlerweile schon vom Tisch. Ich habe gestern einfach ein zu gutes Herz gehabt. Ich habe gedacht, komm. Guck mal da, Baby. Wir reden jetzt einmal. Komm mit am Tisch. Und dann sowas. Aber jetzt ist es vorbei. Okay. Warst du beim Friseur? Nee. Ich war einkaufen. Der hat sich neues Gel besorgt. Gut, 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 gut. Gibt das aus, wenn ich beim Friseur war? Guck mal, wie schief die Haare sind, Mann. Ja. War halt Nila geschnitten? Ach du Scheiße. Hat Palatazio oder was? Nee, ich habe das nicht gemacht. Jamal war wohl beim Friseur. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wann war unser Termin heute? Äh, ich weiß nicht. Oh, das ist gut. ist der heute ja heute hatte ich einen termin hast du jetzt gerade zeit ich bin noch nicht vorbereitet aber warum jack jack ist kein doktor klar dort letztens hatte das voll gut gemacht mit mein über ich und mein mein über ich und mein es und ja weißt du wenn du dem deine sonne zählt ist ein kristall ich heiße dich mal nur das hat die jazz mir beigebracht wie ich nähen muss und so ja ich habe gestern jack genäht hat sowas doch ehrlich ich schwöre aber wir können nicht mehr ernste nehmen nein das nicht mann der kärle der hat so ein loch in der socken ne kannst du das auch nehmen da kommt immer sein großer zeh durch darauf stehst du ja ich kann raus müssen wir jetzt ja den den tür verteidigen sollen wir auf die dächer gehen oder rennen wir einfach nach hause in die haustür rein und verstecken und was geht es ja wer waren die zwei typen von gerade die wollten was brauchen kaufen ja hat jamadi nicht beliefert doch und er war gestern so ein schlüpsträger über drogenkopf ne habe ich das schon gesagt weiß nicht mehr wie der hieß marvel bei denen hat salty angeschleppt der war bestimmt von dem feinden kann man ja ich fand noch mal dahin kommt was sagt der ombre da musst du verwahrstelle die die sie das ja mucho gusto ja wir waren heute morgen mal bei der verwahrstelle haben paus ausgeholt da musste ich meinen tor ausorten lassen ich glaube die kann die sollen oder der kärle kette ist doch wieder zurückgegeben also hm Dey Dey, danke schön für den Re-Sub im dritten. Spielst du wilde Tierangel? Ja. Aber du singst nicht. Ich spiel die Tierangel. Oh, oh. Ich spiel die Tierangel. Ja, ja, ja. Lass die Affenlosen zu. Lass die Affen. Ach, ich spiel die Affenlosen zu. Hahahaha. 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 Was sind denn da lang da? Tierangel. Unterwegs. Ähm. Hm. Weißt du, was ich überlegt habe? Erzähl mich. Weil du ja gestern bei dem, dass, äh, quasi unsere Visiten gerade abgegeben hast, ne? Ja. Ob wir dauernd raus, weil das spricht sich ja jetzt eh rum, ob wir daraus noch Profit machen und diesen Typen, den wir von der Street Crime Unit kennen, ob wir dem das nicht quasi als, ähm, Geschenk geben, dass wir, genau, dass wir vielleicht wieder ein, zwei Funkgeräte dafür zurückbekommen. Ja, mach doch. Gut. Nein, mach nicht. Wie? Weil da, ja, wegen der ersten Geiselnamen, da waren wir mit Affenmasken. Ja, aber das fällt doch, also, äh, Dings, Affenmasken heißt ja nicht direkt, ne? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben das gefeiert, wie die Leute mit den Affenmasken umgegangen sind. Gut, dann machen wir das. Viel Spaß dabei, machen sie das. Ich muss dann kurz mal gucken, wo ich die Nummer habe. Wer hat da geparkt, wer ist das? Boah, wie hieß dein Lackmann, ne? Lackmann number one. Aber ich hab, Ding, irgendwie hab ich schon mal nicht gespeichert, ich voll Idiot. Ich spiel den Tommel, ah. Boah, 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 ich spiel den Tommel hier, ah. Am liebsten möchte ich jetzt die Augen zu machen und einfach zuhören und genießen. Ehrlich? Äh, echt? Ja, dein Tommel-Ding. Ja, teilt, oder? Voll teilt. Ich spiel den Tommel, boah, 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 oh, ja. Ich spiel den Tommel. Blacke mal gewohlen. Da bin ich wieder. Guten Tag. Guten Tag. Oh nein. Tag. Ich spiel den Tommel. Ich geh gucken, weil das da Pumel ist. Wer war das? Die glauben nur, weil ich durch eine Straße fahre, dass, keine Ahnung, dass ich zu irgendjemandem gehöre. Welche Straße denn? Ja, bist du irgendwo durchgefahren? Ja, bei der Grove-Tanke bin ich hierher gefahren. Und die Leute, die dort vorne wohnen, die kenne ich doch. Das sind die nicht. Was für ein Fahrband nähern? Orange, lila? Lila, orange, ja. Ist das nicht 5-6? Ja, 5-6? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber die will mir irgendeine Bitch irgendwelche Vorschriften machen. What the fuck? Haben die jetzt weiter gemacht? Ja, ja. Soll der jetzt nicht mehr nochmal durchfahren, sonst... Welche Straße bist du denn durchgefahren? Ich bin von der Grove... Von der Tankstelle runter? Ja, von der Tankstelle... Zu dem Kreis? Ja, ja, Richtung. Aber ich bin nicht in den Kreis gefahren. Und dann bist du links abgebogen? Genau, und dann bin ich hierher gefahren. Direkt. Und dann geradeaus, da wo die Partie mal war? Äh, ja, wo die... Boah, was ist das für ein Knisternis? John, wie heißen die? Ich hab keine Ahnung, wie die heißen. Wo Ari auch... Die Davis Street. Ja. Hm. Da bin ich durchgefahren und das war's. Jo. Ich ruf mal den Schimmelzahlen an. Ja, die sollen keine Welle machen, meine Güte. Ist nicht da. Hä, warum darfst du nicht da durchfahren? Was ist das für ein bescheuertes Scheiß? Ja, keine Ahnung. Andere ist ein Knistern, Bruder. Voll, Junge, bei den ganzen Farmen, wie ist hier verrückt, Alter. Und jeder trägt irgendwie Lila. Ja, die ist, glaube ich, auch noch. John, welche Gang ist... Welche Gang ist, ähm, Lila-Orange? Äh... Ja, da war auch gestern erst gekauft, deswegen. Lila-Orange. Ja? Was trägt... Was fragt... Die 5-6er. Ja, die 5-6er. Weil von John, von John, die Freundin ist gerade irgendwo durch eine Straße gepfallen und deshalb sind die bis hierhin gekommen, um eine Ansage zu machen. Dass die nicht durchfahren soll. Die suchen wir ihn. Was hast du mich jetzt gerade hier? Ja. Ja. Was hast du gerade gesagt? Sag einfach was. Ja. Ja, hab ich gerade gesagt. Ja, was findest du da für deine Zahl? 30. Ich hab's nicht verstanden. 30. Oh, nee. Das... Nee. Dann nicht. Jut. X-35 in Joints. Schaut mal den Jammer... Äh, den Jack. Der kommt jetzt hier um die Ecke. Der müsste jetzt gleich hier mal kommen. Was geht's denn? Kann doch ruhig nochmal zeigen, wenn er will. Geht's um dreckliche Drogen? Nö, so ein Shotgun. Achso. Willst du einen haben, Chap? Nö, der hat einen. Achso. Der will die verkaufen. Willst du haben? Was denn? Der hat so eine kleine Shotgun. Nö. Für wie viel? Costa-Quanta. Pfff. Costa-Quanta. Seid ihr jetzt alle Mexikaner, ne? Mann, das sagt man so, Costa-Quanta. Costa fast gar nichts. Aber Chap, warum behältst du die nicht für schwierige Zeiten? Ich glaub mir, Bruder, ich hab schwierige Zeiten. Mach mir einen guten Preis. Der hat jetzt schwierige Zeiten, der muss dann Drogen gezahlen. 3.000 Dollar, mal auf der Hand. Grüße. Okay. Bei dem Chap? Der hat mir letztens erzählt, der arbeitet doch bei Dinges, ne? Bei Codys. Der kriegt 20.000 Dollar Trinkgelder bei meinem Armut. Ja, bei uns wollten wir ja nicht, weil wir nicht so gut mit dem Burger-Pattys umgegangen sind. Aber wir arbeiten einfach bei Frank beim Tank. Ja, den dürfen wir alles behalten. Zumindest machen wir das einfach so. Ja. Okay. Nur gestern konnten wir ja nicht arbeiten. Ja. Aber gestern war auch nichts los. War einfach ausgekommen. Ja, wir waren doch nur zwei Minuten. Und du bist später alleine arbeiten gegangen. Ja, ja, ja. Dummkupf. Nee. Nein, nein, nein. Wie, da musst du auf Toilette? Jak, hast du vom Teebeute die Nummer? Ja. Von dem 5-6? Ja. Gib mir die mal. 8-3-8. Warte, 5-5-5. 8-3-5. 8-3-5. 8-9. Ja. 0-6. Die tragen einen lila-orange, ne? Ja. Geht nicht dran. Was brauchst du denn? Hast du gerade nicht mal bekommen. Von June die Freundin ist da durch die Straße gefahren. Und da kam ein lila Auto, ein Revolter, was die bis hierhin verfolgt hat, um denen zu sagen, dass die da nicht durch die Straße fahren soll. Welche Straße? Ja, irgendwo in der Grove, keine Ahnung. Ich wollte mal nachfragen, ob die die Sausseite zu machen, wie Kaffee. Kaffee zu? Was geht mir nicht? Weil Kaffee ist cool. Aber Dings. Tunne, danke für die Wüste im Zeitraum. Die haben die nicht gesagt, die wollen sich die jetzt eh vorknöpfen. Wen? 56, die Leute aus der Gröf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, so habe ich das, glaube ich, verstanden. Und die Freundin vom Johnny ist ja bei der 56. Habe ich dem Fang schon Bescheid gesagt? Ich habe gestern versucht anzurufen, heute versucht anzurufen. Das kriege ich nicht erreicht. Kann da was mit? Nee. Ich habe die Wahl alle nicht erreicht. Ja, wir müssen dem Bescheid sagen, dass das nicht funktioniert jetzt erstmal, ne? Mit Geiselnahme. Ja, aber guck mal auf die Uhr. So, weiß ich nicht. Wird der heute was starten wollen, hätte er ja auch schon mal sich melden können. Aber eigentlich meiner Gemeinde. Ja, ja. Aus was für einem Look kommst du eigentlich gekochen, Tyrese? Ich war mit einem Kollegen unterwegs, ein bisschen. Warum hast du ein Hemd dann? Ja, mit dem Marvin, genau. Ja, ich habe mich ein bisschen schick gemacht für den Marvin. Kann er sich wie so ein Hemdchen mit dem Marvin. Ach so. Gefällt dir mein Hemd? Das ist doch voll schön, mein Hemd. Also Jeans mit weißen Knöpfen. Ja, du siehst aus für ein Student. Ja. Was ist das für eine... Was ist das am Arm? Lange Zeit Blutdruck gerillt? Vielleicht. Das will ich jetzt nicht mehr antworten. Oh, sonst kriegt er Puls. Wo ist denn Jomar schon, will der Hörner? Weiß nicht. Ist heute wieder so, wir legen uns Hänge mal den Tag. Wollen wir uns in die Hänge mal legen? Die sehen nicht stabil aus. Als Mila sich drauf gesetzt hat, sind die Bäume zusammengeknickt. Das ist so nicht wahr. Klar, du saßt mit dem Arsch auf den Boden. Du hast gesagt, du erzählst es niemanden. Huch. Von Süßwildi wegrollt. Warum sind Frauen immer so? Ich gebe dir mal einen Cheeseburger. Mila. 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 Wo ist der Rest am Schützenfest? Jomar stand hier gerade, das Back Jones mit seinen Pollen im Back. Nee, Johnny steht da hinten. Johnny steht doch da hinten. Nein, Johnny, nicht Johnny. Ach. Irgendwann knall ich den Johnny ab. Bruder, Cheeseburger immer mit Gurke. Beste. Batman, danke für den Primensippen. Küss ich zurück. Jumar, fährt dir gerade einen Tracker vorbei, Alter? Ruhe. Gurke, Beste. Hm. Bist langweilig. Ja. Ja. Hast du teleponiert? Hast du dich wieder beruhigt? Arschloch. Ich weiß, ich bin die Faust einer Träume. Du kannst gar nichts sagen. Ja. Ich akzeptiere dich so, weil du bist. Kannst du dir noch einen Burger reinpfeifen? Was soll das denn, Alter? Was soll das denn? Du kannst ruhig so viele Burger essen, wie du willst. Geile Sau. Oh ja, das habe ich gebaucht. Du hast ein bisschen Ketchup auf dem Dekolleté. Das ist nicht schlimm. Das kannst du Spälderpfel nutzen, wenn du Pommes fritzst. Ja, fällt gar nicht auf. Hab mal roten Pulli an. Das aber weiß seine Brust. Weil das jetzt ein Liter Gathering ist. Ja, mir Käse-Dipp in die Flasche. Shit. Das ist kein Fallschirm, Bruder. Das ist ein Rucksack. Vergiss nicht, du liebst mich so, wie ich bin. Firm und ewig, babe. Wir zwei, durch dick und dick. Ich bin nicht oberflächlich. Ich meine, guck dir meine Familie an, sind alles hässlich. Ja. Wir hängen trotzdem mal den ab. Herzlich Willkommen im Cream-Clappy. Irgendwie habe ich Hunger. Ja. Ja, mein Bell. Was hast du eigentlich für eine Frisur? Hast du nur mehr Hunger, Milda? Ja. Hast du noch was? Ich habe noch. Nur für dich. Aufgehoben. Drinky. Ja, erzähl dir rein, Dicke. Aber ich will, dass du ihn einatmest. Da wird nicht gekault vor, Leiden. Einfach so. Bist du der Patronus? Ich bin der Patronus-Zauber. Das ist das, Profavor. No shitting in the yard. Genau. Wollt mal diese Ruhe, ne? Schüttel ein, schüttel ein, schüttel ein, schüttel ein. Ja, Schüttelin. Ich finde es geil, wenn du schüttelst. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich sage. Ich weiß auch nicht, warum ich das sage. Das ist okay. Du hast schon drei Kalorien verloren. Oh, oh, besser aufhören. Hm, Jack? Was? Was hast du jetzt gemacht hinter der Mülltonne ganz alleine? Warte, ich habe eine Chips-Tüte gefunden. Oh, lecker. Lass mal reingreifen. Los, Mille, baggern mit der Hand rein. Ich nehme aufhören. Ja, nimm sie auch. Dann müssen wir alles noch rein. Das ist lecker. Was ist denn das für Schüttel? Ich brauche, dass ich Bauch aufhören. Was sind denn das für Chips? Das sind jetzt nur fettfreie Chips. Pfff. 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 Was? Ja, die sind fettfrei. Bah. Ungelob. Das sind schlecht für deine Figur. Ja. Boah, wo fällt der denn? Ja, die sind scheiße für deinem Bruchlein. Bleib mal, Dick. Dann kriegen wir mal Rabatt beim Einkaufen. Weil jeder denkt, du bist schwanger. Mr. Corporal Mars, dankeschön für den Wee-Seb im Zweiten. Und GoldEyes, dankeschön für 136 Bits. Dankeschön. Und Peggle, danke für den Prime im Siebsten. Die Sirenen sirenieren und die Sirenen sirenieren und... Kennst du nicht die Sirenen aus Serengeti? Nö. Du bist richtig dumm, Jack, ne? Wie kannst du... Wie hast du es nur zum Psycho geschafft? Ich habe gesagt... Das ist kein Psycho und du gehst doch nicht bald in Therapie. Boah, nicht. Der ist kein Doktor. Geh mal hin zu denen, ne? Der hat das letztens echt gut gemacht. Was hat er gemacht? Jack, leg mal los. Was hat er bei dir gemacht? Ich habe eine Therapiestunde. Zeig mir hier an der Puppe, wo hat er dich brüllt. Also wir haben in Innesis... Ich erforscht über mein... Über ich und mein S und mein... Du weißt schon. Wollen wir so Sieg und Freund, der Jack? Ich muss Mauern bauen zwischen den... Ja, genau. Zwischen meinen Spiegel und mir. Da muss ich ne Mauer. Das ist aber ne große Mauer. Das wird ne riesengroße Mauer. Da kann Kina Wein packen. Bei der Mauer, die du machen musst. Hallo. Willst du noch paar Träger machen? Hallo. Hallo. Seid ihr verletzt? Das geht. Hä? Seid ihr verletzt oder wo war ihr? Ich bin... Ich bin... Ja, im Krankenhaus. Bin gestern, als wir beim Busche... Ja, hol erst mal los, Dicke. Entschuldigung. Du bist am Gebüsch hängen geblieben? Ja. Und das brennt ins Krankenhaus? Naja, das hat im Auge gesteckt. Was soll ich machen? Da war ein Dreck drin, hat der gesagt. Was hat im Auge gesteckt? Naja, den Stock. Also, was nennen Sie sich das denn? Die Hecke. Die Hecke. Die ganze Hecke. Ach, deshalb hast du deinen eigenen Bruder angeschossen. Du hattest Hecke im Auge. Dreck hat er gesagt. Er hat mein Auge gespült und dann gesagt, da war Dreck drin. Und was hast du, Memo? Arschschmerzen. Auch wieder wegen dem Stock? Was? Auch wegen dem Stock? Kein Hüppstift. Juni ist gerade weggefallen, ohne was zu sagen. Lass ihn machen. Das nächste Mal, Memo, geb ich dir ein mit nem runden Deckel, okay? Ja, bitte. Das Ding war, äh... Ohne Spitze. Auf und, ja. Ja. Lass nicht drüber reden. Wenigstens bist du jetzt geschminkt am Bobo. Und ich riech besser, ja? Hast du dir selbst am Arsch gerucht, oder was? Ich muss doch mit dem Finger... Ja, ich muss doch... Junge... Was wollte ich auch schon mal... Hast du schon mal was von der Prostata? Ja. Sollte man ab 35 oder soll man mal checken? Warum? Ja, ja. Es gibt dort Tutorials, sind... Dings drin, da kannst du selber prüfen. Hilfst du mir? Da sind aber Filme ab 18, die du meinst. Was? Wie alt bist du denn? Ja, mein Mut ist 30. Nackig hier. Warte mal, was zu trinken können? Ja, komm. Das Beste vom Besten vom Besten. Danke. Ja, dann guten Hunger an die, die essen. Und Gold Eis, danke schön, nochmal für zwei, drei, drei Bits. Da wachsen die aber Frösche vor dem Bauch. Was? Ey, du musst die nur gauen. Nein, die werden jetzt... Was werden die? Püriert. Ach, püriert. Ich dachte, kukriert. Was wird püriert? Und holen die Kauquappen. Erstmal Ohren abschneiden. Man kann Kauquappen nicht essen. Ach, kann man die essen? Das sind Frösche. Nein, das ist die Vorstufe eines Frosches. Ja, aber wenn du eine Kauquappe isst, wächst ein Frosch bei dir im Bauch. Nein, das ist nicht wahr, die werden püriert. Wenn du ein Kerl von einer Wassermelone isst, wächst ja auch eine Wassermelone im Bauch. Das stimmt. Wenn du ein Embryo isst, werden dann noch Männer schwanger. Deshalb ist der Russe auch eine Sonnenblume. Sonnenblume. Die Herren sind lecker. Weil in Russen haben die nicht so viel Sonne, deswegen essen die Sonnenblumen, damit Sonnenblumen im Bauch wachsen und die Mildermindee speichern können. Genau, da haben wir die Mildermindee bekommen. Tyron, zeig mal, warum stehst denn du so? Ist es bequem? Probier das mal. Ein bisschen die Arme wackeln, ne? In manchen Ländern ist man schassieren. Was? Die Drasab ist Ernstab. Das kann man mal Liebe im Chat machen, ne? Aber ihr pennt sowieso wieder. Dankeschön, Basti. Weiß ich nicht. Immer das gleiche mit euch. Bach, bach, bach. Bach, bach, bach. Ja, Rob. Na, die sagen Fita, Sneeball. Was für ein Sneeball? Fita, Sneeball. Fita? Fita. Was heißt das? Weiß ich nicht. Sneeball heißt wahrscheinlich Schneeball. Was sag ich denn nicht? So wenig Liebe. Beden sind schon komische Leute. Jace, Sirup, danke schön für den Reset mit Prime im Dritten. Man kliessen du dem nicht, Harrys. Wie, was kicke ich denn? Ach, der Hintus Sugar erlebt er nur noch. Bogen der Hörner. Vielleicht muss ich nochmal zum Krankenhaus. Warum hab ich's immer nur mit Vollidot? Bogen der Hintus Sugar erlebt er nur noch mit Vollidot? Warum? Das ist doch voll Geld. Ich kann... Max hatte gerade einen Kanarienvogel im Hals. Lüge. Boah, ich will auch Tiere nachmachen können. Ich kann einen Esel. Kann ich auch. Wuff, wuff. Oh, oder einen Buckelwal kann ich auch. Mach. Kann einen Delfin. Bleh. Das ist doch kein Buckelwal. Mach nur mal. So macht kein Buckelwal. Doch unter Wasser hört sich das anders an. Mida, kannst du nicht sterbende Giraffe? Unter Wasser hört sich das... Mida, mach mal eine sterbende Giraffe. Ich weiß nicht, ich hab noch nie eine Giraffe gezogen. Mache nur mal den Buckelwal. Das ist kein Buckelwal. Ja, wirklich. Believe me. Nein, I don't believe you. Nein, believe me. You're a fucking liar, motherfucker. No, I know, liar, no, no. Of course you are. I know, liar, no, no. Du redest mit den Leuten in Paris, die dir am Eiferturm mit Pian drehen wollen. Oh, bonjour. Oh, bonjour, mon ami. You m'appelle de Therese? Ich habe eine Baguette für Sie. Ich habe jetzt kein Baguette. Wollt ihr euch kochen mit mir? Das ist auch. Nein, will ich nicht. Nein, das wird kein Mädchen auf der Welt mit de Therese. Ah, oui, oui. Was heißt das? Was geht für Sie? Das heißt, wollen Sie mal nicht mehr schlafen? Oh, nein, nein, danke. Nein, 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 nein. Ich habe zu tun. Mein Kühlschrank ist noch an. Mein Stecker ist noch in der Steckdose. Ich muss mal kurz weg. Der Kühlschrank sollte auch an sein. Wäre sonst blöd. Unsere nicht. Wir haben A plus, 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 plus B. Der zwei Doppel-A-Batterien reicht, ne? Halt die Klappe. Okay. Warum sitzt du noch auf der Mauer? Auf der Mauer. Weil da eine kleine Wand ist. Auf der Mauer, auf der Dauer sitzt der kleine Memo. Seht euch mal eine Memo an, wie der Memo sitzt. Komm, Bruder, danke schön. Ja, Destiny, benimm dich mal. Der City. Wo du es gerade in Band? Von der Mauer. Nee, nicht mit City. Weil das ist der 3. Oktober. Ja, gestern ein bisschen, Basti. Aber das sieht man nicht bei mir und wie über die. Komm, runter. Nein. Das bleibt zu. Aua. Okay. Ist das denn? Geh da jetzt runter, ich hab Geburtstag. Ist das nicht von 13 Mann das Auto? Da ist doch von 13 Mann das Auto, ne? Das weiß ich. Ist okay, ich hol ne Runde und joinen zum Abschluss. Hallo. 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 Ah, join. Kreis, der Piss ist echt fucking langweilig. Wenn du mir auf den Kopf hältst, dann muss ich wieder ins Krankenhaus. Halme, ja nicht hin. Der Auto ist schon schick. Aber ich glaube, fährt sich scheiße. Nein, ich bin so geübelt da drinnen. Boah. Krasse Bauchmuskeln. Nee, nach der will, dass nichts mehr passiert. Ich hab keinen Bauchmuskel. Gar keinen? Nein. Okay. Mäla aber. Was macht der Jun? Ist halt langweilig. Ja, mach nur noch sterben. Ja, ja, wir haben geballert, aber sieht man nicht im VOD, weil ich nicht dabei war. Ich bin nur am Ende gekommen, wo alle schon lagen. Was machen die hier? Das geht dich gar nichts an. Warum? Darum. Ja. Du musst doch keinen Knarren haben. Du musst einen zu Hause beschützen. Falls die Dings da kommen. Ja, okay. Hä, warst du gestern nicht dabei? Doch, doch. Aber die kommen doch nicht. Wir müssen unseren Spielplatz beschützen. Ja, aber die kommen nicht. Wir haben doch hier so einen Turf, einen Hut. Ja, aber die kommen nicht. Warum? Weil die Angst haben. Wasseln doch. Dann pressern wir die weg. Aber du hast keinen Knarren. Doch, guck. Du hast die Arme verschränkt. Ja. Ey, das ist gefährlich. Wir müssen doch unsere Erbe verteidigen. Ab auf die Dächer. Und wenn gar nichts mehr geht, ab nach Hause. Schnell durch die Tür. Wir brauchen auch so eine Kuhle auf dem Dach. Ja. Lass uns in den Müllerturm verstecken. Und voll den Hinterhalt planen. Lass dich herkommen. Wir kommen mit fünf Autos dann. Ja. Ja, ja, ja. Ging, Ging. Ging, Ging. Ist das deine Freundin? Nee, das ist die Scarlett. Wer ist das? Das ist Scarlett. Scarlett Johansson? Ja, genau die. Ist das nicht deine Freundin? Nee, 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 nee. Die Jonathanstelle war deine Freundin, ne? Die Big City Life. Ja. Oh, Baby. Oh, Baby. Die Eltern hatten nur Freundinnen. Nur Memo hat keinen. Und Quaker auch nicht. Ja, der Memo hat versucht, die City anzuquatschen. Was ist denn City? Die hat Big City Life. Dann habe ich gesagt, ja, Memo hat Frau und Kind. Wenn ich anquatsche, einfach ignorieren. Okay. Ja, ja, ja. Also, Jun, sei wachsam. Ja. Der Turf darf nicht fallen. Die Weile lebt. Ja, ja. Es gibt keine Sniper auf dem Server, glaube ich. Die Schießerei haben wir gewonnen. Wegen der guten Gegengegen-P. Mir ist langweilig. Boah, so eine große Backofen-Salami habe ich nie gesehen. Die wiegt ja locker zwei Kilo. Und, Chap, wie ist deine Arbeit bei Kodis? Geil. Macht Spaß. Ja, ich habe ganz viel Trinkgeld gekriegt. Du meinst, wir haben viel Trinkgeld bekommen? Genau. Ja, genau. Du musst teilen. Mit euch? Das ist der Joint. Na klar. Hä, ich habe dir doch schon einen zugeschmissen. Wir sind doch quasi Familie. Ja, fang. Wie heißt du mit Nachnamen? Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wer hat Geburtstag? Okay, ich heiße jetzt. Ich. Du hast heute Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag. Happy, Happy Birthday. Happy Birthday. Wie viele Prozent bekomme ich in Zukunft? Happy Birthday. Für Essen bei Kodis. Da hast du einen Verbandskasten. Ja, falls mir was schlecht geht. Falls ich mich hinbaue oder so. Danke. Haben wir einen Puff? Nee, ich muss gleich arbeiten. Warum soll deine Mama wieder Essen bringen? Ja. Hast du ein Problem damit? Ich habe aber ein Geschenk für dich. Meine Mama braucht nur mal Essen. Bitte schön. Danke. Aber kann die sich nicht ein paar Snacks da am Ultimaten ziehen? Kann ich es zurückhaben? Ich habe Hunger. Ich brauche ja was Richtiges zu essen. Meine Manager. So Hamburger und Hot Dogs. Danke schön. Bitte schön. Bist du ja kein Pew Pew Texter? Und du kannst das Spinn. Ich kann ja gleich ins Krankenhaus bringen. Glaubst du mir? Möller, mach weiter. Ich bekomme Schweinehaut. Ich mache dir die Augen zu. Der macht die Augen zu. Der macht die Augen zu. Perfekt. Bis dann. Tschüss. Ich habe den John gesagt, der soll knarzel, weil wir müssen den Tör verteidigen. Der Spielplatz darf nicht fallen. Ich habe gerade mit Frank telefoniert. Und? Erzählte mir irgendwas von Doppelmoral. Was? Warum Doppelmoral? Ja, weil Johnny wohl vorgestern zu ihm gemeint, von wegen macht er oben ruhig am Jointfeld. Oder oben beim Dreher. Jointfeld, Alter. Oben bei Dings Drogen machen. Macht er ruhig, weil wir Samstag was vorhaben. Und jetzt wir selber quasi Prioritäten anders gesetzt haben. Oh, koloniales Kulti zählen. Ich habe gesagt, ich wollte ihm das nur ausrichten, dass wir heute kein Zeit dafür haben. Auch halb neun ist jetzt überhaupt schon zu spät und das alles zu planen. Der soll Johnny anrufen, wenn er Probleme hat. Ja, das natürlich. Die haben sich da ein paar Arbeiter nämlich letztes Jahr so ruhig gehalten. Für den ist das natürlich einfach, weil der ruft an, sagt, lass mal starten, und plant in zwei Minuten irgendwas und dann geht's eh wieder in den Hosen. Ja, ja, ja. Genau so. Wo ist der Johnny? Weiß nicht. Na, wer kommt denn da? Ach, ist doch nicht Johnny. Das ist doch nicht Johnny. Ich sag doch nicht Johnny. Wo kommt der Ding hinzu? Wo war der dritte Chukla? Keine Ahnung. Oh ja, okay. Wer denkt denn schon wieder an mich? Was geht ab? Ghoul. Alles gut. Kreise wurden gebildet und aufgelistet. Du hast das Glück auf? Das ist der P, oh Mann. Das ist der P. Das halte ich auch lange nicht mehr, ne? Das halte ich nur, wenn ich was Scharfes esse. Ja, wenn jemand an dich denkt. Das stimmt. Oh, oh. Warum mal den O? Hm? Weiß nicht. Warum kommen noch zwei auf das Gleichzeichen? Ich strahste runter. Hast du Schiss oder was? Nein. Also, nee. Weil du Angst hast? Wir können dir bestimmt helfen, dich aufs Dach zu bringen. Alles gut. Ich zieh mich schon mal besser wieder auf. Kreffen sich ein Elefant und ein Kamel. Sagt der Elefant zum Kamel. Haha. Du hast ja zwei Titten auf dem Rücken. Sagt der Kamel zum Elefant. Wenigstens hab ich kein Schwanz im Gesicht. Ja, genau. Die Witze sind so alt, ne? Richtige Boomer-Job. Die sind schon steingemeistert. Ja, ich find ja immer gut. Jetzt find ich mich sicher. Äh, Kuschhunter, bitte jagen sie mich nicht. Und dankeschön für den Zappen. Herzlich willkommen. Was, danke so doof? Oh, oh. Jack. Ja? Oh, da ist ein Tagsab vorbeigefallen. Jetzt ist wieder der Jai. Oh, oh. Da ist ein Flieger. Oh, ne Taube. Keine Angst. Oh, wer kommt da? Echt fies? Oh, wer ist das? Wer ist das? Ich erkenne ihn nicht. Wer ist das? Stellen Sie sich vor. Wer bist du? Wer bist du? Der ist gefährlich. Wer bist du? Ach, Cody. Nehmen Sie Platz im Kreis. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Schön muggelig hier. Ist es euch kalt? Oder warum steht die so wie Pinguine? Wir mögen gern die Nähe unserer Familie. Sind das alles deine Cousins, Familie? Ich habe nur viel, viel mehr Verwandte hier. Das war so spooky, als ich mal jemanden gefragt habe, ob er sein Cousin ist. Und dann haben vier Leute gleichzeitig Ja gesagt. Was fühlt dich zu uns, Cody? Ich weiß es nicht, ich habe Chap besucht. Der war gerade noch hier. Der wollte ich mich trotzdem. Der hat sich ein bisschen Heroin besorgt. Das ist nicht gut, der muss gleich arbeiten. Der hat gesagt, wir kriegen in Zukunft 50% prozent. Grüß dich, Bartmeister. Da ist er doch, der Chap. Chap ist ja, Chap. Chap ist ja. Das ist nicht Chap. Wer ist denn? Das sieht los. Immer noch. Ach, Cyrus. Ohne Witz, wenn Chap gleich noch mal vorbei kommt, die sehen gleich aus. Ich habe schon Cyrus bestimmt 15 mal verwechselt. Luca. Tut mir leid, Cyrus. Der geht doch jedes Mal zum Schönheitsdoktor und verändert sich. Ich schwöre, ich will dich echt nicht disrespecken, dich und deinen Turf und so. Oh, oh. Achso, meinst du es mich? Ja. Weil ich dich immer verwechsel. Ich glaube, du musst eine Besprechung auf dem Dach geben. Wir müssen da ein Arschloch hin. Lass alle die Leiter hochklettern. Nee. Mich kriegst du da nicht hoch. Ich habe Angst vor Leitern. Du meinst, weil du zu dick bist. Was ist los zum Haupt, da knarren draußen. Achso. Ja, wir müssen den Kinderschubplatz verteidigen. Achso. Hier kommen immer wieder Leute, die denken, wir sind eine Gang und die müssen Respekt zeigen oder Disrespect. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe meine Knarre doch jetzt, wenn jeder hier mit der Knarre steht. Warum sieht die doofärblich aus? Aus meiner Knarre kommt Fanta. Was für eine? Die normale? Ich habe bisher nur die normalen getrunken. Gibt es noch andere? Ja, orange. Ganz viele Mandarine und so. Limette, Mandarine, Blaubeere. Exotic Scheiße. Schmeckt das? Exotic ist lecker, ja. Cody, habt ihr Exotic? Äh, ne, aber ich habe heute Waldmeister- und Wassermelonen-Eistee bestellt bei der Mittwoch. Ach, der Cody! Bäh. Was für Eis? Äh, Waldmeister-Eistee und Wassermelonen-Eistee. Oh, Jack. Oh, hörst du? Oh, oh. Da ist ein Müllwagen vorbeigepallen. Die sind alle hinten drin. Das klingt eher so, als würde Mila mit Fahrrad fahren. Oh, oh. Oh, Jack. Oh, oh. Oh, Jack. Drive by. Jack, lauf. Drive by. Der hat mit Pfannflöschchen geschnissen, habt ihr gesehen? Der dreht jetzt eine Runde, ne? Der macht so früh. Der spottet. Oh, oh, der hat da gehalten. Ja, der spottet mit Sicherheit. Mit einem Müllpfannflöschchen. Der fließt jetzt auch noch hin, ne? Und Memo rennt auch schon wie so ein Blöder. Warte mal, das ist doch Schäpp, oder nicht? Ja. Schäpp? Okay. Der sieht voll nicht aus, ne? Ja, was los? Na klar sieht er aus wie du. Nein, überhaupt gar nicht, weil der sieht mehr aus wie du. Was quatsch du da? Guck dir mal den Flammen um seinen Mund an. Puh. Jack, den Schäffel ist hier, ne? Cody ist hier, ja. Du wirst gefeuert. Nee. Der hat gesehen, dass du Tütenketchup geklaut hast. Oh, scheiße. 30 Kilo. Machst du mit so viel Ketchup, badest du da drin? Der reibt sich damit ein. Ja. Ja. Also. Hä, ich dachte, du drehst Filme damit. Deswegen hast du den mitgenommen. Äh. Was? Ja, das ist doch das gleiche, oder? Okay. Also du drehst Filme von dir in der Ketchup-Badewanne? Wäre Bock. Äh. So habe ich das jetzt nicht gesagt. Was zum Teufel, Alter? Kriege ich dir geschenkt? Größer. Was hast du denn für eine Mission? Größer. Ich habe gehört, hier gibt es kriegsähnliche Zustände. Warum kriegsähnliche Zustände? Keine Ahnung. Ich habe gehört, hier gibt es kriegsähnliche. Oh, 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 oh. Guck mal oben am Dach. Wo denn? Da oben. Wo? Da oben. Das ist Tyrese. Drei Leute. Das ist Memo, der ist hingefallen, sieht man. Memo, genau. Das ist Memo, glaube ich. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ihr macht mich ganz nah. Cool, du fahrbar hast dann, drittes Mal. Ja, heutz ist Tag von Dings, heutz Feiertag. Ist das vielleicht ein kubanischer Feiertag? Naja, der Tag heißt Back to the Roots Tag. Achso. Oder so. Warum hast du so ein Gerät in der Hand? Das ist ein Stop-Song. Das ist ein Stop-Song. Das ist der neue 3000, der Dyson. Das ist der Dyson, ja. Mit dem großen Motor? Boah, 600 Euro. Oder sogar 700. Die kosten mehr, ich glaube, die kosten nur 8 Euro. Richtig teuer. Ja, wie lange können die saugen? Aber ich habe mir gegönnt. Darf ich mal damit sprechen? Ja, wie lange können die saugen? Ich glaube, 40 Minuten Vollpower. Boah, das ist ordentlich. Aber kein Kabel, ne? Ist gut, weil Mila ist über Kabel gefallen. Ja. Und dann hat die den Schlangen mit Bassverschläger. Ah, boah. Der Start-Song. Du, was ist gefährlich? Der Start-Song, der will 3000, Alter. Hast du den Start-Song gehauen? Ja, aber der ist ja auch angefahren. Okay. Ei, 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 Kuschhantabula. Arschloch. Zapsauga. Hututäuler, Hututäuler in Liebe, 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 Hututäuler. Dankeschön für 10 Gifte Zaps, Wully. Vielen Dank, Mann. Aber unverdienbar Kreis-RP. Ja, oder das mit dem Mund. Duglieder, danke für den Planeten, Wully. Ja, wenn ich schmecke. Ja, früher hat man das bestimmt so gemacht. Klar. Wir kommen ansonsten auf die Idee von einem Staubsocker. Warte mal, warum kifft ihr bei uns? Hier ist Drogenfreie Zone. Wie? Drogenfreie Zone. Drogenfreie Zone? Na, na klar. Das wäre mir ja was ganz Neues. Das erzählte ich dem Gesundheitsamt, ne, Cody? Ist das jetzt anders? Ja, wieso denn? Der Kiffen ist gesund. Du hast mit Lebensmöglichkeit zu tun. Hast Harscheln in den Finger. Den hat der Chat mir gegeben. Der war vorgedreht. So, ich hab das nicht angefasst. Bei dem würde ich aufpassen. Der macht immer nur Tabak rein. Das ist eine Lüge. Die krieg ich von euch. Ja, wir machen nur Tabakant. Hast du also nur noch Tabakant? Alter, jetzt hast du mir den Joint versaut. Nein, das stimmt nicht. Nö, jetzt räuchte ich nicht. Das ist eine Harschrauschgifte gerade. Mit ganz viel Tetrahydro-Cannabinol. Mit Wax und so. Ja, erzähl jemand anderes Geschichten und jetzt Popcorn. Nee, ich mag kein Popcorn. Ich hab zu viele Löcher in den Zellen. Bleib nur mal kleben. Ist alles klar? Alles gut. Das ist unangenehm. Mila, wie spielt sich so die Triale? Scheiß Kippenrauchen, Alter. Rupert hält mich. Ich bedanke mich recht herzlich für den Primesapp im drittenen. Verdient war das Beste. Dankeschön. Spiel die Triale. Spiel den Triale. Spiel den Triale. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Irgendwie finde ich das geil. Was? Die Triale? Ja. Oder den Remix. Baldes. Wenn du willst, kann ich in Shit weitergehen. Du kannst mal dein Musical vorsingen, Nummer. Jetzt hast du viel Publikum hier. Das letzte Mal hat das auch noch nicht gehört. Was? Ja, komm. Mila hat ein Musical vorbereitet. Oh, wie ging das denn? Auf geht's. Okay. Oh, Cody, ich hab' das trinkelt. Oh, Cody, ich hab' das trinkelt. Und dann kam Mama Ente und hat ihn den Bauch aufgebissen. Und dann hat sie die Ente und den Bauch mit Quauquappen gefüllt. Ja, ja, hm. Quauquappen, ja, aha, aha, Quauquappen. Ja, 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 ja. Und dann ging sie in den Wald. Oh, oh, oh. Zu einem Turm. Und da war Schneewittchen drin. Und die hat ihr Haar runtergelassen. Und dann haben die Enten an den Haar hochgeklettert. Und die Stiefmutter. Und dann. Hau rein, DJ Typhoon. Bin die rausgegangen. Und haben. Da haben. Da ist hier gefunden. Die Hure. Die Quere. Und die Affen. Die hat mit sieben Zwergen geschlafen. Und. Was habt ihr gemacht? Na, die haben mit sieben Zwergen geschlafen. Gottverdamme. Ja, genau, was das Nummer ist. Und die Enten waren verstört. Und die Mutter war appell. Nee, weißt du. Kannst du sehen, wie die das mit den sieben Zwergen getrieben hat? Na klar, davon gibt's Filme. Da wär' ich auch verstört. Und das Ende der Geschichte. Mit sieben Zwergen schläft man nicht. Jo, ich spiel' die Tome dazu. Ja, wir müssen noch ein bisschen Pfeil dabei machen, aber dann können wir Musiken starten. Nee, das war schon super, das war schon gut. Ja, das gilt aber noch besser. Muss den Text noch abschalten. Ja. Aber bei Musiken... Ah, Mr. Crunch, womit hab ich die ganze Liebe verdient? Für die Zwerge. Seien sie mal ehrlich. Und die Quark war... Ich will ein Zwerg spielen. Dankeschön nochmal für fünf Gifte. Also, ich will weder ein Zwerg sein, noch deinem Rieschen. Bruder. Ganz viele Hood-Olen. Was ist mit dir jetzt? Keine Ahnung. Kannst du mir auch noch gut tun? Oh, Alter, Alter, Alter! Oh, oh! Oh, der fällt weg. Aufpassen! Warum? Hä? Ach so, ich muss mein geklaut... Ich muss mein geklaut... Irgendwann, da wird... Da wird ein Auto kommen... Und ihr sagt alle... Oh, 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 oh! Und dann sind es wirklich Leute, die uns hasen. Oh, 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 oh! Aber wir uns hasst keiner. Wir sind immer voll und nicht nett. Wir haben noch nie Köln überfallen. Ich glaube, wir haben gestern die Hasen uns. Das stimmt, so. Mich hat noch nie jemand überfallen. Oh, Emila. Möchtest du mal überfahren fahren? Nee, danke. Ich war einmal geisel, das hat gereicht. Du warst schon mal geisel? Ja, bei so komischen Mexikanern, die mir danach noch für Geld gegeben haben. Oh. Das ist doch fast eine Showspielerei. Entschuldigung, dass wir dich als Geide genommen haben. Hier hast du Geld... Lohn ist, da wurde, aber deinen Lohn kannst du... Kannst dir tolle Sachen kaufen, aber trotzdem. Hättest du den Namen gar nicht pass auf Mathe da. Okay. Köln dich ab sofort, wenn ich jemanden anmache, sag sie bescheuert, okay? Hände runter, nimm all mein Geld. Sofort. Geil, hör damit. Ja, okay. Aber bloß keine richtige Bewegung. Keine Ahnung, was denn das da gibt. Ähm, falsche. Falsche, meine ich. Okay. Hände runter, nimm all mein Geld. Ihr seid voll die guten Verbarer. Ja, bittschön. Beschäftigt dann, ne? Wie viel Geld hast du dem gegeben? 661 Dollar. Warum hast du dem so... Das ist schon mal für den nächsten Mal Essen, okay? Oh, mein Geld. Guck mal, Mila. Dafür koste... Das hier und... Dein Popcorn? Das hier und... Oh. Ich glaub, vielleicht bist du tollpatschig, dann könntest du vielleicht erst gebrauchen. Aber was soll ich mit Dein Tüten Popcorn? Keine Ahnung, Bösewichte abwerfen. Oh, das ist schon gut. Ich glaub, andere esse ich sofort. Ja, ich mag es so wie Köttes. Einfach unter das Bett lagen und dann knistert das Bett. Du hast ja doch gesagt, dass wir nicht mehr so viel essen sollen, Lina. Ja, bald musst du meine Hosen anziehen. Dann sitzen die so eng wie in Skinny Jeans. Ich glaub, ich esse meine sofort. Was, du isst deine Hose? Der in mein Popcorn. Die sind einfach nur ihre Hosen, Alter. Ich glaub, die lasse Popcorn ist deine Hose. Was? Nein. Ich mit deinen Hosen. Anziehen. Ich brauch deine Hosen nicht anziehen. Ich hab selber Hosen. Ja, dann. Ja. Meinst du, was der Welt seiner Chips? Ich fühl diese Hose gar nicht, Alter. Oh mein Gott. Schlimm. Ich mach mich mal auf zum Laden, ne? Ist gleich neune. Ja, wir kommen schön da auch vorbei erst dann. Ja, easy, mach das, ne? Ja, easy, Pinsen. Und wenn du es langweilig ist, macht gerne Werbung für den Laden. Immer. Na klaro. Bis später. Tschüss. Hau rein. Ich spiel die Tome. Ich spiel die Tome. Ich hab so viel Zucker in deinem Gehirn. Und Schockebombs sind auch geil. Ihr seid so ruhig heute, Alter. Alles langweilig. Ich hab auch anstrengenden Tag gestern. Man muss sich hier oben erholen. Und konzentrieren. Und konzentrieren. Cool. Was ist denn ein Spa? Meinst du Lebensmitteln? Hey. Ein Spa. Mit Massage und Pool und so. Nein, ich darf keiner anfassen. Ich hab eine empfindliche Haut. Ich hab eine empfindliche Haut. Darum kann ich mich kümmern. Um was? Bei was? Den Witz hab ich nicht verstanden. Deine empfindliche Haut. Na geh mal weg. Du kommst wieder nur mit so einem Kuchen mit so einem Ziegenmilchpeperat. Ich hab nicht zugehört. Ihr seid langweilig. Mhm. Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Was sollen die anderen erzählen? Weiß ich nicht. Alle lassen uns alleine. Aber der Sohne geht unter. Mhm. Mama hat immer gesagt, wenn der Hummer rot ist, backen die irgendeine Kekse. Aber der Sohne geht unter. Aber ich hab nie welche bekommen. Vielleicht fallen die ja vom Himmel irgendwo. So. Ich geh gleich zur Apotheke. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch was braucht. Basketab Still Arise. Perf, bitte, bitte. Dankeschön für die Pizze. Ich hab auch alles. Ich hab auch alles. Therese Still kann nur was schlecht bedeuten nach Quatsch. Hm. Irgendwer hat mir einen Verbandskasten gegeben. Was hast du? Irgendwer hat mir einen Verbandskasten gegeben. Ich brauch gar keinen. Hör auf zu rauchen. Rauchen ist scheiße. Ich brauch gar keinen. Ach so. Aber ich bin auch über dich, ne? Ich mag das nicht, wenn Ruhe ist. Ach hebelig. Ja, ich bin so. Ich will zack, zack, zack so. Bamm, gib mir ein Skateboard. Ich mach vier Sticks die Overclock, Ducky. Oh, Auto. Auto, Auto, Auto. Hör auf. Der fährt hier rein? Oh mein Gott, der fährt hier rein. Ich mag's nicht, wenn so ruhig ist immer. Ich brauch immer Geräuschkulisse. Mal schauen noch, wie lange. Wer von uns schläft immer einen nur mit Fernseher an? Ich. Ich. Aber ich kann nicht ohne, ne? Ja, ohne. Nee, ich auch nicht. Ich kann ohne. Dann fühl ich mich immer so einsam. Ja, richtig. Weil ich muss immer auf Couch laufen, Mila schick mich immer weg. Allein sein kann so gemein sein. Mhm. Deutsche Goethe einfach. Mhm. Deutsche Goethe vor allen Dingen. Deutsche Goethe? Das ist ja gerade der Spaß da dran. Okay. Ich dachte gerade du bist dumm. Nein. Nein. Pamela. Ich war das nicht. Ihr seid so scheiße, ne? Ja. Richtig scheiße. Einfach scheiße. Einfach richtig scheiße. Was ist das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ob ihr nicht mal drüber nachdenkt. Aber ihr seid scheiße. Thomas schraut die Haut sogar ab, weil du so eklig bist. Echt war das nicht. Tag schön. Grüß Gott, der Herr Hase. Hübsch sehen sie aus. Danke, danke. Auch der Herr. Haben sie wilden Müll eingesammelt? Ja, ich wollte den Müll später wegbringen. Deswegen hab ich mich schon mal so angezogen. Ach so. Pah. Müller. Langsam rechts, Müller. Ich wünsche euch dafür, dass ihr mir die Schuld dafür gebt. Es spricht sich rum in der Stadt und alle geben mir die Schuld, wo ich nicht dabei bin. Und ich krieg immer Ärger für gar nichts, was ich gemacht habe. Und das ist einfach gemein. Ich möchte bitte, dass ihr dies unterlasst. Vielen Dankeschön. Ich hab nichts verstanden, Mila. Wunderschönen guten Hallo. Kannst du das nochmal sagen? Ich hab's nicht verstanden. Ich möchte, dass ihr dies bitte unterlasst. Vielen Dankeschön. Ja genau, ihr Schweine. Ihr seid nämlich die Wülpser, ja. Was sind wir? Ich hab nur nie mal eben gewülpst. Ich hab auch nicht. Ich mach immer nur so Bäuerchen in die Hand. Ich mach immer Bäuerchen in mich rein, so. Boah, das ist so nicht wahr. Hallo, darf ich euch vorstellen, das ist mein Cousin Paxton. Was gilt Paxton? Ihr könnt ja auch Paxton nennen. Ist das der, der mir Steine gegessen hat? Ja. Was hab ich gemacht? Du Steine gegessen hast, du Kleiner. Nein, niemals. Na klar. Nein. Alter in Klappe. Wo hast du das denn gehört? Hä? Ich kenn dich doch. Was? Ja, woher? Bist du dumm? Hi. Juni ist mein Cousin. Bist du wo mein Cousin? Fünften Grades. Fünften Grades? Fünften Grades. Was hast du denn für'n großen Kopf bei der Mütze? Mann, du bist so doof, Mann. Das ist doch so, wenn Familienfest ist manchmal gewesen. Dann musst du low sein. Die Caps jetzt nicht richtig, deswegen. Ja, beim Familienfest. Bei dem Fest von Baba Genusch. Da saßt du im Sandkasten und Steine gegessen. Der kann sich nicht immer an alles erinnern, der ist doof, Mann. Da sind doch alle seine Milchzellen weggebrochen. Ich bin komplett noch verpeilt, Mann. Was macht dein Bruder? Der schläft noch. Dann weckle mal. Dann kassier ich glaube Schläge. Pax nur muss aufpassen, ne? Der Spielplatz muss verteidigt werden. Ja, von wem denn? Der Teufel darf nicht untergehen. Er macht den Stress. Ja, so... Ich weiß nicht, wie man die bezeichnen kann. Hallo. Schmutz. Der Schmutz macht Stress, oder was? Dachdecker. Dachdecker. Auch. Welts? Ja, bitte? Verpiss dich mal. Warum? Ja, verpiss dich. Denk ein bisschen weiter. Okay. Bademeister ist auch schon unterwegs. Ja. Aber ich glaube, die sind sich rumzählend oder so. Ja, ja. Und Jammer rennt hier rum und beobachtet alle und sagt kein Wort. Er ist in seinem Film, Junge. Du kennst ihn doch. Der hat schon wieder die Funk-Codes auswendig gelernt. Der ist blinde Style. Habt ihr alle Taschen auf, man? Habt ihr da alles drin? Klamotten willst du weg haben? Ne, erstmal nicht. Brauchst du Pistole? Hab ich. Als ob ich den nicht ausrüste mit Pistole, Alter. Ja, ey. Ich hab halt hier noch ein Letters für den Fall der Fälle. Müssen wir nochmal zum Baumarkt oder haben wir noch, ähm, Dings? Kabelbinder. Ich hab keine gehabt. Ist der Baumarkt mit Davis? Ja. Ja? Ich hab fünf. Ja, Megamoll, ne? Ja. Halt immer nur auf. Ich hab auch keine mehr. Packs immer nur, ja, Packs musst du aufpassen, ne? Oh, wer? Es kann sein, dass Leute kommen und dir die Ohrlöscheln anzählen. Was machen die? Ohrlöscheln. 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 Bekommst du einen vom Tabernakel. Verstehst du? Sind das viele, oder was? Keine Ahnung. Ja, Pistole hab ich ja, ne? Richtig, richtig. Ja, wenn du hier abhängst, dann musst du aufpassen. Das ist so ein Drogenumschlagsplatz, aber... Was? Die viele Feinde. Boah, du hättest das gestern zählen müssen. Nö, wir haben keine Feinde. Nee. Eigentlich haben wir keine, nein. Wir machten den Stress, ihr oder die anderen? Die haben angefangen, wegen der Handynummer. Ja. Wegen was? Wegen der Handynummer. Ja. Das sind Mädchen, die hat ihr Handy nur mal in den Bates gegeben. Okay. Und damit kam wohl einer nicht zurecht. Eifersucht und er weiß doch Liebe. Ei, ei, ei. Nee, das ist nicht, denkst du, das ist dein kleiner Bruder, der packst. Da fragt man sich, warum, ne? Hat jemand hier von den angemeldeten Jugulenis... Wie bitte? Hat jemand von den angemeldeten Jugulenis den Schlüssel doppelt? Nein. Nee. Ich kann Schlüssel abgeben, weil ich fahre dir eh nie. Nein, nein, du behältst die Schlüssel. Aber ich glaube, ich habe gar keinen. Ja, doch. Ja, endlich. Muss ich glaube, Kyuri. Was geht? Was geht? Ah. Hätte ich gesagt, können wir denen mal kurz einen Schlüssel geben dafür. Wir gehören ja in die Wohnwagen da ganz hinten, Alter. Uns. Ja. Ja, wir haben keinen Platz mehr hier. Pen so viele Leute. Scheiße. Du kannst ja nur den Schlüssel von was angenommen geben. Aber wenn du eine Karte benutzt... Ja. ...dann pack die auch wieder, ne? Ja. Und schließt ja auch bitte ab. Und trittst du in den Knie, Alter. Und auch bitte tanken. Und Mila ist tabu, das meinst du heute. Ja. Ja, klar. Natürlich. Wenn du merkst, oh, das ist ein bisschen knapp jetzt so, dann kannst du... Hast du gehört, Pexin? Das ist mein Mila. Und wenn du einen Schlagplatz brauchst, kommst du zu mir. Du wickst da. Die darf nur nicht küssen. Ja? Ja. Sag doch oben mal was. Ist das dein Schiffke da hinten? Sag doch oben mal was. Ja. Ja. Genau. Ist das deiner? Ja. Hände weg. Pfoten. Pfoten. Pfoten hab ich nicht. Nimm die Hände runter. Nimm alle mein Geld. Hands down. Take all my money. Du wohn the wrong motherhood neighbor fucker. Du wohn the wrong turf fool. Wrong turf fool. Fai wo, fai wo. Ach wo. Ach wo. Boah. Ich hab schon... Ich leb schon so lange hier aber ich lerne immer mehr, ne? Oh oh. Oh auto 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 auto. Oh oh oh. Oh oh oh. Nein 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 nein. Das ist doch Hase, hab ich hier nur gesehen. An der Nase? Nee, ich steh hier. Oh stimmt's. Ich steh hier neben mir. Ich rufe nachher mal den T-Boldern von dem 5, 6. Warst du Baumarkt? Memo? Nee, ich war nicht Baumarkt. Ja, Bruder? Ich muss mal eben rohlen. Hat sie halt ziehen lassen. Ich glaube, ja. Aber das riecht nach Elfentrank. Ich glaube aber, man kann gut aufhören zu rauchen, wenn man da diese Nummern anruft, die ihnen dabei helfen. Ich glaube, die haben echt viele gute Tipps, wie man aufhören kann. Nee. Hat er schon einer ausprobiert? Wo fährt sie jetzt hin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Klamottenladen. Ja, oder Baumarkt oder so. Frag die mal. Was telefonierst du meiner Toll denn da? Oh, telefonier jeden Tag. Es reicht. Halt, stopp. Aber cool ist da halt mit Huffpacks hin. Was? Coole Schuhe, woher? Ein, zwei, drei, vier. Wohin fährst du? Oh, Polizei. Alter. Ja, ich glaube, die wollen uns Hops nehmen oder so. Was? Die Hops nehmen. Oder die wollen irgendwo anders hin. Ich hatte eben schon nach dem Flieger, wo ich ausgestiegen bin, den Stress mit Cops. Eben gerade kam nur eine vorbei. Und jetzt sind es, glaube ich, vier oder so. Aber kann auch sein, dass die wollen. Was ist das für eine Kara? Und noch eine, guck. Guck mal, alle doof, damit die nachher mal... Wie sind die Cops drauf hier so? Keine Ahnung. Solange du dich nicht wie ein Vollidiot benimmst und einen auf Hood-Anwalt machst, dann ist die mega in Ordnung. Ja. Du kennst das so, ne? Du kommst aus der South-Seite und auf einmal mutierst du zum Anwalt. Wenn du scheiße bist, finde ich damit ab, dass du gepackt werden kannst. Und dann ist halt so. Mhm. Ich war bisher zweimal im Gefängnis schon. Aber es ist alles nett und... Kommt halt auch drauf an, wie du doof bist. Musst du schon lackern, ne? Im Gefängnis. Der Deal hat uns auch mal Joints geschenkt, als der hier vorne war. Was? Die Joints von wem? Ja, den Washington. Ich weiß nicht, was ist der denn? Assistant Chief oder so? Keine Ahnung. Achso, ist das ein Cop oder was? Ja, FIB oder Cop. Und ich gebe dir einen Tipp. Was denn? Wenn du unbedingt was kriminell machen willst, vielleicht irgendwas ausroben oder so. Mhm. Achte darauf, dass du kein Geld auf dem Konto hast. Weil die fänden dein Konto komplett weg. Ja. Mhm. Ja. Hättest du das gedacht? Ich hab mein Geld unter der Matratze versteckt. Dann muss ich halt auch irgendwo verstecken. Ich hab grad irgendwie nur 500 Dollar auf dem Konto. Alles klar. Gib mir einfach dein ganzes Geld. Ich pass auf. Also theoretisch, ne, wenn man sein Geld in Sicherheit bringen will, könnte man das eigentlich auch komplett im Online Casino einzahlen, ne? Ja, ja. Einer von euch da hinten? Mit dem gelb-schwarzen Pulli? Gehört's? Jeff K. Okay. Wenn du das schnell auszahlen kannst, aber wenn die Steuerbehörde kommt, dann können die Steuerhinterziehung machen, dann kommst du ins Gefängnis. Hm. Oder nicht? Keine Ahnung. Weiß nicht. Oder ich geb den anderen zu Texten. Aber wie denn nicht wer? Wer hat einfach keine kriminelle Schwein? Find ich einfach. Nur bist du nicht. Geh den Graden weg. Den Graden weg? Ich war mal so ne netter junge Mann und jetzt steh ich hier mit Knarren hart. Weil der Törf muss verteidigt werden. Ja, Mediziner. Genau. Der FG sieht aus wie eine Biene. Was kommt denn da angelufen? Ich glaub das ist der Ghost. Was für ein Ghost? Er ist Ghost. Ghost. Der chillt hier immer. Der chillt hier? Der chillt die Leute an oder was? Halt den Gehfehler? Ein Auge nach links. Hey Ghost! Der ist doch im Arsch. Pack den Gehauf von den Graden weg. Okay, warte. Jo, was geht? Ghost, junger Mann. What of course? Jo, was geht, Mann? Wo bist du? Was? Bist du Ghost? Ja, Mann. Ich nenn mich Casper, okay? Jo, ich sag, Mann. Casper ist ein cooler Name. Alles gut? Ja, bei dir. Ja, Mann. Ja, fuck. Gibt's wieder Stress oder warum? Ja, der Turf muss verteidigt werden. Fuck. Und sonst war das gut bei euch? Geht nicht erst? Ja, Mann. Bei dir? Ja, auch, Mann. Bisschen langweilig, auch. Geht nicht wieder ab? Nein, Mann. Cody? Cody? Ja, der Bürgelern. In der South Side. Ah, ich weiß was du meinst. Da arbeitet doch einer hier, ne? Der Chap. Der hängt ja oben ein Schmab. Ja, schau mal vorbei, ja. Ich komm gleich wieder. Okay. Peace, Bruder. Lass dich nicht anquatschen. Du auch nicht, Mann. Tight, Alter. What's your bag, Mann? Ja, what's your bag, Homie? Aber ich kann das... Mittlerweile kann ich das für gut, ne? Das ist korrekt, der Chap. 5-0. Ging, Ging. What's your bag, Homie? Ähm. Die wollen eine Bunkter, Fool. Und all so ein Quatsch. Ja, ja, komm bei mir. Ja, komm bei mir. Nein! Meine Sackle Nummer nein. Nein, das geht nicht. Hast du von dem Krankenhaus auch gemacht? Nein! Ja. Ja. Oh, ich glaube, du darfst keine Rede mit dem. Dem, äh, Ghost? Aber Ghost ist auch ein cooler Name. Genau wie Casper. Könnt ihr mich Little Pips nennen? Oh, Auto, Auto, Auto. Vollbesetzter Auto. Oh mein Gott. Das sind unsere. Ich muss schon meine Hände aufnehmen. Ne, doch nicht. Oh, Taxi, Taxi, Taxi. Autos. Ich habe Angst. Taxi geht den gerade weg. Ne, kann ich nicht, Mann. Doch, du musst. Ich kann einfach nicht gerade... Ne, ich kann nicht gerade laufen. Ich kann nicht gerade laufen. Ich kann nicht gerade laufen. Guck, was mit mir passiert, Alter. Was für Saufen? Ja, wenn du nicht gerade gehen kannst, dann machst du ja wohl einen Gesotten. Brauchst du Stützräder? Ne, brauch ich nicht. Das sind die Jungs. Das sind die Jungs. Das ist Jack und Jamar. Was geht's? Ich bin auch schon die ganze Zeit hier. Ja, aber dich kann man leicht übersehen. Wie sollen wir dich nennen? Crazy. Crazy. Bist du verrückt? Crazy. Ich bin verrückt. Okay, und ihr nennen mich Little Pips, okay? Ja. Können die mich Little Pips nennen? Ja, Little Pips. Little Pips, okay? Ja. Nicht mal Kürtel. Nur Pips. Ja, Little Pips. Ist okay, Little Pips. Okay, ich finde nicht Little Pips, Kürtel. Little Pips. Little Pips. Little Pips. Little Pips. Little Pips. Also Little, nicht Lil. Little, doch Lil. Also Lil. Lil. Ja, aber das wird Lil ausgesprochen. Little Pips. Little Pips. Little Pips, ihr Motherfucker. Okay, richtig. Habt ihr verstanden? Little Pips. Okay, Little Pips. Beüben das und nochmal. Okay. Little Pips. Jetzt is... Lmal die Waffen nicht... Little Pips Motherfucker. Little Pips Motherfucker. Little Pips Motherfucker. You are in the broncturfhool. Okay. Liebe Romturfhool? Ah. Little Pips. Jeff Kremka Book ist es denn? Warum sagst du's nicht. Ne, eher meh. IBM pretzes 자�er. Whee! Wie ist mein Name? Little Pips? Genau. ChAAAAA. Lillepips. Nein, Lillepips. Ich kann es nicht aussprechen. Lillepips. Oder einfach nur Pips. Oder Lillepi. Nein, nicht Lillepi. Lillepips. Alles klar, Pipsi. Nein, nicht Pipsi. Hä? Nicht Pipsi. Okay, Pipsi. Lillepipsi. Pipsi? Wusstest du mir nur umzählen? Äh, Achtung. Hör mir zu, du Schweine. Ja? Wer kommt? Ab sofort. Hör mir zu, guck mich an, wenn ich mitrede. Ja, ich guck... Okay, warte kurz. Wo hab ich denn das Bild von deinem Auge? Okay, ja? Nimm das Wildbushil und sabbe. Ab sofort nennst du mich Lillepips. Keine Wildbushil. Ich brauch nen coolen Namen. Ähm... Ich hab grad Ghost kennengelernt. Der ist voll cool, der Name. Weißt du? Ja, aber der Typ ist komisch. Egal, ich bin auch komisch. Aber ich will Lillepips genannt werden. Na gut. Okay. Ich versuch's. Wird's auch nen coolen Spitzname. Ich hab doch einen. Ich bin OG Toasty. Achja, Entschuldigung, OG Toasty. Ja. Okay, und ich bin Lillepips. Ich mach bald Musik mit Autotune. Echt? Ja. Wollen wir dann... Ein Feature machen? Okay, machen wir. Okay, teiter, teiter. Willst du umzählen? Ja. Ja, dann schwingen dein Ding, will du her. Bis gleich. Und dann dran. Lillepips, halber UFO. Boah, das wär so Kicker, wenn ich mit der Feature machen würde, so auf Kicker-Basis, APL-Song. Aber wer weiß, mal gucken. Ich hätt schon Bock. Okay, ist geklaut. Scheiß Lillepips. Also, nochmal. Oh, warte. Ja. Warte, warte. Ja, das werd ich angerufen, warte. Ja. Okay, gib mir zwei Sekunden. Pumf, pumf, pumf. Sechs, zwei, fünf. Ja. Null, sieben, eins, acht. Kratzi. 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 Kratzi mit C. Geh mal kurz dran. Er ruft an. Ja, geh mal kurz dran. Gut, jetzt kannst du das abspeichern. Name? Jak. Ja, jetzt ruft mich jeder an. Chat, ihr müsst mich jetzt auch Lillepips nennen. Bitte. Bubbles, danke für den WeSup im vierten. Küsst mich. Hoffigen Dankeschön für den... Nee, gar nicht. Hat gehostet, Dankeschön. Mit den drei Koppers, mit denen du hergekommen bist. Und guten Abend. Kleiner Dank für den WeSup 24. Nein, nicht Lillepips. Lillepips. Halt auf, mich zu verarschen. Tut den Duplo weg. Scheiß gleich, Junge. Wenn ihr mich ärgert, ne? Nein, nicht BigPips. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Lillepips. Duplo weg. Ruhe. Ruhe. Ach, ihr seid ärgerecht. Ich rede nicht mehr mit euch. Cyrus habe ich auch nicht. Wer? Fraser, kann ich dich anrufen? Kannst du ja. Wer? JFK hat noch weniger Überblick als ich. Finde ich gut. Kannst du machen. Ich habe auch noch weniger Nummern drin. Ja, für Notverhalten ist es nicht verkehrt, wenn wir alle haben. Gürtel? Ja. Hast du die Nummer von Hayes? Was willst du, Motherfucker? Was willst du? Okay. Lillepips. Fraser. Brauch einmal die Nummer von Hayes und von Cyrus. Von Hase? Wie heißt du, der mich gerade einmal angerufen hat? Ich bin der Memo. Der Memo. Ja. Perfekt. Ich habe die Nummer von Hase nicht. Hast du nicht? Okay. Hast du die von Cyrus? Ich gebe die jetzt erstmal von Hayes raus, okay? Nein, ich habe die nicht von Cyrus. Also Hayes. Wollte ich auch aufschreiben. Warum habe ich die Nummer nicht? Kannst du machen. Geh was, der Hayes. Ja. Funt, Funt, Funt. Nein, nicht Lillepips, noch nicht Aldi-Pips. Lillepips. Wie klein. Kennt ihr nicht Stuart, Lillepips? Was braucht ihr noch? Kacknerge. Kacknerge. Ich knall euch ab. Nein, auch nicht Rewe-Pips. Okay. Fragt mir, wenn ihr bereit seid. Nein, auch nicht Penny-Pips, Alter. Funt, Funt. 9, 8, 2, 3. Lillepips. Das ist mein Rapper-Lama. Und OG Toasty. John habe ich auch nicht. Ich brauche von Cyrus die Nummer und von Hasel. Die habe ich gerade beide durchgesagt gehabt. Wer bist du mal, Pfeffer? Welche Nummer wählt ihr gerade? 8, 5, was? 8, 5, 1. Hört es. Ja. Ruf mal kurz an. Okay. Was geht ab, Lillepips, um die Gang? Nein, Lillepips, nicht Lillepips. 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 So eine kleine Pizza wäre jetzt nicht schlecht. Lillepips. Zawes. Glaube ich. Ja. Du schwarze Anbauer, gib mal deine Handy-Nummer. War das was du zu mir gesagt? Du schwarze Anbauer. Achso. Der Typ von Hawaii heißt auch Zawes. Oh. 5, 5, 5. Ja, 982. Ja. 3, 0, 7, 1. Ich rufe dich kurz an, okay? Mach mal. Ui, warte, wer hängt. Was ist eigentlich mit... Hallo? Perfekt. Okay. Weiß nicht. Chaleb ist immer nur Playstation am Spielen. Mit Goofy zusammen. Was spielt ihr da? Ich glaube, die spielen irgendwie Zelda Shadow in the Moon Limit. Footprints on the Moon. Johnny Schüssel? Ist der Cody von Cody, sondern der andere Cody? Ja. Ja, der ist doch jetzt so, weil er war gestern da. Okay. Geh mal zum Nila. Was ist denn der Schlüssel? Ich glaube dann... Bratatatat. Bratatatat. Amelgadu. Bratatatatat. Boah, ich bin jetzt voll motiviert, aber ich einen neuen Künstler im Namen hab. Hättest? Nein, nix. Ich bin nicht, ich kenne Schott. Guck mich mal an. Nein, ich kenne keinen Kultes. Ich reagier auf den Namen nicht mehr. Lennepid? Ja. Boah, das ging um so auf die Wand gefallen. Der Schwein. Wo ist der? Aber bestimmt eine Racheaktion. Bandetta, renn besser. Erstmal eine Kippe. Boah, ich hasse dieses Motorrad, ne? Memo, ich hasse es wie die Pest, Alter. Hey, chill, Mann. Das ist nur der Ghost. Das ist der Ghost. Ja, ach so. Weil du bist gegen die Wand gefallen. Wie? Ich bin gegen die Wand gefallen. Ja, guck mal, du bist voll gegen die Tür gebrettet. Wenn der drin besser als der Pips ist. Kingbanger. Ja, Mann, fühl dich. Mal gucken, ob wir Milas Mikrofon so konfigurieren können, dass wir aufnehmen können. Ich mag das nicht. Frank kauft es ab. Today nicht. Hast du den Park angerufen? Nun? Warum? Ja, wegen Aktion. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ein Ghost, du hast du Angst, gibt es die Gehalte? Willst du mir eine schenken, Mann? Na klar. Oh, fuck, Mann. Oh, geil, Mann. Warte. Oh, danke dir, Mann. Kein Ding. Bist du ein Nyankee? Ein Nyankee? Nein, Mann. Bist du süchtig und halt Drogen? Nein, Mann. Geh den Geraden weg, Bruder. Schließ dich die Kirche an. Mach gemeinnützige Arbeit. Gehen wir zu der Church jetzt und gehen bet, Mann. Ich würde gerne zu der Church gehen, aber die hat nie auf. Ja, sollen wir jetzt schnell zur Church gehen und bet, Mann? Nur, du brauchst einen Priester. Ghost, du bist der Priester, Mann. Ich schreibe, du bist der, der zieht zu. Äh. Hier, der ist doch ein Priester, Mann. Nein, Ghost, du musst ein Priester werden. Sollen wir mich jetzt zum Priester machen, hier, Mann? Hol dir mal so ein Gewand und zieh keine Hundebox an. Ja, Mann, ja, Mann. Lass baumeln. Oh, Auto, Auto, Auto. Auto? Ja, aber hier musst du vorsichtig sein. Weil ich gegen die Wand gefahren bin, oder was, Mann? Nein. Boah, der ist immer nur mit seiner Perle unterwegs, Jun, ne? Nee, das ist eine andere. Das ist das gar nicht. Ekelhaft. Knallst du heute noch, Mann? Was meinst du? Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich hoffe nicht. Das ist ein Pakt zum Chillen, der soll nicht geknallt werden. Nur ein Silvester. Zwei Monate nur noch, dann kann man wieder knallen. Drei Monate noch? Alright. Zwei. Zwei. Dann ist es Weihnachten. Was wünscht ihr euch? Boah, fuck, so ein Impala wäre geil, Mann. Wie toll ist der? Keine Ahnung, den gibt's, glaube ich, gar nicht. Aber den soll es mal geben, Mann. Ich will ne Playstation, die heilige Spielkonsole. Ja, welche denn, Mann? Ja, die Playstation. Ich hätt gerne eine Wohnung. Das hätt ich auch, Mann. Ich penne mein Auto. Jun, ich hab den gerade mal vier Tage oder sowas und da ist schon alles drin, was du haben kannst, Mann. Hast du einen Motor umgebaut? Nein, Mann. Mein an Sachen, Müll, fuck, alles zum Wohnen. Kau, würdest du so einen Camping machen? Ja, Mann. Camping. Die sind nicht teuer. Wirklich, der ist nicht teuer. Echt nicht? Ja, diese gebrauchten kostet, glaube ich, 5000 Dollar. Aber wir sitzen da vorne im Auto. Bestimmt ein Spionagetyp. FBI, Mann. Herrlich. FIB, open the door. Fuck, ich brauch so ein Gewand. Ich will Priester werden, Mann. Wo gibt's das? Geh mal im Klamottenladen gucken. Wollen wir gucken gehen? Nee, ich komm nicht mit dir. Ich darf nicht mal den Fremden mit. Wie fremd? Ich bin Ghost, Mann. Ja, aber ich kenn dich noch nicht so lang. Oh, fuck. Ich kenn den Ghost. Der ist geil. Dann küß den doch, Memo. Verkauf lieber mal den Moped. Hallo, lass mich in Ruhe. Verkauf du es. Du hast Zeit. Gib mal was zu trinken, Memo. Scheiße. Welches Moped, Mann. Eines Sanktus. Herr Frank, kauf es. Komm mit, Curtis. Wohin? Wolltest du was trinken? Bumm, Junge. Äh. Ich hab immer Feltes Salz. Hab ich jetzt irgendwie zu viel gekifft, Mann? Oder bist du jetzt gerade rot angezogen, Mann? Ja, ich bin schon die ganze Zeit rot. Oh, alright, Mann. Ich hab gleich zu viel geraucht, Mann. Du kack, Junkie. Geh den Kran weg. Geh ich doch, Mann. Ich geh jeden Sonntag beten, ha? Ja, pray for the Lord. Gib mir ein Halleluja. Halleluja, Mann, Nigel. Hey, hey, hey. Hier wird nicht die N-Bombe gedrobt. Mann, du bist doch selber ein N-Bomb, Mann. Nein, das ist aber nicht gut. Wer ist denn eigentlich das da hinten? Frechdachs. Oh. Ja, der da mit seiner... Das ist der John mit der Scarlet. Ach, das ist Scarlet. Halleluja. Halleluja, ich küsse deine Niere. Ja, auch. Der Typ reicht. Wer bist du? Das ist Casbah. Casbah, Passbah. Du Scheiße. Aua, mein Ohr. Brutus, danke für den Prime. Sehr viel Polizei. Im Zweiten. Wo ist Polizei, Mann? Der Ecke. Okay, bleib du hier. Check aus. Möchtet Outlauge. Powerhurt, danke schön für den Prime 19. Nabi, danke für den Prime 9. Aua, aua, aua. Domtörner, danke für den Prime 2. Lil Pips, bester Mann. Sleigh Raw, dankeschön für den Reset im 5. Fünf Monate schon, ja. Mr. Rein in die Olga. Hat für den Arme. Danke für den Prime 20. Nostleut d4u, danke für den Reset im Zweiten. Bubbles, danke für den Reset im Vier. Night, Night, 3D, danke, Bukulu. Nein, nix, Lil Pips, Junge. Okay, ist jetzt solche Ärgerer, ohne Witz. Aber seitdem ich die FPS auf 90 gecappt habe, keine Codierungsfehler mehr, Mann. Was geht ab, wo ne Puppen? Hier sind keine Polizisten. Scheiß Lügner. Sag einfach Night, okay. Ah, Stewie, dankeschön für 100 Bits. Warum wird mir das nicht mehr angezeigt, Alter? Was ist eigentlich besser, Prime Sub oder normaler? Stufe 1, Sub für den Streamers. Beides das gleiche, ne? Nur das Frame Sub halt für dich kostenlos ist, ne? Du zahlst ja, glaube ich, im Monat oder im Jahr 50 Euro für Dings. Ich weiß das gar nicht. Ach, Mr. Crunch. So viel Liebe verkrafte ich nicht. Was geht ab, Haki? Im Jahr, 50 Euro im Jahr, oder? Im Monat 8 Euro. Ja, aber du kriegst ja dann für die kostenlosen Sub, kriegst du ja noch da die ganzen Filme und so. Dankeschön, Crunch, man. Viel ihm Dank. Da können wir nochmal Liebe geben. Hast du gerade das Auto gesehen, was hier vorbeigekommen ist? Ne, warum? Unbesetzt. Unbesetzt. Mit was? Mit deinem Auto. Und die sind da gegen die Straßenlaterne gefahren. Den hat Jacks gerade, ne, ne, das weiß ich nicht. Sag mal, hast du einen Tee oder so? Das ist aber Jacks egal, das weiß ich nicht. Pass auf, da kommt jemand. Wer? Der ist richtig hässlich hinter dir. Das soll du wälzt. Ja, der ist voll hässlich. Wälzt, du bist hässlich. Mama, sag, du bist hässlich. Alter. Oh. Glaubst du das dem? Sei ehrlich. Ja, schon, nachdem du vorhin so frech warst im Krankenhaus. Ja, äh, ach ja. Der wollte wieder... Ich hab angefangen 2017. Bleib doch hier. Dein bestes Stück. Du bist unnötig Leute im Krankenhaus und mach dich dumm an. Honeycake, danke für den Prime 17. Der haltet mich stehen lassen mal, ne? Ja. Da wurdest du dich. Der Wixer. Und wegen dem haben wir jetzt unnötig Kopfschmerzen. Ja, wegen der Nummer. Ja. Ich lässt er da stehen, da macht er Faxen. Die Leute sind am Arbeiten und der nervt dir die ganze Zeit. Ja, wer bist du? Pass dir auf, Junge. Yo, fuck. Pack deine Strap weg, Mann. Ich bin Gorus. Ach so. Ich seh nicht so gut. Hey, blind. Guck dir meine Augen an. Ja, ich seh's, Mann. Fuck, was hast du gemacht? Ich hab bei einem Wettbewerb mitgemacht. Wer kann länger in die Sonne gucken? Äh. Wer hat gewonnen? Ich. Das sieht man, du. Darfst du überhaupt zur Autofahren? Na klar. Na klar. Du kannst was sehen, ha? Ja, natürlich. Alright, Mann. Und sonst so? Nichts Schöne. Kevin. Bisschen Slab wegballern. Du wolltest den geraden Weg gehen, Mann. Ja, aber ich geh doch den geraden Weg. Mit Kiffen? Warum? Das kommt aus der Erde. Das hat Gott uns geschenkt. Ah, fuck. Hast auch mal wieder recht, ha? Jesus hat auch gekifft. Woher wird's das wissen? Kennst du den? Du warst mein Großuronkel, Mann. Wusstest du's nicht? Na, du lügst. Ghost. Sag doch schon alles, Mann. Ich wurde von Gott hierher geschickt. In die Southside, Mann. Weil du Ghost heißt? Yeah. Nein, nicht, weil ich Ghost heißt, weil ich von Gott erwähnt wurde, Mann. Pass zum... Uh! Tu mal dein Wokitoki, ähm... Dein Handy macht komische Grünsche. Ah, ja, right. Das macht so... Mein Handy. Oder bist du in den Koper? Hast du ein Funkrad dabei? Nein, Mann. Hast du gesucht, ne? Pass auf, Auto, Auto, Auto. Oh, ein Goodlifeboy, oder was? Ja, dass einer von den Gans reichen sollte. Ah, voll. Du willst das Auto mal fahren, ha? Ja, dann fragen den du. Ja, ich hab ein Strap dabei, Mann. Der Typ heißt Petzmann. Petzmann? Ja. Geh hin und frag Petzmann, da hab ich Autofahren. Nein, Mann. Wenn, dann schon auf... Auf Southside-Weg, ha? Was heißt das? Nicht, was der Southside-Weg ist, Mann. Wohnst doch hier. Ja, aber ich bin kein Gang-Mitglied. Auch Gang-Mitglied. Ich kenn deinen Kodex nicht. Ich bin Hangaround. Bist du in einem Hangaround? Je, je. In einem Prospekt? Nein, Mann. Vom Motorrad-Club? Niemanden, Mann. Ich bin der... Ich bin der Prospekt der Southside, Mann. Du bist in der Filiate. Right, Mann. Der Typ ist voller befordert, Alter. Das nehmen wir als OG Toasty. OG Toasty? Und ich bin Null Pebs. Warum OG Toasty, Mann? Weil die steht auf Toasties. Kann die auch Toast machen, Mann? Ja, aber die kann einen Pitbull holen. Hör mal den Pitbull. Pitbull? OG Toasty. Zeig deinen Pitbull. Hör mal den Pitbull. Hör mal den Pitbull. Oh fuck. Hab besser den Restreper. Ja, Respekt. Ja, besser so. Sonst boxe ich dich weg. Oh shit. Behältest du mal unseren Gästen, motherfucker? Ich bin... Du nennst mich mal den Pucka? Guck in den Lauf meiner Knarke, bitch. Du nennst mich, motherfucker? Du nennst mich Bitch, bitch? Entschuldigung. Yo, chill, Mann. Ich wollte das nicht. Mhm. Entschuldigung. Guck mal her. Yo, yo, Mann. Guck uns nicht zu, wenn wir knuteln. Genau. Ja, mach mal jetzt, Mann. Du kranker. Ja, ich... Wir haben doch... Jetzt guck dann chill, ne? Du geiles Song. Ich hab keine Augen im Rücken drin. Ja. Toast, oder was? Das ist ein Toastie. Tell dem man's Toastie. Und wo die Toast, der ist Toast. Ich bin Little Pips und du bist Casper. Oh, holt, 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 holt. Das war knapp. Ich hab keine Angst, deswegen bin ich nicht zur Seite. Ich hab auch keine Angst mehr. Ich bin die Mauer. Und ich bin die Welle. Die Welle lebt. Die Welle lebt. Die ist nicht tot. Die Welle, das... Das war mein Traum. Aber die Welle bewegt sich und ist hart, Mann. Au. Au. Bap. Die Sau ist halt gefährlich. Man muss immer so ein Tor verteidigen. Ja, ja. Ja, ja. Die ist so gefährlich. Hier ist direkt ein PD gegenüber, Mann. Manchmal schießen die einfach aus dem Fenster rüber. Das haben die stillgelegt, weil die Angst vor mir haben. Angst vor dir? Ja, vor mir. Ja, dann treibt die doch mal aus der ganzen Stadt. Die Bullen, Mann. Na, dann ist ja... Dann herrscht ja eine Ski. Ja, das ist zu viel dann. Dann macht jeder, was er will. Und ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Ja, macht doch sowieso jeder, Mann. Das stimmt nicht. Ich war schon zwei mal im Gefängnis. Hm, hm. Ich noch nicht. Ich wurde noch nie erwischt. Warum? Weil ich kaspel. Ja, John ist schon wieder mit der Alpen weggefangen. Was? Ja, die fallen immer kurz weg, ne? Was hast du denn gemacht? Ja, da sollten wir hier so ein bisschen... Was? Was hast du denn gemacht, Ghost? Mö, ich bekomme nie das Ding frei, Magazin. Guck mal. Was ich immer gemacht habe, Mann. Ja? Warte, ich mache. Ich bin jetzt hier oben in der Eastside, am Miro Park, Mann. Hm, hm. Bin zu den Himmeln gegangen, Rain. Hm. Hab dem meine scheiß Waffe ins Gesicht gehalten, na? Da hat er mir erst mal schön 30.000 gegeben, hab. Hey, bist du bescheuert, dass du da arbeiten, wir? Genau. Du hast die Tankschle vom Frank ausgehuckt. Vom Frank. Ich verpasse dich. Frank, das interessiert mich nicht, Mann. Ey, aber uns, wir arbeiten da. Hallo, hörst du nicht? Hörst du nicht? Hallo, wir arbeiten. Ich will doch trotzdem dein Geld machen, ha? Ja, gib mir erst mal das Geld, was du da machst. Pass mal auf, Motherfucker, mach jetzt hier nicht die Welle. Ich bin die Welle. Die Welle lebt. Genau. Überfall nicht mehr unsere Tankstelle. Überfall die ne Großstreet. Genau. Du bist aber in der Southside, Mann, und ihr lebt in der Southside, und ihr müsst doch die Southside reprenzisieren. Nee, wir müssen gar nichts. Wir sind nur ein Junkie Park. Wir sind keine Schwanzwixer Gang. Genau. Ja, aber ihr seid der Junkie Park. Ja, hier wird gekäfft. Hier wird Emma, Emma, Escoline genommen. Genau. Bisschen Hero, bisschen Speed, bisschen... Bisschen Pep-Bombe. Pep-Bombe. Ja, bisschen... Bisschen Uppers und Downers. Und dann gehen wir in die Kirche, Mann. Bisschen Schoge rauchen auf Blech. Ja. Bisschen Krokodil. Bist du mir jetzt alles aufzählen, Mann? Ich überlege, was du denn noch sollst nehmen. Das zum Schnüffeln, Kleber, uhu. Helium, Dachgas, Mann. Ja, Helium. Mila hat Helium genommen und seitdem ist die Stimme nie wieder normal geworden. Scheiße. Ja, das ist so ein... Ich weiß, dass ich auf jeden Fall kein Helium nehme. Psycho-Aperfekt. Aber ich hab gehört, es gibt ein Helium. Bei Fang, bei Fang, kann ich Ihnen helfen? Ja, du kannst mir wirklich sehr gut helfen. Wieso sind hier Lose, wo Leute 5000 Dollar gewinnen? Ich dachte, die sind alle geeicht. Was für Lose? Hier hat gerade jemand an der Tankstelle ein Los gekauft und hat 5000 Dollar gewonnen, Curtis. Wieso sind hier Lose, die funktionieren? Was hast du hier unten reingelegt in die Schubladen? Ich hab nix reingelegt. Das war halt die Mittagsschicht. Das war die... Das war die Pupa. Okay. Ich hab hier einen Typ, der hat eine Tankstelle überfallen. Wie, wer denn? Ich will dich nicht verraten. Ach so. Du hast das Geld bestimmt von der Versicherung wiederbekommen. Nein, hab ich nicht. Ich bin nicht versichert. Du bist nicht versichert? Nee. Der Typ heißt Engel. Engel. Engel hat die Tanke überfallen, Mann. Der Typ heißt Engel. Angel? Nee, Engel. Ist mir doch egal. Warum arbeitest du nicht? Du bist gebahrt. Was hast du hier zu tun, ne? Ja, aber wir waren gestern kurz am Arbeiten. Habt ihr? Lief gut? Ja, bis dahin. Bisschen oder gut? Nicht so gut wie vorher die Tage. Aber wegen der Stimme nachher will ich arbeiten. Ja, ich bin auch gerade. Jetzt sind wir hier gerade mit richtig vielen Leuten. Ganz viel später immer durchrufen, falls wir abends machen. Ja, vor allem sind die Kaffeetasse rein, ne? Das ist unser Geld. Klar. Meinst du neben die Lose, wo man gewinnen kann, die da irgendwie plötzlich liegen? Ja, wenn du so Lose reinmachen musst, die nicht gewinnen, dann nimm doch die Lose rubbeln alles frei und guck, wo wohl die Gewinnerlose sind. Das verstehe ich nicht. Du kannst doch gleich anrufen, wenn die auflegen direkt. Da hat die jetzt echt... Ja, mach doch, halt die Nummer schon bereit. Fang, ich muss auflegen. Die nerven mich ja. Ja, tschüss, sauge rein. Jetzt huf an, Memo, huf an. Ich bin so Schangelchen. Oh Mann. Und was bist du so für ein Typ, Gast? Für ein Typ. Ein unsichtbarer. Ja, das ist ein unsichtbarer. Ein leicht so durchschaubarer. Aber ich seh dich. Nein. Doch. Nein. Doch. So schnell wirst du Leute los. Das war leicht. Und wieder. Ich seh dich immer noch. Ich seh dich. Und deswegen Ghost. Du hast dich eine Zeit lang nicht gesehen, hau. Läuft voll dein Mund runter, die Rotze. Ja, ne. Ich bin mal kurz weg, okay? Ja. Hau rein, Alter. Ich hab'n Date. Als ob du ne Fohlen denn hast. Was bist du denn für ein Typ? Der hat ein Date mit Walle. Was? Wer? Das geht dich gar nicht an, weil warum hast du das echt zuzuhören, wenn ich was sag? Du hast gesagt, der hat ein Date mit Walle? Ja, okay. 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 Verkauf du das Ding verkauf, du Scheiß-Mopper-Ding. Wenn du das Ding verkaufst, wie kommst du wieder zurück? Oh, vielleicht gibt's hier ne Frau, die Walle heißt. Okay. Ich glaub' ich glaub' nicht, dass die dir jetzt in den Stream-Moment. Danke. Ich bin richtig ernst zu nehmen. Ja, ich merk' schon, Mann. Ja. Ja. Nehm' dich auch ernst. Ja, ist auch besser so, ich bin nämlich krass. Oh, du tost dich. Nein. Wenn ich will, dann tost ich dich. Wo ist denn dein Toaster, Mann? Ist das Fahrrad auf? Halt dir mein Fahrrad? Hä? Halt dir mein Fahrrad? Boah, weiß ich nicht. Hm. Dann fahr ich mit dem... Malo! Puh. 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 Es ist wirklich distresslos Single-Port acompanisat, das kannst du hier verstanden. Ich hab aus Versehen zu Schwarz-Gerd-Falschgerd gesagt, innerhalb von 14 Tagebarn kassiert. Wo? Ich mach mal gucken, wie viel Kohle ich hab. Wow, wieder 25.000 Dollar. Und das alles durch Hartz 4. Gönn dir, danke Schoko. Wo bist du? Bist du auf Arbeit, ne? Scheiß Coopers. Du kannst auf Arbeit Twitch gucken. Oh oh. Warum hast du dir ein Centono gekauft? Home Office. Geil, Alter. Maximio, Dankeschön für den Primal 13. Vor 5 Minuten. Ja? Hey, Mr. Mini-Sportzen. Nein, Lil Peps. Sag ich doch, Mr. Mini-Sportzen. Nein, nix, Mini-Sportzen, Lil Peps. Hä? Das ist doch das Gleiche. Peps, schläg auf. Hä, ist doch das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Klar. Nö, was willst du? Warst du zufällig schon beim Gewerbeamt? Ich war gestern mit Mila da, aber war keiner. War keiner da? Schon wieder keiner da? Nö, wir haben auch wieder rumgesungen und so, war keiner da. Was für Penner, arbeitet überhaupt da jemand? Weiß nicht. Scheiß Beamte. Wegen der Wascherstraße? Ja, genau. Weswegen sonst? Jessica, wir haben gerade ganz andere Probleme. Wir sind quasi in einem Bürgerkrieg, wir haben eine Handynummer. Die Leute, die Leute verstecken sich im Haus und schließen sich in den Türen ein. Das ist doch schön, dass die sich verstecken. Ja, wir können keine Waschstraße jetzt eröffnen. Hä, wieso nicht? Weil wir im Bürgerkrieg sind. Aber die verstecken sich doch. Ja. Ja. Weiß nicht. Verstecken wir uns, ne? Doch wir sind schon im Park. Hä? Ihr steht alle da hinten rum. Ja, aber das ist doch so verstecken, oder nicht? Das ist doch überhaupt nicht verstecken. Wir sitzen bei uns im Park. Vor der Haustür. Das, was wir jeden scheiß Tag machen. Das machen wir jeden Tag. Verstecken. Was ist mit dir? Ja, vielleicht wissen die nicht, wo wir wohnen. Sind die so doof? Keine Ahnung. Boah, Johnny hat denen nur gesagt, dass wir die Apes sind, ne? Ich mag Affen. What? Ich hab in meinem Video gesehen, da hat ein Affe mit Kacke geschmissen. Oh, und ich hab mal Affen gesehen, hat seine eigene Kacke gegessen. Ja, ich glaub, du hast im Spiegel geguckt. Das, weil der Affe den gesehen hat. Nee, das war das Fenster, rüber zu jammern. Deshalb hat der auch ne Glatze, ne? Ja, und deswegen ist der immer so mies drauf. Der hat immer so ne scheiß Laune. Aber der kann seine Kacke nicht essen, weil der hat auch ne Nusshalergie. Deswegen schwillt sein Hals immer so an. Wo bist du? Hängst du ihn ab? Ja, ich bin hier hinten, da wo die öffentlichen Toiletten sind, hier da, bei den Bänken. Polizei mal. Toiletten? Ja, hier hinten im Park. Hallo? Ach, da wo man fix Besteck holen kann. Ja, hier bei den Bänken bin ich, da ist grad keiner. Deswegen hab ich gedacht, setz ich mich mal hier vorne hin. Ah, ich seh deinen, ich seh deinen Wasserkopf. Auto, 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 Auto. Auto, oh. Ganz viele Autos. Ganz viele Autos. Und wer ist das? Weiß nicht, du Memo. Ja, den kannst du abknallen. Wir müssen den Turf beschützen. Was müssen wir? Warum hängen wir den Schieb ab? Ganz viele Bänke. Hier sind ganz viele Bänke, hier ist voll cool. Da kann man sich die Augen waschen. Ja, oder den Pips. Ja, aber nur wenn man einen Q-Tip dabei hat. Halt das für cool, ja. Ja, eben. Ist das auch für Employees Only? Ja. Nur für die Mitarbeiter. Stimmt, Bruder, ich hab ja auch Streamer. Ey, nicht in das Waschbecken pinkeln. Ich wollt nur die Wasserqualität gucken. Aha. Ob da Kohlensohl drin ist. So kommst du eh nicht mit deinem Strahlen. Was soll das denn heißen? Du Schwein. Aha. Versuch doch mal so hoch zu pinkeln. Ich kann das. Aha. Aber ich werd das nicht machen. Nachher triffst du auch dein Gesicht, ne? Oder deins. Können wir nehmen mal Platz für alte Gentleman? Telefon. Ja. Was denn? Bist du? Ich bin ja immer Jeff-Ger bei den Toiletten. Und Jeff-Ger? Bei den schwitzigen Eiern. Wir haben hier Toilettenöffnungen. Eier. Wir hatten schwitzige Eier. Aber wo waren die schwitzigen Eier? In der Nähe von der Toilette. Wo waren die Toiletten? Die Toilette ist nah beim Rasen. Nah von unser Haus. Unser Haus ist da vorne. Dann kann die Toilette nicht weit sein. Gegenüber von unserer Haustür. Echt jetzt? Gegenüber von unserer Haustür. Mila. Ich laufe zu meinem Haustür. Ich laufe zu meinem... Ich bin jetzt an meinem Haustür. Da musst du dich umdrehen. Und ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Bist du stecken geblieben? Mila? Das ist nicht schlimm, was passiert manchmal. Aua. 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 Was los? Weint die schon wieder? Na, die ist geplatzt. Und hat... ...gemacht. Wie ein Luftballon. Aua. Aua. Aufzuholen. Ich hab dich gekriegt. Aua. Ich boote. Ich boote. Nein, du bootes nicht. Ich boote. Das ist normal. Du bist eine Frau. Oh nein. Ich boote. Was machst du? Ich glaube, davon hast du... Davon ist Wursal. Da kannst du dich schwacheln. Deine Bootwunde. Nein, nicht das. Nicht bei dem Wasser. Davon, du kommst. Ja. Wusstest du nicht, dass wir Toiletten haben? Ah, du glättest. Da ist ein Wurschbecken. Ich bin erschrocken. Welches ist es für Männer? Welche für Mädchen? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Unicex ist jung. Nein, von den Waschbecken. Das Unicex ist immer schlimmer. Ich geh einfach links. Jetzt geh ich wurschen. Da schreit am Telefon, sie boote. Ja, jetzt setz dich auf meinen Schoß. Was kutschst du? Bist du nicht der Weihnachtsmann? Nein, heute nicht. Bald ist Weihnachten, Jeff K. Was wünschst du dir? Ist schon wieder Weihnachten? Mhm. Zwei Monate mehr. Nein, ich habe auch keine Liste gemacht. Was wünschst du dir, habe ich gefragt? Ich habe auch keine Liste gemacht. Also Sprengstoff kommt auf jeden Fall drauf. Was willst du mit Sprengstoff? Sag mal in den Luftjagern. Kannst du dir doch Schienebilder? Die reichen nicht. Und was noch? Da muss man schon so ein Safe mit aufspringen können. Von der Nationalbank oder so. Aber der Weihnachtsmann bringt dir sowas nicht. Ah, wieso nicht? Weil es keinen Weihnachtsmann gibt, du Idiot. Du wirst von deiner Familie beschenkt. Wenn dir keinen armen Schlucker seht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil... Familienliebe ist das schönste Geschenk. Und Freundschaft. Genau. Und waffenfähiges Plutonium. Was? Willst du einen Kernreaktor bauen? Was? Willst du einen Kernreaktor bauen, um den Junkiepark mit Strom zu versorgen? Klar. Nie wieder Stromrechnung zahlen. Du bist bescheuert. Ich will nicht dieses Ninja-Sterne. Was zum Tüffen macht dich da? Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, warum keiner von euch weiß, woher die Toiletten sind. Die weiß nicht, welches Wurschbecken die benutzen. Milder Linke zahlt das für mich, Jan. Nee, die rechte. Jetzt ist die verwirrt. Das ist ja keine gute Hilfe. Das Problem ist ja auch, die sieht vier Wurschbecken, nicht nur zwei, ne? Das musst du mal beachten. Milder, du musst beide gleichzeitig benutzen. Oder doch rechts. Vielleicht links. Aber vielleicht auch rechts. Aber wenn das hier vielleicht links ist und das da rechts, vielleicht rechts. Milder, das ist für die Füße. Oder doch links. Füße? Was ist für die Füße? Ja, das, wo du gerade warst. Links oder rechts? Ja, das eine halt. Und welches links oder re... Oh. Links ist da, wo der Dome rechts ist. Das eine? Ja, genau. Oder das andere. Oder das andere. Das eine? Oder das andere? Hätte ich mich damals mal lieber für die hässliche Intelligenz umziehen. Ich nimm beide. Ja, stattdessen hast du die hässliche Dumme. Sag das nicht so los und vor dir wieder. Habe ich auch nicht. Aber sag einfach. Außer du misst die ganz scheißlich. Die ist hübsch. Das sage ich auch nur so. Ich bin hier auch tot. Du hast gar keine Polnen. Du bist so ein Loser. Du pfeifst deine eigene Schwester hinterher. Puh, das war schwer. Ich hoffe, die Füße... Milla, du bist voll hübsch, ne? Oh, danke schön. Kein Problem, Alter. Danke, Bro. Ich hab beide genommen. Hast du mich gerade Bro genannt? Ja. Karis, was hast du gerade noch gesagt? Liegt mir sehr von mir in die Hand. Hä? Habe ich was Falsches gesagt? Du kannst mich nicht, Bro, nein. Warum nicht? Weil wir knutchen. Ach so. Okay, danke, Homie. Nein, noch nicht, Homie. Was sag ich denn dann? Danke, Kess. Nein, ich bin nur nicht dein Köschen. Okay. Du musst mal außerhalb des Kreises denken. Außerhalb des Kreises. Danke, außerhalb des Kreises. Besser. Bin ich nicht ein... Dein Schmusik... Schmusik... Hör auf mir so zu nennen. Ich verrate deinen Spitzname beim Schiff, gell? Nein, 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 nein. Du kriegst auch ein Penny dafür. Nein, kein Penny. Dann zwei. Au, kein zwei Pennies. Keine zwei Pennies? Zwei Pennies? Du nennst mich einfach Lil Pips. Drei Pennies. Hast du gehört, Micha? Was? Lil Pips. Was damit? Du musst mich nennen. Ja, okay. Und nicht Bro, der Homie. Okay, danke, Lil Pips. Nommi. Wenn ich aufstehe, kannst du flitzen gehen, ne? Wie flitzen? Dann kannst du rein. Aber du stehst doch nicht auf, oder? Wer? Run! Warte mal, die ist schon bis zur Ecke. Das sind zehn Kalorien. Manchmal, Jeff, bin ich ein richtiger Schwein. Aha. Aber irgendwie stehen Ladys drauf. Nenn mich, du Kerl, du kannst mich homie nennen. Bro. Hey, Jeff, Kerl, du bist wie ein Bruder für mich. Du versuchst jetzt aber nicht mich abzuschuschen, oder? Por favor, hol nur Schütting ins Herz. Wir sollten öfters mal hier sitzen und meine Gespräche führen. Ich hoffe, dass du keine bösen Wendungen... Aber Abwechslung... Abwechslung muss sein. Wenn Mira mal wieder langweilig wird, ha? Wo ist denn die eigentlich hingerannt? Keine Ahnung. Toll, jetzt müssen wir durch die ganze Nachbarschaft... Aber die hat ein Navigationssystem im Halb. Die findet schon wieder in Hause. Haben Sie diese Mila gesehen? Mit so einem Hut von ihrem Fuß. Did you see that feed? Call 911. Oder machst du unten so diese Schnipsel, wo die Leute deine Telefonnummer mitnehmen? Ja. Ich geh mal kurz gucken. Er hat sich bestimmt im Männerklo versteckt. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich weiß nicht. Beruhig dich. Wie weit soll ich noch hin? Du kannst... Du kannst... Ich bin in den Hintergrund... Ich bin sitzen geblieben. Hallo? Hallo? Hast du gedacht, ich bin hinter dir her? Ich hab nicht hinter mir geguckt. Ich bin nur gerannt. Ja, du kannst mit dir nach Hause kommen. Weißt du, wie lang das dauert? Dann ruf dir ein Taxi. Okay, mach ich. Bis gleich. Bis gleich. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Was denn, Homie? Der hatte gedacht, die Schreien sind halt der Herr. Und ist ganz weit weggesandt. Wo ist die? Halt, die ist wirklich entlaufen. Oh, du, du, du. Hörtlich finde ich jetzt nicht irgendwie ein neues Zuhause oder so. Weil die Lachen gesund ist, bin ich unsterblich. Stell dir vor, die läuft irgendwo vorbei und da ist so ein Fenster auf und da drin wird gerade gekocht so. Dann riecht die das Essen und geht einfach rein. Und dann wohnt die da. Ja, die ist oben verschrieben, ne? Die greift einfach zu. Ist so. Deshalb bist du ja auch arbeitslos. Boah, hörst du das? Da ist ein Rundschrauber. Ich höre die Regenwürmer holen sollen. Ah, mir ist warm. Kühl dich doch ein bisschen ab. Ja, bist du irre? Da liegen Fußnägel. Ja, nicht in das Fußbägen. Hello, motherfucker. Ich glaube, da hat Mila... Next, danke für den Pranker, der jetzt willkommen. Und Ossi Meier, danke für die Wiesbaden, für einen schönen guten Tag. Was hast du... Dieses... Komm, schau du, ne? Ey, was ist mit... Der fährt hier schon zum 6. Mal vorbei. Oh, das ist noch einer gewesen. Grüße aus dem Urlaub, ich bin Spanischhut. Wo sind wir denn? Irgendwo ne Baustelle und ne Umleitung, oder was? Weiß nicht. Aber ich hatte einen Freund in der Schule, der hieß Umleitung. Der war Chinese. Echt? Mhm. Ich hatte einen, der hieß Zeitung. Oh, du warst so alt, der Bruder von fucking fast, ne? Aha. Der ist immer so sauschnelle Auto gefahren. Wir bekommen Besuch. Du wolltest krackeln, Umi. Das war auch der große Bruder von... ...Tuslo for you. Jamal? Jo. Ist der langweilig? Was? Ist der langweilig? Warum? Weil ich hab dich die ganze Zeit ein bisschen beobachtet. Du hängst immer so in der Ecke, wo du guckst und so. Dann telefonieren. Haben die da vorne gerade einen Unfall gebaut? Ja, nee. Auf der Kreuzung? Ja, ja. Jamal, in der Ruhe legt die Kraft. Woosat ja mal, woosat. Immer schön tief durch die Hose. Ich wollte mir irgendwas erzählen, aber durch das ganze Gelaber hier habe ich's ganz vergessen, was. Ja, herz Willkommen in der Männer-Ecke. Echt mal, Bro. Dein, überleg doch nur mal. Ja, überleg mal, Homie. Ja. Das wird dir jemand gegen die Wand gefahren. Das ist der Typ von eben gewesen, oder? Ja, der Krasper. Ja? Der Ghost. Wer ist der? Das ist angeblich von Memo und Freund, aber ich glaube nicht, dass Memo vorhin hat. Ach, der Typ, der mir immer gegen die Ecke kommt ist. Das war bestimmt so ein Paid Actor, weißt du? Das war so ein bezahlter Schauspieler. Der hier hinkommt und sagt, dass er von Memo der Freund ist. Und Memo so, guck mal, Leute, ich hab auch einen Freund. Und heb den so hoch, ne, und damit jeder den sieht. Guck mal, Leute, hier, hier, ich hab einen Freund. Du hast einen Freund im Meer. Du hast einen Freund im Meer. Beginn das weiter. Du hast einen Freund im Meer. 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 Memo schickt sich immer selbst Sprachnotizen, damit er denkt, jemand redet. Memo hat auch zwei Handys. Und ruft sich immer selber an. Aha. Musst du mal drauf achten, wenn der sich so wegdreht, dann ruft er sich immer selber an. Hey, das ist kein Parkplatz. Guten Tag, hey Dretzmann. Hallo. Wie geht's dem Herrn? Wie geht's? Dich? Auch gut. Euch und dich auch. Voll fresh. Alles fresh. Ihr könnt euch ruhig wieder setzen, also. Möchtest du so Platz nehmen? Ähm, ja. Hast du viel zu tun gehabt? Hock dich hin. In der Werkstatt? Das geht. Müsst du ein, zwei Sachen klären. Warst du eigentlich aus dem Plan gewohnt, dass du Abschlepper fährst? Hab die doch an dir. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hörst du, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich kann mit dem Haken nicht so gut umgehen. Naja, freut mal Craig. Der versucht doch schon die ganze Zeit irgendjemanden abzuschleppen. Sobald die Pritsche am Start ist, dann ist eh entspannt. Hast du die bestellt? Die haben wir schon da, aber... Die ist nur ein bisschen, ja... Die ist noch so ein älteres Modell. Wir warten quasi auf das neue, weißt du? Was geht ab, JB? Die macht noch ein bisschen Faxen, die alte Version. Auto, auto, auto. Wo ist der Rest eigentlich? Da stehen die nicht mehr hinten? Das stand irgendwie... Ich weiß gar nicht, wer das ist mit irgendeiner Alten. Das beständige June. Wo ist Mila? Da, wo bist du? Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Wer ist denn wir? Na, der Taximann und ich. Du hast dem wirklichen Taxi gerufen? Ja. Du bist so bescheuert, ne? Ich war weit weg. Okay, bis gleich. Du hast gesagt, rennen wir nicht aufstehen. Ja, bis gleich. Da ist das Taxi. Die hat sich halt wirklich ein Taxi gerufen, Alter. Für was? Ja, ich hab grad gesagt, die soll rennen. Und hab so getan, dass sie sich dahinter rennen. Dann ist die so weit gerannt, dass sie jetzt ein Taxi rufen muss, um nach Hause zu kommen. Scheiße. Wer steht denn da hinten? Ich glaube, Jack, Thordy, Jamal. Wo ist denn Journey? Keine Ahnung. Oh, 5-0, 5-0. Hi. Wenn du nochmal wegrennst, man fucker, ne? Hey. Halt mir zu. Und da kommt die nächste Taxi-Rechnung. Soll ich schon mal hinterher fahren? Oh, sie geht aufs Telefon. Ja, hallo? Nicht wegrennen, komm zurück. Okay. Wir können uns das Taxi nicht leisten. Dummkopf. Dafür musst du jetzt eine Extraschicht schieben. Trotzdem, man vertraust du in diesem Koldi aus dem Burgerlein? Boah, ich hab denen echt viel Tinkgeld gegeben, ne? Ja. Ne. Hast du schon mal was mit dem zu tun gehabt? Naja, weniger tatsächlich. Ich fand das seltsam vor, dass der hergekommen ist. Wer? Der Koldi vom Burgerlein. Aber der war doch schon mal hier. War der? Ja. Da war ich aber nicht da. Ja, der war schon mal hier. Ja. Also ich glaube, man kann in gewisser Hinsicht, kann man dem vertrauen, aber man sollte schon, glaube ich, aufpassen, was man dem, dem sagt. Meinst du, der verkauft immer was? Wenn er was Interessantes hätte, könnte man was als verkaufen, aber so, weißt du, wenn er dann wiederum mit anderen sympathisiert und, ne, dann... Ja, da muss man nur aufpassen. Deswegen, ich würde dem jetzt nicht vertrauen. Weil er kann korrekt sein und chillen und alles cool, aber ich würde schon aufpassen, was man dem sagt. Ja, der kann trotzdem hier chillen. Die Hilda kann hier chillen. Eben. Ist so. Na, Homies? Halt die Klappe. Ja, Homie. Oh, boy. Yeah. Und der Kackfang hat gemeckert, wenn wir nicht arbeiten sollen, ne? Ich kündige bitte. Also arbeiten wir nicht mehr. Wir sollten unseren eigenen Laden aufmachen. Oder wir arbeiten in der Werkstatt. Ja, wann denn? Abschlepper. Na, wenn die Penner mal da sind und arbeiten. Die waren letztens da, nur Köttis war nicht hier. Wo? Ja, hier. Was sind da? Na, die Gewerbe-Puzzis. Für die Waffe. Ach so. Aber du musstest jemanden in deine Bude rumhocken. Wir waren gestern auch da, du Dummkopf. Der ist richtig cool, ne? Und du konntest nicht mal dein Lied singen, weil wir weg mussten. Ja, leider. Willst du Abschlepper fahren, Mäler? Abschlepper? Wir können Abschlepper fahren. Ich bin nicht gut in Abschleppen. Aber da müssen wir... Ja, aber ich. Ich meine, guck mich an, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber ich bin süßer. Nee, aber hast du schon mal darauf geachtet, wie süß ich eigentlich bin? Ja, aber das ist doch gut. Nur, du darfst mir keinen Quatsch bauen. Keinen Quatsch? Warum nicht? Weil das vom Dr. Dretz mal in der Werkstatt ist. Der bekommt dann Ärger. Wir müssen denen ja nichts sagen. Der findet das raus. Brauchst du auch nicht. Ich seh alles. Außerdem sitzt der neben uns. Ja, hi. War ja auch nur Spaß. Das haben wir gelacht, oder? Voll drauf reingefallen, Dretz. Also, sag mal so, ne? Ah, Prank. Prank, Frau. Ah. Ach, das war jetzt? Das war so ein TikTok-Video? Nee, war kein Sound, war TikTok. Danke. Das war jetzt mal. Was fällt dir denn Tick-Tack auch noch raus? Werden wir denn dann, wie man abschafft? Hotteens, LG. Boah, ich geh gerne beim Meckers essen, ne? Ich brauche eine Ausbildung zum Abschleppen. Nö, du brauchst keine Ausbildung. Aber wie schäpp ich denn ab? Ja, mit dem Auto. Mit der Abschlepper. Wenn alles so einfach wäre. Das ist deinem Fall. Du tust den Haken-Motor und fährst dann los. Aber ich bin nicht so gut. Ich hab Angst vorm Haken. Wegen Captain Hook? Mm-mm. Ich hab Spongebob geschaut. Ja, und was ist da passiert? Ist die Kumpelblase kaputt gegangen? Ich kann nicht zuhören, wenn beide reden. Doch. Du kannst es doch beide gleichzeitig angucken. Eben, dann kannst du beide gleichzeitig zuhören. Du hast doch zwei Ohren. Boah, ihr seid so Wixern, ne? Richtige Wixer einfach. Das ist ja mal einer. Nee, nein. Nein. Ich bin keine Wixerin. Ich bin keine Wixerin. Ich bin keine Wixerin. Was schmatzst du eigentlich mal so beim Reben? Hast du Labello drauf? Ist es dir aufgefallen? Oh, das freut mich. Ich hab eigentlich gedacht, dass du schon wieder nicht Zähne geputzt hast. Boah, fuck you. Hast du schon wieder Curtis Labello genommen? Ich hab keine Labello. Der schmeckt nach Apikose. Was ist denn Apikose? Apikose eben. Meiner schmeckt nach Chuchuk. Mit Ei. Nach Knoblauchwurst? Ja, nach Chuchuk. Kennst du die? Zuck, zuck. Nee. Woher weißt du denn, dass es Knoblauchwurst ist? Genau. Warum fragst du mich dann, ob ich es kenne? Um das nur mal zu bestätigen. Okay, bestätigt. Die Labello hast du aus Mexiko einfliegen lassen, ne? 10-4. Was? Oh, oh, wir haben einen Wichser unter uns. Von wem rennest du? Na, von sich selber. Wichserin. Pah. Ah ah. Wichserin. Mita, du weißt, ne? Keine Ehe vor dem Sex. Ein Sex vor dem ersten Kind. Wie soll das denn gehen? Adoptieren. Ich würde adoptieren. Echt? Klar. Ich bin einfach rausgerutscht. Ups. Oh, naja. Haben wir jetzt. Watt nur. Das erinnert mich an den Sprachdingen, was Juni uns gezeigt hat. Das ist aber so passiert. Ups, das ist so passiert. Wie kann man nur tagtäglich in dem Park sitzen und so viel Scheiße labern wir? Ich laber keinen Scheiße. Klar. Ja, bitte. Achso, ja, genau das war's. Ihr sollt ins Fahrzeug steigen und alles abklappern. Was abklappern? Äh, fahrt mal hoch in den Norden, Sandy Shores und da drüber. Und das da rechts auch noch. Was da rechts? Was soll da rechts sein? Hä? Äh, wie heißt denn das da? Damar spricht wieder in fremden Zungen. Boah. Ja, du Fasermund. Äh. Was willst du von uns, Juni? Warte mal, warte mal. Was suchen wir? Jamma, hast du wieder einen Schlaganfall? Jamma. Wir suchen die Leute, die Bauchschmerzen haben und keine Kugel Eis wollen. Was? Jamma. Los, Sandus ist so groß. Willst du dich sehen, einen Stein umdrehen und suchst du Vollidioten zu suchen? Ja, Juni sucht Ausstand und wir suchen auch gleich und sucht ihr auch noch mit. Als ob du jemanden empfindest, Mann. Mail, hör mal die Klappe, bitte. Du findest doch keinen. Ja, doch. Ach. Ich mein, können wir machen, aber totaler Quatsch. Mach einfach. Goof. Wir machen auch. Telefonieren die Autos untereinander? Ja, wollen wir was gefunden haben? Sicher, ja. Du, ich mein, jetzt schon so. Nö. Ja, super. Merkst du selber, ne? Ey, das kommt doch nicht von mir. Das kommt ja von Juni. Ja, Juni ist ja mein Knall. Ja, okay, machen wir. Ich hoffe, wir drillen ja. Und was suchen wir? Ich hab das nicht verstanden. Wo ist das? Ja. Was suchen wir genau? Anzugträger? Ja. Und dafür willst du jetzt die ganze Insel abklappern? Ja. Haben wir unter den Autos Telefonkette? Naja, können wir aber einrichten. Ja, dann kümmerst du dich später darum. Guck mal, das Ding ist, du bist jetzt gerade bei den Jungs, ne? Ich stehe hier mit Jeff, Kai, Mille und Retzmann. Ich partner. Okay, dann... Ja. Okay, dann bleib ich mit euch jetzt im Kontakt. Okay. Und jetzt müsst ihr ein anderes Auto anrufen. Und das andere Auto muss dann das andere Auto wieder anrufen. Weißt du, wer ein anderes Auto fährt? Ich denke mal, Jamal. Okay, Jeff, Kai, du rufst Jamal an. Und sag dem Jamal, dass einer aus seinem Auto jemand anderes anrufen soll. Äh, dem Bademeister. Ne, Bademeister ist bei mir. Okay, sag mir einen anderen Namen. Jack? Dann sollte Jack... Jemand soll Jack anrufen. Also bei mir ist Bademeister... Ähm, Hayes und Craig. Aber Juni, es gibt so viele Menschen, die Anzüge tragen. Es gibt Anwälte, Staatsanwälte, Menschen im Weinboot. Die tragen alle Anzüge. Aber die haben wahrscheinlich keine Autos für ein Urla-Kennzeichen. Ja, aber wie würdest du denn, wenn du jemanden siehst, dann da hingehen und auf das Nummernschritt gucken, wenn da Leute drin sitzen, die Baffen haben? Ich meine, das ist egal. Wenn du vorbeifährst, dann kannst du ja vielleicht mal was sehen, ne? Ja, ich weiß nicht, wenn du jemanden anderen rufen musst. Hier den... Ansonsten, die haben so eine komische... Alle gestern so eine... So eine, äh, hier... So ein Mundtuch getragen, ne? Warte, ich bin ein Telefon. Mit schwarz. Okay, Telefon. Was für ein Mundtuch? Mit schwarz wird so bunte Streifen drauf. So grün oder was weiß ich nicht, was da noch drin war. Braun, grün, rot oder so. Dieses Gucci-Ding da, nur in schwarz. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich fahre jetzt mit Dreadsman, Jeff Carmilla, mit dem Guardian dann. Nee, hau ab, was für Guardian. Ja, was denn sonst? Lass mal Toros fahren oder Schäfer oder so. Okay, Alter, wir fahren Toros. Aber ihr könnt auch einen Toros nehmen oder so, ne? Toros oder Schäfer oder Dreadsman? Ist das egal. Ich kann Toros nicht so gut fahren. Ja, ey, dann gib mir, dann fahre ich. Hast du Schlüssel? Bestimmt, welche Nummernschild? Das ist Tony1. Tony? Aber warte mal, ist das nicht besser, wenn... Ey, Curtis. Ja, ich höre dich. Telefonier du mal mit Craig, weil wenn... Ich werde nämlich angerufen, falls sie gesehen werden von den 187ern. Du willst angerufen von den 187ern? Ja, wenn die die sehen. Aber die... Arbeiten nur für die. Ich habe keinen Schlüssel für den Wagen hier. Nur für den... Egal, der... Der hat immer gesagt, der meldet sich, wenn er die sieht. Als ob, das riecht doch schon wieder eine Pfahle. Egal. Die 5, 6er rufen mich da auch an. Weißt du, was ich meine? Kannst du mit Craig oder... Oder... Warte, Meister. Meine Leitung muss frei bleiben. Boah, ich habe so viele Schlüssel, ne? Ich rufe Craig an. Ja. Das ist doch schon wieder ein richtiger Bullshit. Hat der meine Nummer? Alles klar. Wer sitzt da drinnen? Was ist denn jetzt los? Woher der? Wer seid ihr? Ach, das war der Memo, oder nicht? Wohin geht's denn? Hallo? Weißt du noch nicht Bescheid? Ja, nein. Woher denn? Was los? Warte kurz. Ja, Biet. Ja, ich soll dich anrufen. Telefonkette. Ja, gut. Ausnahmsweise. Wer ist denn jetzt alles verbunden? Yo, sorry. Äh, ich weiß es nicht. Memo. Hallo. Ja. Wir sind auf der Suche nach Schlips-Tiger. Wir sitzen jetzt hier im Auto und Memo ist gerade da und erklären nimm das. Wir fangen rum. Ruf mal Johnny an und frag den, wenn du anrufen sollst. Ja, Memo ist noch gucken, mit wem der Telefon geht. Ich hab den, äh, den Crazy bei mir, ne? Ja, dann... Ob wir was finden und wenn jemand was findet, können wir mit der Telefonkette quasi alle Leute informieren. Okay. Ruf einfach Junior an. Bye. Bei hier telefonieren, ne? Das ist ein guter Plan, oder? Ja, und so ein Jack und Johnny und irgendwie Jamal oder so, die haben die Leitung frei für den Fall, dass jemand anders... Quack, du bist ja nur dran, ne? Ja, ja. Ich bleib auch dran. Weil Jeff K. quasi Strupewilder. Ich erklär den Plan, okay? Kenn ich, kenn ich. Angeblich wollen die 1,87er und Juni Bescheid sagen, wenn die die sehen, obwohl diese Typen auf der Koks-Rolle arbeiten. Ach. Was sagst du, Katja? Angeblich wollen 1,87er und Juni Bescheid sagen, wenn die die Typen da sehen, aber die Typen arbeiten für die. Warte, die arbeiten für die? Ja, klar. Echt, was war denn das? Die arbeiten doch auf dem Ding, auf der Route da. Ey, hast du gehört das? Ja. Hat irgendjemand bei dir die Nummer von John? Boah, die Nummer von John, ne? Hat jemand die Nummer von John? John. Ne, was du meinst, ist da, dass der für den arbeitet. Ja, die Typen, die wir suchen, diese Soprano-Typen da. Ja. Die sollen anscheinend arbeiten die für die 1,87er da im Koksgeschäft. Ja, ne, weil... Wenn ich schon nicht glaub, ich hab die, na? Ja, ja, soll ich da anrufen? Dass Johnny wohl angeblich von den 1,87ern... Ich ruf dich gleich wieder an, Curtis, ja. Ja, aber nicht vergessen. Ja, ja. Aber auf keinen Sinn, wenn die für die arbeiten, warum sollten die dann verpfeifen? Pass auf hier. Die wohnen doch hier, oder nicht? Ja. Aber es ist ganz gefährlich. Bist du bescheuert, Retzmal? Das erinnert mich an gestern, bitte mach das mal. Retzmal, bist du bescheuert? Jetzt mal dann. Was machst du? Da war da nichts drauf. Retzmal, bist du bescheuert? Gestern schon scheiße in die Hunde. Retzmal, bist du bescheuert? Ich gucke doch noch, ob jemand zu Hause ist. Retzmal, bist du bescheuert? Retzmal, bist du bescheuert? Ja. Ja, Retzmal ist bescheuert. Du kannst so ein Schild rauffahren. Wir sind gerade direkt an der Villa. Ja, auf dem Gelände. Retzmal ist rausgefahren. Kommt nicht hier rum. Junge, der Typ ist so irre, Alter. Hallo, jemand zu Hause? Retzmal, kannst du bitte wegfallen, ja? Ich frag dir nur, dass die gerade zu Hause ist. Kommt mal an den Rasen kaputt. Kommt ja, wir sind nicht als Gang eingetragen, sondern als Gruppierung. Wir sind nicht als Gang eingetragen, sondern als Gruppierung. Ja, wir haben einen Scheiß-Gerdner. Retzmal, du bist bescheuert in der Birne, ne? Ja. In der Villa ist niemand gekommen. Du hast hier drei Leute drin, die sich nicht so cool auskennen. Oh, hinter uns auch, du. Ja, das ist schon mal. Grüße. Ey. Tag, Tag. Ihr habt einen Kratzer. Ja, der nennt sich Lack, ne? Ja. Ja, da bin ich wieder. Wer soll denn in so einer riesigen Stadt, wo es so viele Menschen gibt? Leute suchen die Anzüge dran. Die halbe Bevölkerung trägt Anzüge. Ja, vor allem die Leute am Anzug, das ist schwierig. Ja, das ist halt... Die haben gestern nicht alle Anzüge getragen. Viele davon hatten irgendwie Shorts und Pullis an. Ja, Juni hat auch gesagt, die haben irgendwie so ne Gucci-Bandana an. Die hatten Gucci-Bandana. Ja, richtig. Hauptsächlich haben sie aber so Fedora-Hüter an. Ah, yo! Mach das Licht an! Wer hat mein Gucci-Bandana? Trotz mal, du bist einfach voll das Psycho. Ah, scheiße, jetzt wohnst. Ich kenn die Autos. Das gehört den Chefs oder dem Chef von Circle Cars, ja, anscheinend. Oh, das ist aber ein schönes Haus, ne? Das ist vor allem ein verdammt großes Haus. Wir hätten gerade draufgehen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, hast du gemerkt, dass du jetzt erst, ne? War da jemand zu Hause gewesen? Die hatten dann sofort abgeknallt. Du weißt nicht, was da gestern passiert ist, ne? Nein, also... Johnny, Jack und ich sind da auch so draufgefahren, um zu gucken, ob da einer ist. Und dann kamen ein paar Autos an und so 10, 15 Leute von denen haben uns da in die Malle genommen. Ja, man hätte bestimmt noch reden können, oder nicht? Nein, die wollen nicht hören. Die haben gestern nicht gewildert. Die haben mich angeschossen und gefesselt. Ja. Mit Pettis, Jack, Kay, und Greasy. Äh, tatsächlich nicht. Okay, schade. Ja, wir haben hier auch schon zwei, die telefonieren. Ich glaube, ein dritter ist ein bisschen zu viel. Da sind sogar einige, ne? Und der hat auch einen Anzug an und ich weiß nicht, ob der ein Gesichtspender nachher hat, ne? Okay, Jack. Was hat der gesagt? Knappes Ding, Jungs. Pritznallen. Was ist das? Das sind Leute. Da sind die Leute wieder überall rein. Ja. Ist doch okay. Hallo? Das geht. Äh, gehört euch hier der Laden? Jo. Das ist unser Laden, ja. Okay, cool. Ich hab gehört, hier ist das gute Klima. Also, was heißt du mit Klima? Arbeitsklima. Das ist ein bisschen, Junge. Arbeitsklima, für was? Für Arbeit. Sucht ihr noch Arbeiter? Nee. Verkauft lieber. Was heißt denn mit Arbeiter? Weiß nicht. Kommt auf das Angebot an? Was hast du dir vorgestellt? Man muss aber denken, der kennt hier jeden, ne? Das ist das erste Mal. Wenn ihr ein Angebot habt, könnt ihr das gerne vorschlagen. Weiß nicht, wie groß ist denn das Grundstück? Geht schon so auf die 500 Quadratmeter zu, wenn nicht noch mehr. Klar. Habt ihr so einen Rasenmäher Traktor? Viel mehr. Aber warum hat, ähm, hat der Kollege hier so Dings, wenn der Name gesischt? Hab ich immer. Echt? Ja. Bist langsgerade, muss ich ehrlich sagen. Das war ein krasser Drift gerade. Du siehst du da jetzt auf den Dach? Ich wusste, das war, äh, war schon voll heftig knapp. Also, ich spielte 300.000. Ich glaube, da haben wir keinen Deal. Das war ja so ein Einstiegsgebot. Jetzt hättest du sagen müssen, okay, so... Ja, so 800.000, 900.000. Hm, 350. Ja, komm. Ich konnte ja schon in die 790. Ja, die sind die falschen, die falschen Leute. Hallo. So funktioniert das zwar. Der Typ ist einfach maximal irre im Kopf, Alter. Okay. Ähm. 350. Hm, 770. 3... 350. 780. Warte, du gehst ja aber höher. Ne? Du bist jetzt aber höher gegangen. Ehrlich? Ja, dann muss man runtergehen dann. Man muss ja entgegenkommen. Ja. Ja. Komm, sag einfach, 340. So, dann ist jeder zufrieden. So, weißt du? Du hast Geld, ich hab mein Eigenheim. Äh, was das raus? 350 und eine Karre. Raus, ja, dies gehört in Schmier. Geh oben, was der Akkord so ne Bitter. Habt ihr schon mal das Nummernschild angeguckt? Stimmt, das... Das Nummernschild ist auch schon was wert. Jetzt guck ich aber mal. Was für Nummernschild? Achso, der hier, ne Drogen. Drogen! Ne, 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 Doktor Ogen. Boah, ja, fast zu kreativ bin ich. Ja, wir haben, äh, Auto mit dem Kennzeichen Shop-Raub. Shop-Raub, ey, ne? Vegan-Schwissen-Kür hast du das verwendet? Ne, aber... Ne, verwenden nicht dafür. ...wenn das finanziert wurde. Es ist der XR21 da drüben. Nur, da hab ich mir mit Shop-Rauben verdient. Wie war der jetzt schon fertig mit falschen? Die 350 war jetzt Endgeburt, oder? Ne, 770. Pff, das wird sch... Also... Er müsste ja schon irgendwo in der Mitte treffen. Okay, okay. So bei 350 oder so. So, wir können zwar nicht, aber Freundespreis 765. Okay, Bruder-Preis 350. Ey, ich bin dir jetzt schon echt kurz entgegengekommen, so. Ja, aber Bruder, ich die auch, das muss man überlegen. Weißt du was, ich schlaf eine Nacht, und dann kommen wir morgen immer vorbei. Ja, aber machen wir so. Okay, alles klar. Ne, dann passt doch fast auf. Hau da rein. Hau da rein, ciao. Kennst du die? Nee, die Neonen sind hier nicht. Hier oben sind andere Leute. Du bist komplett irre in der Bildung. Oh, als wir auf dem Gelände waren. Oh, shit. Quack, wo seid ihr? Ich hab da die hellen Autos gesehen, aber die Neonen hab ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay. War das eine Gang oder so? Als wir gerade da unten bei... Ihr wisst schon, wem bei der Playboy-Villa waren, ne? Hier, ihr im Auto. Ja. Habt ihr dann einen schwarzen Toros und den... Was seid ihr denn für Probleme, Alter? Bruder, spring nicht. Spring nicht. Glaub mir. Spring nicht, Oma. Oh mein Gott, der will springen. Nicht springen. Das Leben ist so schön, spring nicht. Spring nicht. Nein, nicht springen. Spring, das Leben hat keinen Sinn. Spring einfach. Okay. Nicht springen. Nein, tust nicht. Ach so. Warum ist die so gemein? Boas, hier will dich auch niemand haben. Pssst. Oha. Das ist nicht so gemein. Ach so. Oh shit. Oh, der ist doch nicht alleine. Ja. Hallo. Ich war doch kurz im Busch kacken, ne? So, Marc, ich bin am liebsten. Jetzt fahrt wieder. Ihr macht hier meine Tour kaputt. Komm, wir müssen in Ruhe. Ja. Aber dafür musst du sie jetzt einmaxen. Nein. Doch. Scheiße. Guck, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Küsst sie und wir fahren. Nein, einfach nein. Das ist mir jahrelang aufgebaut. Seid im Kindergarten. Aber ihr seht echt gut zusammen. Ich helfe nach. Tschüss. Nein, du helfst gar nicht nach. Der steigt nicht raus. Ähm. Okay. Ist das gerade dein Ernst? Der Typ ist irre. Soll ich dich jetzt küssen oder was? Nein, du sollst sie jetzt küssen. Nein. Warum willst du eine Schrotflende rauskommen? Ich habe Angst. Weil ich will, dass du euch jetzt küsst. Aber das hat doch was mit Liebe zu tun. Nämlich mit deinen Schrotflenden. Ja, und die Schrotflende ist auch Liebe. Dann küsst du die Schrotflende. Okay. So, und jetzt küsst du sie. Nein. Du kannst sie nicht zwingen, dass sie es küssten sollen auf dem Welt. Küssen. Dann gib ihr einen Kuss auf die Wange. Ja, das ist vollständig. Oder auf die Stirn. Aber Stirn ist auch schon... Nein, Stirn heißt, ich bin stolz. Ja, stimmt. Machen wir auf die Wange. Ich bin... Jetzt komm. Okay, warte. So. Jetzt will dein Schrotflende weg. Ich will nicht mehr. Schönen Armen hoch. Okay, ja, ich auch. Und lasst euch nicht anquatschen vom verrückten Leuten. Nee, wir doch nicht. Und genießt die Aussicht. Wenn es gar nichts mehr geht, Kamakra kann ich nicht sehen. Viel Spaß euch beiden. Hast du... Hast du noch alle Schränkel in der Tasse? Du kannst den doch neben einer Schrotflitte bedrohen. Und sagst du... Ich hab dir gezeigt, was Liebe ist. Es ist wahre Liebe zwischen mir und meiner Pulp Fiction. Der Retzman ist nur ein richtiger Armor. Amor... Oh Gott, was machst du hier? Warum fährt der unser Auto? Keine Ahnung. Warum fährt das Auto mich? Hey Leute, hier im Auto, um in der Frage zurückzukommen. Habt ihr vorhin da irgendwo den schwarzen Toros gesehen oder den blauen Neon? Naja. M-m. Weil damit kamen die gestern an. Der blaue Neon, der war auf jeden Fall dabei. Mit dem sind die angefangen gekommen, als die... schon Jake und mich. Ne, 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 der Toros und den Neon, den haben wir nicht gesehen. Hey, da sind super viele cremefarbene Autos auf dem Gelände. Ganz im Ernst, halt so kack kann man einfach nicht sagen, dass man die hingeht. Ich hab mir die Autos nicht alle angeguckt. Geht nicht, tut mir leid. Ja, ist so. Doch, da ist noch eins. Hier. Ich will das nicht auf dem Gelände. Wer weiß, ob die woanders stehen. Nein, die sind bestimmt in ihrer Villa drin. Und haben die Türen verpackt, halt hier. Ja, bestimmt Sprengfallen an die Türen angebracht. Mhm. Und Bewegungsmelder und so. Oder Trittmein. Trittmein oder Trittmein? Tritt. Also musst du wieder Trittmein. Wie kommst du darauf, dass Johnny im Knast sein muss? Ey, Cyrus. Grillsange. Weißt du, was der Dretzmann gerade gemacht hat? Wir fahren hier oben in den Hill zu lang, ne? Und da ist so ein kleiner Parkplatz mit so einer Bank und so einem Scheiß, so ein Aussichtspunkt, ne? Da steht so ein Typ am Zaun. Und die wollten so, dass er da runter springt oder nicht da runter springt. Und da kommt auf einmal so eine Tussi aus dem Busch gelaufen. Ne, ne, ne. Aber die hatten so ein kleines Date da oben. Und Trittmein. Und Trittmein zieht halt einfach aus. Aus seiner Scheiß. Aus seinem Scheiß Sportball. Dann zieht er die Stromflinte und zwingt ihn dazu, sie zu küssen. Der Typ ist irre. Gar nicht. Also verrückt, ja. Aber irre noch nicht. Okay, ich nehm's zurück. Der Dretzmann ist nur verrückt. Wie, was für Raketen? Oh, das ist schön, Neo. Ja, ab dafür. Sprengstoff, klar. Nähm' ich. Was ist das im Fernando? Sag nicht, das ist nur das Auto, wo man mit Jack gefahren ist damals, Alter. Der ist an. Müll ich da gucken? Warum soll ich Köttes fragen, ob wir so einen Marschflugkörper mitnehmen sollen? Von wo seid ihr? Ihr seid... Was zum Teufel? Was macht ihr beim Militär? Ihr könnt doch nicht beim Militär irgendwelche Raketen klauen wollen. Hä, warum steht das Auto noch hier? Ist das ein Käfer? Ich glaub, wir wären dann schwimmen gegangen. Wasser drinne? Hier im Anschluffach. Boah, wir haben hier grad so'n Buggy gefunden, Dampan. Boah, der hat Geschmack, hast du gesehen? Der hat dieselbe Jacke wie ich dann. Ja, und Taschentücher. Nimm mal mit, falls wir noch welche treffen. Können wir in dem Gehen, falls es nicht klappt. Und der am Abend dann Jacks... Ja, ich hörte, es sind die Taschentücher mit. Wir fahren nochmal zurück zu den beiden gerade. Ja, außerdem guck mal, stell mir vor, das ist so... Jetzt der Tag, wo die sich so kennenlernen, so voll... Ich glaub, das ist ein Käfer. Ich glaub, das ist ein Käfer. Wir dürfen eigentlich gleich nicht mehr hier stehen. Kinder, dann sagen sie sich so... Schatz, weißt du noch, wo der Verrückte mit der Shotgun ausgestiegen ist? Und wollte, dass sie uns küssen? Ja, du bist am Verröllen, du Bähn. Jetzt hat der gesagt, du bist irre und du sagst nix, hau? Ich bin nicht irre. Ich bin verrückt. Ey, ich muss die Batterien pissen, ne? Ja, dann geh du kurz. Aber wie ihr geguckt... Quack, wo bist du? Im Stadion sind wir gerade gewesen. Oder sind es gerade immer noch? Bei wem habt ihr noch Telefonkette? Äh, Salty und Phil telefonieren. Das war's. In so einer großen Stadt jemanden zu suchen oder Leute zu suchen, die einen Anzug tragen. Das ist wie Mellas Fußnagel im Heuerofen. Ne, so groß wie der ist, ist die Chance größer, den Nagel zu finden. Das ist voll der schlechte Vergleich, Curtis. Hat keiner was zu trinken bei? Doch. Dankeschön. Dankeschön. Äh, nuttigst Dankeschön für den Prime-Suppentritt in Okulu. Besser als Kreise-Pedert stimmt, aber... Ich muss auch mal. Ja, gib Gummeln, ne? Ich bin nur froh, dass ihr nicht so Dressmann in den Busch gegangen seid. Hahaha. Äh, Crunch, gute Nacht und vielen Dank nochmal. Oh, viel Spaß bei der Arbeit. Dressmann nicht, nicht, nicht! Mellabfeld! Mellabfeld! Mellabfeld ist auch pinkeln! Wo ist die denn? Die ist pinkeln! Achso. Was hat Jamar für eine Frage? Was? Den Helikopter vom FIB klauen? Was, der Beschuld? Was ist der Beschuld? Ey, Jamar, schimmelde voll in seinem Film. Hallo. Wie wollt ihr dann einen Scheiß-Hubschrauber klauen? Man, keiner von uns kann Helikopter fliegen. Könnt ihr das Scheiß-Ding überhaupt fliegen? Ja, ich kann. Halt die Schnauze. Oh Gott, Dressmann. Hä, ich kann wirklich. Bumuuu! Oh, das war knapp. Boah, das ist so knapp. Das war voll knapp. Ja. Geht's euch gut? Also, wir sitzen im Panzer. Ja. Okay. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ist das deine Frau? Ja. Küsst euch mal. Boah, ich pack ihn schon wieder da mal rein. Keine Lust? Nicht küsseln. Okay. Ja, komm rein. Ciao. Ciao. Was steht denn da oben? Die ist am Kacken, alles gut. Hast du dir auch Taschentücher mitgegeben? Nein, der hat einen Pampers. Und jetzt steht die da und ruft mich jetzt an. Ruhig mal. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wirklich super, hat funktioniert's. Und, wie war's? Gut. Müller, hast du schlechte Laune? Hm? Hast du schlechte Laune, hab ich gefragt. Ich fühl mich wie jemand, der einen Stock in nem Wald sucht. Ja, aber was willst du machen? Der Typ ist einfach total irre in der Birne. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Das ist ein Nuller-Kennzeichen. Das ist kein Parkplatz. Crack? Jawohl. Was für Kennzeichen, Amelie? Die Jungs haben gesagt, mit ganz vielen Nullen, aber wir sind gerade noch anwesend. Am Kino, am Kino, am Kino. Da steht ein Fahrzeug. Ja, wir haben schon mehrere gefunden. Aber die spielen, glaube ich, gerade im Kino ein Versteck-mich-Film. Ist geil, nur. Oh, das ist da am Toilette. Nein, das ist... Was machen wir im Kino? Im Kino spielt jemand Versteck-mich. Guck mal jetzt. Oha. Ich will den Typen von dem Mungas. Wen willst du? Da, den Roboter. Okay, gut. Keiner da. Guck mal. Keiner im Kino. Ah, ist ein MLO. Wenn ich einen Film machen, so kann es ja echt sein, dass sie hätten im Kino sein können. Meinst du, die haben... Boah, das wäre aber... Das wäre eigentlich ein gutes Versteck. Das wäre voll der Film. Nachtverstellung. Wir sind jetzt gegenüber bei der Villa von denen. Ich habe keine gute Filme im Kino. Gefallen aber nicht drauf, ne? Ja, abdings. Nee, gegenüber. Neben dem Haus. Da, wo der Parkplatz ist. Deswegen, ja. Auf der Seite. Okay. Auf Nifty zum Beispiel konntest du Kinofilme gucken im Game, ne? Ich weiß zwar nicht, wie das mit dem Copyright ist, aber... Oh, weiße Spur, Mann. Beruhig dich. Das ist deren Mission. Ja, warte mal, warte mal. Da sind zwei... Hört mal zu. Die haben eine schwarze Ninnemaske auf. Drehz, Mann. Schwarze was, Maske? Ja. Pst. Ey. Ihr seht schon gefährlich aus, ne? Alles gut? Ja, bei euch. Jo, jo. Wir waren auf der falschen Spur, Jungs. Ja, also... Ja, also... Eigentlich wollten wir abbiegen, weil da war ja Abbiegerspur auch. Okay. Aber, ja. Wir haben halt nicht so schnelle Beschleunigung wie hier. Aha. Okay, wenn du meinst. Hast du schlechte Laune. Naja, aber ich hab keinen Bock, dass ihr irgendwie... In meine Karre reinfährt, oder? Ist doch verständlich. Ach, ja. Also. Und daran nicht so verständlich. Bruder, fahr doch einfach. Ist doch nichts passiert. Was ist da mit dem Ding? Mit dem... Mit dem... Customs Owe eben von. Ich wollte nur gucken, weil ihr so gefährlich ausseht. Okay. Wer seid ihr? Geht dich nichts an, oder? Nuller-Kennzeichen, Leute, mit Maske. Er bleibt einfach stehen, Jungs. Der hat den Herzen aus Statt. Vielleicht geht das nichts an. Und ihr fahrt weiter. Okay. Brauch's. Der hat schon gesagt, weiter war. Das war ein Nuller-Kennzeichen, ne? Ja, das können die halt sein. Quack, pass auf. Da kommen zwei Revolta Richtung... Richtung diese Villa. Da voll dem Mann. Zwei Autos. Wir haben Weinwood-Driven. Da fahren zwei Autos Richtung die Villa. Von denen. Mit maskierten Leuten drin. Wir fahren gerade hinterher. Sind jetzt gleich beim Golfplatz. Sind beim Golfplatz. Die fahren Richtung Villa. Die sind jetzt gleich da. Die sind jetzt gleich da, sagen sie. Ja, wir sind ein kleines Stück weg. Acht Leute. Circa 20 Sekunden, 30 Sekunden sind wir da. Die fahren aber vorbei. Acht Leute anscheinend. Die fahren aber vorbei. Weißt du, Bekleidung? Die fahren komplett in schwarz. Die fahren Richtung Westside. Richtung Westside fahren die. Zum Strand. Zum Strand. Die fahren jetzt Richtung Kieselsteine. Richtung Kieselsteine fahren die jetzt. Wir sind gleich beim... Pass auf, nicht dass der Fall ist, ne? Die sind links gefahren. Ne, gar nicht. Nein, der geradeaus fahren. Die sind jetzt bei den Kieselsteinen. Die sind bei den Kieselsteinen vor der Haustür. Bei den Kieselsteinen vor der Haustür. Die fahren aber weiter. Die fahren aber weiter. Wir sind direkt bei den Kieselsteinen vor der Haustür. Ey, dass der Patriot... Der jetzt auch. Der kommt doch von der Farbe. Nein, die. Bei zwei Revolter. Die stehen bei den Kieselsteinen, direkt am Likastor. Bei dem Klamottenladen. Die oder ihr? Die auch. Die stehen am Likastor. Die halten gerade so einen Patriot an. Die haben nur einen Patriot angehalten. Oder stehen neben dem Patriot. Nee, die in den Autos. Revolter. Die fahren in den Wald. Ja, die drehen um. Wir fahren weiter Richtung Osten. Die fahren Richtung Downtown. Zum 3er-ATM. Was für ein ATM? 3er-ATM. In der Mitte von dem Stadt. Nein, die biegen wieder links ab Richtung Dings. Ne, gar nicht. 3er-ATM. 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 Richtung Peine Park. Richtung Penner Park. Nein, die biegen links ab. Am Arcadius biegen die ab. Abgebogen. Arcadian links ab. Abgebogen. Die fahren wieder Richtung Norden zum Tikilala Richtung. Richtung Norden Tikilala. Ich hab mir ein ganz ungutes gefühlt. Links abgebogen. Links abgebogen. Uuuuh. Hm. Ja, haben sie verloren. Jetzt haben sie sie wahrscheinlich verloren. Jetzt haben sie sie wahrscheinlich verloren. Die sind in Richtung... Die haben sich aufgeteilt. Deiner ist links ab. Die haben sich aufgeteilt. Ja, anscheinend haben sie sich aufgeteilt. Die haben sich wohl aufgeteilt. Ja, die haben gemerkt, dass wir die verfolgen und schütteln uns halt ab. Aber wer weiß, ob die das überhaupt waren, ne? Keine Anzüge, die haben so Huldies angehabt. Die haben alle schwarze... Was haben die angehabt? Komplett schwarze Hoodie und schwarze Masken im Gesicht und so ein Kram. Und da ist jemand verletzt. Da ist ein Komodo auf der Villa gerade reingefahren. Oh, hier ist einer verletzt auf der Straße. Da ist jemand... Weg, 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 weg. Wir fahren zur Villa. Da ist jemand auf das Villa-Gelände reingefahren. Wir nehmen gerade vom Klamottenland. Das ist los. Dann fahren wir. Dann fahren wir nach Kommoda. Ja, das war's. Weg, weg, weg. Nicht da drauf fallen. Da ist jemand aufs Villa-Gelände gefahren. Da ist was aufs Villa-Gelände gefahren. Das kann wohl dann eine Falle sein, ne? Ein Komodo anscheinend. Sandfarben. Könnte eine Falle sein, ja. Wo seid ihr näher? Masken auf? Nein, den brauchst du nicht. Okay. Wir sind auf dem Weg. Wir sind bei der Kirche neben dem Golf. Dretzmann, bitte tu mir eingefahren. Fangen nicht auf das Gelände drauf. Wir fahren nicht auf das Gelände, Dretzmann. Okay. Da scheint jemand zu sein. Ja, vielleicht das soll ein Bell, dass jemand hingeht. Wir fahren rein. Wer fährt rein? Ich, Johnny. Nein. Okay, aber dann passt auf. Wir sind da auch da. Wir sind da auch da. An der Straße. Ja. Flüchtet. Flüchten zwei Autos weiß. Da flüchten zwei Autos weiß. Macht die Tür zu. Dretzmann. Hinter uns. Mask auf. Die können nicht rausfahren. Wir haben zugemacht. Die kommen raus. Ihr bleibt jetzt still, ne Motherfucker. Steigt aus der Kau. Okay, wir machen die Weg. Wo ist der andere? Denk da an die Revolta. Also ein weißes Auto, Creme farmt, wie auch immer, ist geflüchtet nach hinten raus, Richtung Grotte. Der hatte städte Porni. Der kam nicht raus. Der kam nicht raus. Der kam nicht raus. Vielleicht durch die Tür. Vielleicht durch die Tür. Einer muss mit mir raus. Draußen, draußen. Wo draußen? Vor der Tür? Da rennt was. Ja, ja. Links, links, links. So. Wo, links? Wo? Hier lang, hier lang. Seiteneingang einer. Aber er kann sein, dass es Bademeister ist. Hat irgendwas weiß Tarnfarben das angehabt? Entweder rein, gib du mal rein. Richtung Uni. Eine Richtung Universität. Eine Richtung Universität. Richtung Uni. Lauf Richtung Uni. Junge, Alter, überall Affen, Alter. Ich kann aktuell niemanden sehen. Buckelo. Ich bin Uni Haupteingang, niemanden zu sehen. Vielleicht Gebüsche, ne? Kann gut sein. Weiß ich aber nicht. Ja, hier ist nirgendwo was zu sehen, ne? Hier rennt was weg. Uni? Blaue Hose? Ne, das ist Johnny, glaube ich. schwarzes Auto hinter der Uni. Jo, habt ihr jemanden rumrennen sehen? Hinter der Uni steht auf jeden Fall ein Auto mit zwei Leuten, aber Sportklamotten an. Bist du noch dran? Ja, ja. Okay, okay. Ich bin nur aufs Dach geklettert, weil Affen können gut klattern. Hä, wer erzählt denn so ne Scheiße? Wollen wir drunter? Ich hab Angst, dass jemand da aus der Hoste kommt. Helikopter, Bullen, 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 Bullen. 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 Quack, hast du gehört? Halt. Ja, ich bin schon am Hauptteil. Ja, schreien, schrei. Lass mich rein. Kops, Kops. Die haben hier nur einen Platz frei. Schrei, schnell, schnell, schnell. Na klar. Wir kommen nur hinten raus. Wir kommen nur hinten raus. Ey, vorne ist alles voll von wo wir gekommen sind. Da sind grad sechs Cop-Karten reingefahren. Vorne? Ja. Da wo die Autos von denen stehen. Einen können wir noch mitnehmen, ja. Wir können noch einen mitnehmen. Quack, bist du? Bist du im Auto? Ich bin im Auto bei Drifter. Und bei Mila. Uns verfolgt der Helikopter. Affenmasken ab, wegschmeißen. Affenmasken ab, wegschmeißen. FAB, alles ist hier. Aber ich hab ne starke dabei, deswegen fahren wir am besten weg. Wenn jetzt hier keiner mehr ist, dann... Alle, die sich jetzt hier Hops nehmen lassen, ist halt... Arbeiten die mit den Cops zusammen oder sind die immer jede Sekunde da, Alter? Anscheinend. Da wundert der Typ sich. Warum schießt der denn auf mich, sagt der. Ja. Helikopter verfolgt uns immer noch. Seid ihr jetzt zu Fuß weggelaufen? Der Quack wird vom Helikopter verfolgt. Wo ist der Quack denn? Der ist im Auto, der ist im Auto. Die verpissen sich. Aber wir versuchen es, wir sind grad Filmstudios. Die sind am Filmstudio. Gehen direkt über uns. Wir sind direkt... Der Helikopter ist direkt über den. Verpisst euch im Dings runter. Und fahren einfach ruhig. Andere Richtung, wenn du fährst, ist ein Tunnel, ne? Wir gehen hier vorne kurz tanken. Ich tank, ich tank. Ja. Elektro, ne? Mhm. Highway ist immer schlecht. Wir fahren westlichen Highway Richtung Norden. Westischen Highway. Was sagst du? Äh... Wir sind... West Side... Äh... East Side. Also von... Country Club vorbei. Ist der immer noch hinter euch? Jaja, der Heli folgt uns immer noch. Ist was das? Fahr in den Tunnel und dreh dann wieder um. Der, der gerade zukommt. Hier kommt bald ein Tunnel. Okay. Fahrer sagt, er weiß, was er macht. Dretz die Regeln. Ich hoffe, dass keine alle weggekommen sind. Hoffe ich auch. Also ich hab mich ungezogen. Wir können vorbei fallen, ne? Elion war noch über uns. Keine Autos gesehen. Wenn... Wenn nur noch Haze ist, der ist in der Bäckerei. Dann soll... Checkt mal die Autos ab, ob er fehlt. Bei uns... Bei uns fehlt einer. Ja, glaub ich auch. Aber mach dann, ist der Flieger drüber und abrunden. Wir sind wieder voll. Quack. Wie viele seid ihr im Auto? Wir fahren. Haben im Tunnel gedreht. Wir sind wieder auch wieder voll. Eli drauf reingefallen. Eli weg. Siehst du? Er hat halt keine Möglichkeit, ne? Wenn wir weiterfahren, ist Arschkarte. Top-Autos kommen uns entgegen. Versuchen uns zu schneiden. Okay, warte mal. Wo seid ihr, Quack? Wir fahren vom Tunnel zurück Richtung Süden. Tankstelle vorbei. Jede Menge Cop-Karren. Alter, das sind acht Cop-Karren. Schmeiß die Masken weg. Die sind schon weg. Die werden verfolgt, östlicher Highway. Blaue Autos. Östlicher Highway werden die verfolgt. Von den Polizisten, ne? Äh... Er hat jemand von uns blaue Autos? Er wird östlicher Highway verfolgt. Keiner von uns hält blaues Auto. Wir werden auf jeden Fall aufgeholt. Hedi ist wieder am Arsch. Wie viele Cop-Streifen? Ungefähr? An uns vorbei sind acht Autos. Acht Autos? Davon haben wir erstens fünf Cop-Autos und drei Civis können gewesen sein. Acht plus fünf Nummer und Hildekopter. Und wir haben keine Masken mehr, ne? Möglichkeit, Dretzi? Ja, da können wir so oder so nichts machen bei acht Autos. Heck. Ihr seid doch für euch allein gestaltet. Dretzi, ja. Ja, wir fahren in die Kanäle. Ihr müsst in die Stadt rein, ja. Müsst ihr. Wir sollen versuchen, in die Stadt wieder reinzukommen. Ja, die sind auf Mecklenstadt. Zwei Zivikarren hinter uns plus Heli. Zwei Zivikarren hinter uns plus Heli. Und zwei Zivikarren. Zivildkarren sind hinter denen her. Weiter hinten noch ein Streifenwagen. Was für ein Auto sind die Zivikarren? Nee, ihr. Nee, ich kann's dir nicht sagen. Schwarz. Bestimmt ihre Wolter. Au. Ja, das ist halt auch die Sache. Nee. Von mir aus können wir das jetzt mit dem Frank machen. Was wollt ihr noch? Wir könnten den Frank dazuholen jetzt. Ja, dann ruft den Frank an. Im Endeffekt könnten die jetzt eine Falle da aufstellen. Und die fahren dann dahin. Ja, ich... Nee, 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 nee. Wenn, dann wollten wir eh eine Geiselnahme machen. Das ist so irre, das sind acht Korbautos plus fünf plus Heli. Wenn, dann wollten wir eh eine Geiselnahme machen. Wir waren grad bei 187, sind jetzt von da wieder weg. Halt mit dem Frank zusammen Geiseln nehmen und die fahren zu uns. Nicht so viel Quatsch in dem Auto. Die waren bei 187 und jetzt sollen die wieder weg da. Wir haben aber zwei Helis am Arsch. Die haben zwei Helis am Arsch. Dann haut den Tunnel ab. Hau den Tunnel ab. Bei uns zu Hause könnt ihr. Bei uns zu Hause könnt ihr. Das können wir. Oder Arcade ist wahrscheinlich auch unten. Das war Fehlinformation. Wer fährt denn? 13 Mal? Ja. Ja. Dann quatsch ich nicht sofort. Der wäre gut zu wissen, was die für ein Auto fahren. Wenn wir davon noch ein zweites kriegen, dann könnten wir die halt... Was für ein Auto fahrt ihr? Wir... To... To... Toros. Toros. Den grünen. Ja ok. Den grünen Toros aufzutreiben ist schwer. Wir sind Richtung Süd unterwegs. Wo genau seid ihr? Äh... Projektmappe. Fahren wir vorbei. Eine Projektmappe. Projektmappe? Naja, wir könnten alle höchstens auf dem Helikopter ein bisschen Warnschuss abgeben, ne? Dass der abdrehen muss. Aber wie gesagt, wir haben keine Maske mehr. Die Werbung schalte ich aber nicht, oder dafür kann ich nix. Da, wir sehen den Helikopter. Haben die euch gestellt? Nee. Alter. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Diese schwarzen... In dem grünen Toros. Diese schwarzen Civil Lotus, ne? Das sind bestimmt andere Covercups. Oder die. Die Anlage vorbei sind jetzt Junkie Park. Junkie Park sollen die. Wir fahren vorbei. Bei unserem Park? Weiter nach Osten. Zivilkarren. Die fahren weiter Norden? Gleich Eastside. Die sind gleich in der Eastside. Wir sollen mal Richtung dem LSC mitten in der Stadt fahren. Das ist dieser Tunnel. Wir sind auf dem Highway. Fahren Richtung Norden. In dem Tunnel können die oben raus. Wir sind auf dem Highway. Ja, das letzte Mal macht er schon. Aber hinter euch sind bestimmt 12 Polizeiautos. Ja, wir haben... Wir haben auch zwei Helis am Arsch. Das ist das größte Problem. Ich muss in den Tunnel. Wir können auch versuchen mit dem Guardian irgendwie... ... dass die irgendeine Straße langfahren und wir dann die Straße zu machen. Ja, ja, deswegen ja, die Straße zu machen. Dafür brauchen wir einen LKW. Am besten. Weißt du nicht, dass der Guardian reicht? Nein. Viel zu klein. Guardian? Ich vermute, wir werden gleich in die Kanäle. Bruder, willst du dich im Guardian setzen? Und dass der Gramm wird? Nein! Gucke nur! Entscheide dir. Mir ist egal. Wo seid ihr, Quack? Quack? Wir sind... Wir sind... Warte kurz. Ich sag dir gleich vor, wir sind... Okay. Immer noch Highway... Äh... Was ist hier in der Nähe? Wo sind wir? Das Einzige, was wir halt machen könnten, ist halt mit einem Auto... Highway Richtung Süden aktuell. Highway Richtung Süden. Die Aufmerksamkeit kriegen wir. Wenn wir jetzt schießen, dann werden die jetzt schießen. Das macht keinen Sinn. Projektmappe in der Nähe. Ihr seid schon wieder in der Nähe Projektmappe. Jaja. Wir fahren Richtung Waschstraße. Jetzt wieder Junkie Park vorbei. Jetzt wieder Junkie Park vorbei. Junkie Park vorbei jetzt. Immer noch Osten. Immer noch Richtung Osten. Immer noch Richtung Osten. Hier müssen wir nicht kommen. Da vorne gleich verlaufen. Nee. Geradeaus. Ja. Da vorne nicht. Seid ihr schon erst halt? Ja, wir sind jetzt wieder Highway Richtung Norden. Wir sind wieder Highway Richtung Norden. Es wird drüber geredet, hinterm PD in die Kanalisation zu fahren. Pass auf, nicht so schnell. Eieieiei. Einen Polizeiwagen hat sich überschlagen. Einer hat Unfall gebaut. Hahahaha. 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 Sind hier hochgefahren, oder nicht? Wo seid ihr Quack? Äh, immer noch Richtung Norden auf dem Highway. Immer noch Richtung Norden auf dem Highway. Aber in der Stadt, ne? Wie viele Autos befolgen euch? Zu viele. Zwei Autos direkt hinter uns. So, dass die das nur nicht das Feuer helfen ist, haben auf die Reifen, ne? Ja, was können die machen? Keine Ahnung. Ich kann auch nix sagen. Wir sind unten am Krankenhaus. Die rammen uns. Stadt auswärts. Stadt auswärts am Krankenhaus? Also wieder Richtung Süden? Wir fahren Richtung PD. Die fahren Richtung PD. Die wollen, glaub ich, in den Tunnel rein. Die fahren jetzt wieder Richtung PD. Dort heißt, sie kommen jetzt zu euch. Die wollen hinter'n PD im Tunnel rein. Stadtpack sein Ding. Die wollen hinter'n PD in den Tunnel rein. Wie schnell sind die denn, Alter? Ja, die sind übertrieben schnell. Vor allem Pferde, richtig cool. Da ist der Thomas. Da ist der Thomas. Quack, wer sitzt bei Schmaudo? Der schwarze Thomas ist von uns, der hinter denen ist. Quack? Quack? Ja, ich geh ja schon vom Auto weg. Ja, alles gut. Okay, die haben die Hobbs genommen. Die haben die Hobbs genommen. Die haben die Hobbs genommen. Die Frage ist, wo waren die jetzt zuletzt? Sag einfach, warum nimmt die uns hier und hier, Hobbs? Was haben wir denn falsch gemacht? Hallo? Aber stopp, die haben keine Masken bei, ne? Eigentlich können die nix. Das ist halt auch wegen Wegfahren, ne? Ja, wegen Wegfahren, aber das ist ja keine... Egal. Das sind 70.000 Straßen. Die Bahnhofer in Richtung... Richtung Peine Park. Ja, ich weiß. In der Einbahnstraße bei den Bullen. Ach, direkt da, wo der Stadtpark ist. Ich weiß, wo die Einbahnstraße ist, wo du im Kopf... Okay, warte. Ja, ich weiß, wo du meinst. Lass... Soll ich euch hier rauslassen? Dann kann ich vielleicht jemanden einladen? Ja, versuch. Und pass auf, tschau' auf. Fahre ich. Quack? Ja. Der Phil fährt jetzt sein. Ähm, der Phil kommt mit dem Auto. Falls ihr nicht verletzt, seid ihr mit zu. Der kommt mit dem... diesem grauen Elektroauto. Ey, geht schon los. Die Türen sind auf. Ja, ich glaub, das... wird so nix. Aber wo sollt ihr? Jeff Carey und so. Johnny, weißt du das? Äh, ne. Quack, mach keine Faxe, meine Kuppers, ne? Lass dich einfach verhaftet. Oder spring ins Auto von Phil. Oder versuch ins Auto zu springen, wenn die Gelegenheit günstig ist. Aber denk an dein Leben. Was wird mir denn vorgeworfen? Auto? Machen sie mir auch die Tür auf, weil... sehr nett. Das ist Marco Sink. Ich glaube, Craig wird gerade verhaftet. Der hat gesagt, können sie mir die Tür aufmachen. Eieieiei. Guten Tag. Tach. Das ist ein, äh... Homie von mir, ne? Nee. Wax. 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 Ah, jup. Hallo, Craig. Wo fahren sie denn jetzt mit mir hin? Warum denn ins PDs? Ja, Johnny, Johnny Patronus. Was soll ich denn da? Johnny, kannst du vielleicht mal Soldier anrufen? Ja. Ja. Oder ist egal, was mit denen ist? Warte mal, der... Also der Phil telefoniert mit Salty, ne? Dann rufen Mila an. Mila, dann rufen... Wir hatten geschossen an der Uni da. Mila ist besetzt. Wir. Wir. Crack, du bist der Armarsch. Viel Spaß im Gefängnis und pass auf die Seife auf. Ich hatte genauer Kopfschmerzen. Äh, hälst. Hälst, hälst. Jo? Wo bist du? Äh, wir sind grad im Stadtpark. Wir haben anscheinend... Mit wem bist du? Doldi, äh... Jamal und Cyrus. Weißt du, wo Mila ist? Äh, Mila ist mit... War mit... Äh, Drizzy und Crack unterwegs. Äh, mit Drizzy und Jivka, ne? Okay, die wurden hops genommen, ne? Ja, die wurden hops genommen, genau. Aber die haben auch keine Masken oder nix? Äh... Mal gucken, was die bekommen. Nein, nein, ich hab mit Crack zu helfen. Ich hab gesagt, sie sollen Masken wegwerfen. Ah, okay, perfekt. Okay. Wo seid ihr? Ähm... Bei uns zu Hause. Also Crack können wir vergessen. Die können... Die wurden schon eingepackt im Auto. Ja, ja, ja. Haben wir gesehen. Wir sind nur im Stadtpark... Dann kommt nach Hause. Wir haben am Stadtpark anscheinend welche von denen gesehen. Von wem? Von den... Playboy-Leuten. Am Stadtpark sind welche von denen? Ja, anscheinend. Ja, aber das kannst du nicht wissen. Das können irgendwelche Idioten sein. Ey, wir fahren grad nochmal hier rum. Ne, die hatten Fleck auf. Und, äh, Toros. Aber ist, glaub ich, nicht mehr da. Ja. Ey, die sind weg. Das kümmert den Dreads noch nicht. Der hat 500 Milliarden, alter. Er ist in der Junkie Park, die anderen sind auch in der Junkie Park. Genau. Ah, sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Also in dem Auto vom Dreads mal war ein Quackmeater-Thirty. Ah, okay. Nur die. Und Jack hat grad gesagt, dass die von den Playboy-Leuten vielleicht am Planetpark standen. Okay. Die hatten auch ne Fleck auf. Aber jetzt sind die nicht mal da. Und Minder kommt bestimmt im Gefängnis. Wie gut, sollen wir die frei pressen? Ich wollte erstmal nur ein bisschen wagen und gucken, was die bekommen. Kann ja nur Fahrerflucht sein, ne? Ja, ich ruf den, also ich telefonier nochmal in 5 Minuten mit der Dingens mit der Frank, ne? Ja. Dann machen wir nochmal was mit denen. Mhm. Jetzt direkt da weiter. Wenn jetzt nicht wenn der da kommt, ne? Ja. Von dem Playboyz. Ja. Er hat die Maske wohl weggeschmissen. Habt ihr gehört? Sehr gut. Was hat denn? Jut, geht gleich direkt weiter. Wie? Mit Frank. Jetzt noch. Was? Ja. Nein, Alter. Find ich gut. Stellt euch schon mal auf 3 Uhr nachts ein. Geisel-Name. Ja, hast du noch ne Maske gebracht? Kaufen wir. Ja, die können wir direkt zum Frank fahren. Okay. Aber wenn wir das machen, lass uns das nicht zu spät bitte machen. Ne, der telefoniert mich in 5 Minuten normal. Warum? Kommt sein Mann? Ne, aber ich kann dir sagen, das letzte Mal war ich so bis 4 Uhr in so ein Auto eingesperrt. Eieieiei. Und ich kann dir sagen, 4-5 Stunden in so ein Auto zu setzen. Da schwitzt der Arsch auf dem Ledersettel. Ja. Doch wild, oder? Ist nicht wild. Eigentlich wird mal ne Tour der Bild im Gepäcknis gepackt. Die kann man eh noch ankeigen wegen, wie heißt das? SDV. Fahrerflucht. Ja, blödsinn. Halt. Ah, war die da auch mit dem Fahrrad? Ne, ich hab kein Wasser, Jay. SDV-Klo. Die Straßenverkehrsordnung. Ja, aber ich denke mal, so hoch wird die Schraublinge ausfallen. Ja, geht nix, Crunch. Wird nix gepennt, Junge. Okay, wie viel sind wir jetzt? Zwölf. Viele. Zwei, vier, sechs, acht. Wir sind zwölf. Ja, aber wir müssen doch... Du musst dich bedeckt halten. Ach, stimmt. Und seinem Kumpel dir raus... Ja, dann sind wir zehn. Zehn. Okay, vielleicht kommen die jetzt sofort raus, dann sind wir ja wieder... Junge, ich höre jedes Auto, was fährt. Ne, hier. Ehrlich. Was labern? Wenn der LP geht, gehe ich nicht pennen um null. Bruder. Crunch, Bruder. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal gerade, wie viel die da waren. Zwei Autos, irgendwie. Crunch, Dankeschön für fünf Gifte Zaps. Und J. Kerk, danke für den Prime zweiten. Und Worter, danke für den Prime auch im zweiten. Und Blade, Dankeschön für den Reset im zweiten. Und Orkan, Dankeschön für den Reset im dritten. Habibi. Wollte man nicht, Cringe. Ich bin so dead. Geh pennen, Mann. Es gibt doch BB. Ich brauche eine... Da muss man halt gucken. Als wir da aufs Gelände sind, ne, ähm, waren da noch Leute am Golfplatz? Götis? 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 Zebra, danke für den Prime 17. Was ist denn da hinten, Woody? Es auf! Fall wo, fall wo, fall wo! Ja, ist schnell hier rein. Ah, da sitzt hinten. Kacke. Wofür ist er? Guten Morgen. Wo? Da wir sollten nicht laufen. Hm? Besser ganz ruhig bleiben, sonst sind wir nachher bei uns am Arsch. Bist du schon als nächstes zählt? Äh, soweit ich war jetzt im Park, aber wir gehen kurz noch essen und trinken holen. Okay. Ich würde euch empfehlen bis heute mitzunehmen, könnte jetzt ne lange Nacht werden. Gebt mir all deine Burger. Ich hab meine Termine grad verschoben. Ich würde eigentlich grad noch ein bisschen in den Strand fahren. Ja. Ich würde euch dann... Ja, ja, ja! Petrus Das ist jetzt Ja, ich fahr dann das Rechner wahrscheinlich los Gleich Ja, ja, mir lässt er auch obs genommen worden Ja 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 Der Cyrus braucht jetzt gleich auch nochmal Klamotten Der hat gefragt ob ich ihn kurz kenne Weiß ich nicht Das ist der Batten glaube ich Keine Ahnung Das sah alles wieder Das ist egal Der Interfer Hab da was gesucht Ach ne Einfach nur geguckt wo Leute sind Achso Ich bin schwarz Jo War das nicht Jess Ja ich wollt grad sagen Die Jesser ist auch ein Beifahrer Und wer war der Typ? Der Ben Der wird für uns Drogen dealt Ich dachte Jess macht mit Jammer Kursi Wo ist Jammer überhaupt Der sitzt da vorne in dem Auto Jetzt hab ich mal ne Frage ne Ja Wenn da eine Karre von uns aufgenommen wurde Da war doch dann der andere Taurus ne Ja okay und wo ist der Ding jetzt Der Revolta haben wir im Parkhaus angeparkt Weil ein Cop an unserem Auto war Genau Dann nimm den Chef dann fahren wir zum Parkhaus Ja Hast du Sachen mit? Ja ich hab für nicht Sachen aber ich hab noch nicht für Cyrus holen können Was braucht ihr oder was habt ihr denn an? Komplett schwarz Ja für Cyrus braucht man nur noch ne schwarzes Oberteil Ich hab ne schwarzes T-Shirt keine haben Ja perfekt Maske was habt ihr da? Noch keine Wir müssen nur zum Ding jetzt Zum Parkhaus Wie immer Wie geht der? Ja Warte kurz Oh mein gut Ich fahr dir Parkhaus 5 Minuten Ja Aber wie kommt der dahin? Wo geht der hin? Pinkeln und so braucht 5 Minuten Warten wir? Nein Ach keine Ahnung wir fahren zum Parkhaus Ja der kommt schon dahin Ich wollte dass Jack vorfährt Bist du das Parkhaus hier bei uns oder nicht? Ne ich denk mal das andere wo wir uns mal treffen Ich ruf Johnny an Ja weil wir Ne Johnny hab ich am Telefon Johnny Welches Parkhaus ist das denn jetzt hier? Achso ok Ich dachte weil wir den dran wollten Ja Jack Ja sollen wir auf den warten oder wie sieht das jetzt aus? Ja dann wartet kurz 5 Minuten braucht der Ja und er soll einfach mit Bike dann kurz hinterher kommen Dann kann er das Bike her stehen lassen Der wird schon anrufen Ja Jut 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 Die stehen immer noch da Junge Was denn hier? Ach du Scheiße Naja dann war aber viel mehr Hier ist der Land Also die meisten Cops sind alle gerade Richtung Park und PD Auf jeden Fall viele Auf jeden Fall viele Ich hoffe diesmal keine 5 Minuten Aktion wieder Ja ich hoffe auch Wenn die in den Park wollen ne und dann den Cope empfüllen oder so ne? Das geht schon Ich sag gerne ich Dann geht auch nochmal so ne Chaoten Aktion Dann hab ich da auch keinen Bock mehr drauf Alles gut ich hab Winkelmesser mit Dann geht das nicht mehr Jut 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 Schummumm! Ich hab schon. Ah! Ahhhh. Junge, die Schuhe. Hallo. Hi. Hallo. Ja, das war so klar, dass du solche Masken aussuchst, gleich wieder. Halt, hast du denn für einen Kalisterkopf? Ich war noch kurz in der Arcade. Den Rest nur bitte herkommen, dann verteid ich euch mal Masse, oder? Geil. Wer hat denn die Mädelsmasken? Warte, hast du schon eine Maske? Ich habe nur keine. Alter, ich war für draußen, er ist eine Bedrohung. Du bist erstmal einer, dann komme ich mal zu dir. Ja, komm. Danke schön. Hast du die bekommen? Ja. Jetzt ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib. 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 Danke. Ganz normal. Oha, mit Helm ist das ja richtig süß. Das habe ich auch gegeben. Was geht? Das passt richtig gut unter die Mützen und so, diese Maske. Bleib. 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 Wer hat noch keine Maske? Wer hat noch keine Maske? Wer hat noch eine Maske? Hallo, der mit der Arcade-Helm braucht noch eine Maske, Hilfe. Ich brauche noch eine Maske. Ich brauche noch eine Maske. Cyrus, komm mal her. Ja. Ja. Boah, ne. Ja. 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 Du magst so süß aus wie immer. Wie geil, du kannst über die Maske machst du den Helm, alter Digger. Das ist so nice, Alter. Eigentlich müssten wir uns jetzt alle so einen Helm noch drauf tun, Alter. Mr. Hangebult, bitte holen Sie Luft. Können wir jetzt bitte einfach mal anfangen? Klar, sie ist los. Sie ist der Plan. Ich hab keinen. Donny hat einen. Folgendes, also, ich hab keinen Plan. Nein, wir sollten jetzt am besten eine Geisernahme auf jeden Fall starten. Das geplante war ja, dass wir eine Geisernahme starten und als Verhandlungspartner uns Fischer holen. Ja. Fischer. So. Das heißt aber auch, es muss was sein, wofür der sich bewegt. Wenn wir jetzt Jochen und Miriam am Stadtpark mitnehmen, interessiert das keine Sau. Richtig? Jetzt ist die Frage. Ich hab ne gute Idee. Ey, ich möchte nur einmal kurz sagen. Wir dachten an den F5-Beef-Chef. Es ist 23.24 Uhr. Wir müssen echt starten, weil sonst haben wir gleich wieder alle Bauchschmerzen. Also ich kenne, wer noch Bauchschmerzen hat. Die sind an der Playboy-Villa. Ja. Wie fleißig essen. Ja. Habt ihr ne Idee, wie wir an ne wichtige Person rankommen können? Selbst wenn wir die wichtige Person haben, wollen die die eh sehen. Ich denke, die Masse macht's. Wir schaffen irgendwie 10 auf einmal zu nehmen wie letztes Mal. Oh, ich hab wohl ne gute Location tun, ne? Jamar, mach das bedingend. Hallo. Wie wir letztes gedacht haben. Ja? Keiner hört mir zu. Ruf den einen Typen an, den du, den äh, dem F5-B. Ja. Ja. Hallo. Ja. Wir brauchen ja, wir brauchen ja ein Gebäude, wo wir uns verschanzen quasi beim letztes Mal, ne? Ach so, Verständnis-Ding. Habt ihr, habt, seid ihr mit Funk unterwegs? Ich würd sagen, nein. Das, 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 das Risiko, das zu verlieren, ist zu hoch. Okay. Sag die Location jetzt. Kino? Kino? Kino ist voll gut. Aber da hast du doch nur einen einzigen Ein- und Ausgang. Palt' mit meinem letzten Mal, halt funktioniert. Hä, was, was ist denn im Kino? Da, die Geiseln hinbringen. Egal, egal. Kino kann zumindest keiner von hinten, die da rein stürmen. Also ich würd halt sagen, dass die Fahrer wieder draußen bleiben. Äh, ja. Würde ich auch machen, die Fahrer, ja. Das war letztes Mal wirklich... Ja, ich darf wieder verhandeln. Wieder zwei Ausstöpsel für sieben Geiseln. Juhu! Genau. Die Leute bei uns wissen schon, wer das ist, hoffentlich, ohne dass ich euch jetzt zuweise, ne? Ihr habt ungefähr ne... Ja. Ich denke, bei uns sieht das halt auch. Topi. Ja, dann dürfte ich aber nicht dabei sein. Ja, ne, du gehst mit rein, Johnny. Jut? Ich mach Fahrer ein. Verpasst, John. Na, Fahrer macht das Fahrer. Ich würde so gerne voll übertreiben und einfach das PD nehmen, aber das geht nicht. Also ich kann dir sagen, dass... Er trägt den SPD rein, Junge. Das wäre sehr unklug. Jetzt, ja, SPD. Safe, safe, safe. Also, als wir gerade eben die Verfolgungsakt hatten, waren irgendwie zehn, zehn, zwölf Autos. Ja, ja. Am DOJ habe ich vorhin gesehen beim Vorbeifahren. Da ist ein riesiger Kreis gewesen von... Mitarbeitern. Ach, schon wieder DOJ, Junge. Ja, nochmal DOJ hat ja letztens gut funktioniert. DOJ ist zu instabil. Wenn wir das jetzt machen, könnte das noch Nachfolgen haben, die uns stören könnten. Ich glaube nicht, dass wir die befreien sollen, weil die eigentlich nur SDV-O schassern. Die können den nicht nachweisen, dass die da geschossen haben. Aber wissen tue ich es nicht. Ist nur... Weißt du? Bist ihr? Nein. Aber egal. Donnie, Alter. Du bist voll klub, ne? Ich bin hübsch. Ja, dann sag doch mal, was machen wir denn jetzt? Wie wäre es mit Paledo? Boah. Ins Krankenhaus. Entweder das oder den PD da. Ja, das Krankenhaus hat zu viele Eingänge. Ja, oder den PD in Paledo. Da wäre ich für. Ja. Aber ist da oben jemand? Ich weiß ja nicht, aber die kommen ja dann. Ich klär, hier geht nix. Das sind die Ältere. Mist egal. Ich geh nur mit. Geht irgendwo ne Party. Welches? Welches Casino? Oh, ne Party wär das Beste. Oben da Tiki Lala hat das heute offen. Das hat zwei Ein-Ein-Ein-Ausgang. Oh, da komm ich nicht rein. Oh, da komm ich nicht rein. Wenn da schon Leute drin sind, ist halt perfekt so. Wir springen die Fahrt. Oh, das Tiki Lala hoch. Geht ab, gut. Hüper. Kann mal ein schneller Sportler von uns hochfahren und gucken, ob das Tiki Lala auf ist, bitte? Bin unterwegs. Da kann ich nicht rein, da muss ich draußen bleiben. Geht, fahr da jetzt mit. Okay. Was denn? Du solltest vielleicht die Maske abziehen. Habe ich schon. Weil mein Safe-Game irgendwie verpackt ist, da gehen die Türen bei mir nicht auf. Habe ich schon. Buckelo. Du weißt, was ist, wenn da nichts ist? Das ist halt die Frage. Wir brauchen am besten eine Location, wo wir rein können, wo schon Leute drin sind. Das wäre am einfachsten. Was ist, wenn wir was komplett Verrücktes machen, was es noch nie gab und wir den gesamten Stadtpark mittig einkechern? Alten Nell, die kommt von allen Seiten, Bruder. Wir kommen aber auch an alle Seiten weg. Ja, aber die kommen auch. Der Stadtpark hat rot in der Garage, ne? Stimmt. Aber da kommen wir nicht aus. Ist die Garage überhaupt offen? Die ist immer auf, ja. Ja, die ist offen. Die ist offen, ja. Meint ihr da, wo man links vom Stadtpark so runterfahren kann? Ja. Das ist eine Tiefgarage. Das ist geil. Das Ding ist, am Stadtpark kann einem immer zum Vorteil werden, dass da eben viele Leute sind, in denen man auch untergehen kann oder sonstiges. Und das ist das Ding. Dann müssten wir im Prinzip... Aber wir denken das in der Nähe von PD, ne? Nein, wir. Das machen wir ja schon. Wir räumen ihn ja leer und packen alle unten rein. Ja, genau. Wir gehen im Stadtpark, Bruder. Alles klar. Boah. Wie die so schnell alle da runtergefragt bekommen... Seid ihr irre, Mann. Das sind in der Nähe von PD. Ja. Das ist wie im besten Westen, ne? Das sind noch grad drei Kopfautos. Okay. Entschuldigung. Ich bin genau gegenüber von dem Eingang da. Ja, ja, ja. Ich finde das Kino gut. Ja, aber da ist doch keiner. Ja, aber da ist doch keiner. Ja, wir gehen welche holen und verfrachten die rein. Kein einziges Auto. Eine BF und das war's. Ding nicht nach. Ja, ja. Ja, ja. Richtig. Auf dem Rückweg vielleicht nochmal beim Bahamas vorbeifahren. Fahr mal auf dem Rückweg beim Bahamas. Das hat zu, das große Baustelle. Das hat zu, das Baustelle. Ja, ok. Warum? Weil das Kino ist gut? Ja, aber ihr bedenkt bei dem Kino eine Sache nicht. Die muss doch die Leute dahin schleppen. Die muss doch die Leute dahin schleppen. Genau das. Die werden nach und nach eingesackt. Genau, wir machen das ganz Kino voll. Welche Filmleute? Also, an wie viele Leute habt ihr denn so gedacht? Das ist mal ne grobe Zahl. Aber das ist auch blöd. Mindestens die Hälfte von uns. Ok, also sagen wir... 5. Also mindestens 10. Ja. Das wird schwer. Also mit Kino wäre das ganz schwer. Wie willst du denn 10 Leute ins Kino bekommen? Die 10 Leute müssen dann am Out sein. Ach, wir bauen da. Barry, fahr mal ein bisschen durch die Stadt. Guck mal, ob du irgendwo was siehst. Die holen wir vom Stadtpark. Obwohl das schwierig. Genau, zum Strandfest. Das könnte ne Party sein. Das Ding ist, wir müssen halt dann in jedem Out so einen Platz frei machen. Scheiß doch, wir fahren jetzt wieder im DOJ einfach. Nein. Aber das mit den Tequila-Dingenbums da ist gar nicht so verkehrt, wenn danach Leute sind. Ne, ist gar nicht. Steht eine BF. Hört sie mich nicht? Doch. Ne, ich glaub, sie hört mich echt nicht. Doch, doch, doch. Ja, ich hör dich. Achso, okay. Ignoriert dich einfach nur Eiskalt. Ne, ich... Ne, wir haben so viele Löch ineinander geredet. Aufmerksamkeit. Also von einer Mücke. Wir können doch jetzt noch ein paar Autos mehr holen eigentlich. Da einfach so zwei Leute mal reinpacken. Wir haben langsam keine Autos mehr. Wie viele? Also am Start ist eine Party, wo sechs Leute sind. Ja, das ist doch gut. Dann nennen wir die sechs erst mal. Es kommen ein paar mehr Leute mit Autos, es wird wohl grad größer da. Wir können das so machen. Wenn alle Autos von uns voll sind, dann lassen wir Leute... Ja, also jetzt sind ein paar da. Die könnten aber wieder weggehen. Es ist jetzt nicht so, dass das eine feste Veranstaltung wäre. Jetzt sind da auf jeden... Wo denn genau? Das bringt uns außerdem gar nichts, weil du herkommen musst. Ja, komm her, hol uns ab. Das läuft. Die ist im Knast, da wo sie hingehört. Wie machen? Der östlich Vampir, oder was? Ich weiß nicht, kommt jetzt her, ich hab nicht zugehört. Aber auf offenem Feld? Nee, du weißt nicht, wo der ist. Nee, das ist nicht die Überlegung. Die Überlegung ist eher, dass wenn wir die Autos jetzt dementsprechend leer machen, wir das ja auch handeln können. Wir könnten jetzt zum Beispiel könnten jetzt diese Autos, die alle hier stehen, mit jeweils zwei Personen nur losfahren und wir wohnen hier um die Ecke. Das heißt also, die von euch auch kann mitkommen und wir wollen neue Autos. Wo ist das Problem? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Also ich würde jetzt jeweils eine Auto... Pro Auto zwei Leute und fahr zum Strand. Ja. That's the story. Was ist denn, wenn wir einfach fünf Leute von uns als Geisel verkleiden? Gucken wir dann, oder? Ich würde die erstmal zum Kino bringen, wie viele das sind. Und dann zählen wir durch und checken, was wir machen müssen. Oder ob wir noch mehr holen müssen. Vielleicht hat bis dahin gar keiner was mitbekommen. Schau mal, ich fand die Idee grad ganz gut von Jack. Ja? Die ist easy. Wir tun einfach so, als wären einige von uns die Geiseln. Die Idee ist wirklich ziemlich gut. Stimmt, ne? Weil wenn wir nicht aufstehen sollten, können die Autoknachen ziehen. Das stimmt. Ja, pass auf. Dann machen wir gleich, als die übrig gebliebenen, die nicht zum Einpacken gehen, auch unsere Autos zu Autos, wo Geisel mit drin sind quasi. Unsere eigenen Leute halt. Also müssen wir unsere eigenen unter die Richtige gehen. Richtig. Ja, ich will Geisel sein. Choke-Medaille. Lass doch machen. Zwei aus jeder Gruppe. Also zwei von euch, zwei von uns. Zwei aus jeder Gruppe wären dann auch zehn etwa. Wer will das bei uns sein? Ich will. Dann haben wir... Ich mach das. Davis und? Ich? Ja, Toto und Davis werden gleich Geisel sein. Das heißt, ihr bleibt mit hier. Die anderen los. Ihr müsst da jetzt Richtung Dings fahren, ne? Ja gut. Die, die hier bleiben, bleiben halt hier. Jeweils zwei ins Auto nur. Mir egal, Schoko. Deren Plan ist ein scheißegal. Was müssen wir machen? Wir spielen jetzt Geisel. Wir gehen da jetzt Richtung Strand und tun einfach so... Also wir haben jetzt die Party gehört. Nein, 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 nein. Ihr seid gleich einfach Geiseln, die wir extra woanders geholt haben. Okay, will niemand meinen Fahrrad haben? Nein, nein, wir holen jetzt ja neue Autos. Das schaffen wir zeitlich nicht. Die müssen jetzt da hin und die Hops nehmen. Und wir haben euch quasi parallel Hops genommen. Versteht ihr? Wo ist Kuckuck? Ich brauche noch eine Person. Ja. Kannst du gerne machen. Okay. Aber sollen die uns dann nicht schon mal da am Kino absetzen? Wir müssen eigentlich theoretisch jetzt zum Kino. Aber wir haben keine Autos mehr. Ne, ne, wir haben kein Auto. Wir müssen joggen. Das ist klar. Was ist dieses Auto, was da steht? Also ziehe ich nach Hause. Ja. Ja, haben wir zu Hause Autos? Wer ist hier noch? Ja, aber dann zieht euch die Masken. Genau, alle Masken ausziehen, normal ausziehen und dann... Ich stehe nochmal los. Habt ihr einen Schlüssel für das Auto? Für welches? Ne. Das, was drüben steht. Neon oder was? Ich habe Schlüssel. Mehr. Ja, dann haben wir doch ein Auto. Achso, er muss auch los, ne? Neon, 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 neon. Bitte schön. Ja, wir sollen wir schon mal rüberlaufen? Macht das nicht alle rüberlaufen. Wirklich, nur zwei Leute, die die Autos wollen. Ortega, Toto oder so. Holt ihr mal kurz zwei Autos. Ja, ich muss safe mit, weil ich muss mir dann was anderes anziehen. Sonst sehe ich aus wie hier ohne Maske. Okay. Warum jetzt nicht alle da komisch durch die Stadt laufen? Guckt mal kurz weg an den Schlüssel. Ach, machst du Geiselkotter? Ja. Ja, okay. Sonst fange ich wieder an zu verhandeln, dann kriegen wir wieder Ohrstups. Ja, ja. Und dann kugeln. Wir sind gute Geiseln. Ich sehe doch gut aus. Ja, der Helm ist echt wirklich kacke, Digga. Warum? Ich bin protected für den Geschlechtsverkehr. Die Leder-Jäcke passt perfekt zu der Hose. Ja, das sieht doch fresh aus. Nein, sieht's nicht. Nee, du siehst... Du siehst komisch aus. Soll ich mich anders umziehen? Wie ein normaler Mensch? Ja. Okay. Warte mal, dann schmeiß ich aber die Maske weg. Das ziehe ich an. Ajo, pass auf. Ja, schmeiß auch die Maske weg, Dicken. Komm mal her. Hast du mich Dicken genannt? Ich? Kann ich den Helm aufpassen? Frank. Frank. Warte. Aha, ich hoffe du hast Platz. Ich auch. Nimm. Ah, perfekt. Hätte ich sowieso keine gehabt, die krieg ich dir gleich auch angebunden. Stimmt. Aber nicht festbinden. Soll ich das vorm Auto machen, dass ihr hier schon mit den Dingern aussteigt oder wenn ihr aussteigt? Aber wir können nicht schießen, wenn wir uns alle festen. Ja. Ja, wir festen euch nicht. Ihr macht Hände hoch, einfach. Ja. Ab sofort könnt ihr mich Don Camillo nennen. Und ich heiß Lady Pips. Don Camillo. Okay, okay, okay. Patronus. Patronus. Du bist keine Geisel, ne? Das weißt du hoffentlich. Ja, ja. Ja. Ich fühl mich voll stark mit dem Helm. Der Helm macht dich aber zum Geiselnehmer, finde ich. Oh, geil. Dann schmeiß den weg. Ja, schmeiß weg. Ja? Deine Haare blenden mich. Auch Geiseln nehmen. Zwei Leute nehmen zwei Geiseln am Strand, wo die grad hinfahren, der Kolonne hinterher. Dann ruf jemanden an davon. Äh, Brian. Äh, Barry. Barry ist ganz vorne. Barry ist ganz vorne. Barry. Äh? Die sollen da jetzt zum Strand und die hochnehmen? Sind die dumm? Machen die doch gerade. Hallo. Ja, danke, ciao. Ne, anscheinend nicht. Ja, doch. Ich hab jetzt gerade jemand am Telefon hier, der nimmt die gerade alle hoch. Ja, okay. Wie viele sind das? Wie viele habt ihr da, Philly? Da sind einige weg. Also, ich mein, wir sind vier, sechs sind von uns. Also, ihr zwei, die uns gleich Geisel nehmen. Acht Leute haben die schon. Ah, sehr gut. Philly regelt das. Alles gut. Dann haben wir zwölf. Ja, dann hoffe ich, dass wir nicht so spät zur Party kommen. Nicht, dass die Kopfschmerzen das. Aber ich kann das auch gut, ne? Was? Nimm vor deinen Hand hoch, motherfucker. Entschuldige? Entschuldige? Was denn? Entschuldige? Du bist die Geisel. Ach so. Du bist die Geisel? Du are a hostage? Ah, eure Waffen solltet ihr uns auch geben, by the way. Aber dann kann ich... Oh, Jack ruft. Warte, Moment. Hallo, hallo, hallo. Ja, wo sollen wir die... Sollen wir schon mal hoch zum Kino fahren, oder was? Ja, bringt die zum Kino alle. Durchsucht die Waffen wegnehmen und Kabel bilden, ne? Ja, 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 okay. Und die Fahrer holen ab? Aber wir gehen auch noch mal Kabel wiederholen, würde ich sagen. Ja, ich hab Wolf wieder. Okay, tschüss. Der Kollege am einsteigen. Soll ich die drei auch geben? Ich hab gerade zwei. Ja, also soll ich dir zwei geben? Die haben die schon im Auto, die fahren zum Kino schon, ne? Ich hab nur einen. Ja, ja, ja. Hallo? Ja. Die Geiseln sind schon im Kino vielleicht? Ja. Boah, das ging schnell. Und da steigen wir jetzt ein. Genau. Und sollten wir auch steigen mal mehr Hände hoch, ne? Ja. Und vergesst eure Maske nicht. Ja, natürlich nicht. Hör mich doch weiter, bitte. Hallo? Hallo? Da ist doch... Der Typ kommt ja nicht so farb, bist du denn? Geht der weg? Was denn? Wir müssen zum Kino! Achso. Weißt du, wo das Kino ist? Nehmen wem ein Titelstudio im Norden von... Herst du aber Snap, wissen die, wo das Kino ist? Ja so halbwegs, ne? Aber ich schätze mal, du tust mich ja... Ja das oben, bei der Hauptstraße vom Tec-Lala, oben in dem Titelstudio. Ah, okay. Da wohl mal diese Filmdachung. Was? Wie? Wenn du mir ein Säckchen auf dem Kopf machst, dann sehe ich ja nichts mehr. Doch nicht, ich bin an dem Telefon. Ja, ich wollte dir das nur sagen. Ich bin der Fahrer. Ruhe. Oh mein Gott. Puh. An dem Säckchen auf dem Kopf. Ha, ihr Jungs. Ja, zu der Kino. Links, links, links. Sag mal, was ist das für eine Karre hier? Äh, was ist das hier? Komoda. Komoda. Ach du Scheiße. Uhuhu. Das demnächst rechts. Ja wie, hier ist doch eins in der Stadt. In der Zettelstudio, in der Kino. In der Norden von der Stadt ist eine Kino, direkt in der Zettelstudio da. Bei der Staatsbank ganz rechts. Bei der Staatsbank ganz rechts. Links. Links, links, links. Warum Vegas, Bruder? Wir sind gerade nicht die eine, die kriminelle Sachen macht. Ruhe. Weiter. Nächster links. Wir müssen ganz oben zum Boulevard. Weißt du, wo die Staatsbank ist? Ja, so halbwegs. Ich dachte, ich würde das. Nächster Bilder links. Ich weiß nicht, ich mag die Karre irgendwie nicht. Was denn? Ich würde am liebsten da hinlaufen. Die Karre ist echt hässlich. Das Auto hier. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Motor ist so nicht gut. Ich glaube, du solltest den Wagen stellen lassen. Wow, da war aber Glück. Ich glaube, du solltest das Auto stehen lassen besser. Ja, lass das lieber hier stehen. Das ist halt Dreck. Ja, warte. Das liebt doch wohl nicht. Ich werde mich mit einer Komoda gehen. Und genau deshalb ist die Regel Much. Kühner im Knall. Alter, wie viele Autos, Junge. Ja, ja, wir sind ja Fake, also nur. Wir machen jetzt gerade in dem kleinen Gruppchen mit dem Auto haben wir ja nichts Kriminelles. Junge, was geht hier ab? Nee, also ich glaube nicht. Was soll schön, der Penner? Keine Ahnung, ich weiß jetzt genauso viel wie hier. Ja, ich auch. Ach, guck mal, da sind auch noch ein paar Gäste. Warum nimmt ihr uns als Geiseln, du Schwansewichser? So, ich setz dich mal hier hin. Da kannst du dich hinsetzen. Das war so schön. Ja, komm mit, Affenkopf. Du bist selber ein Affenkopf, du hässlinger. Ja, hier, setz dich dann in den weißen Reichen. Wenn sie irgendwas brauchen, dann... Ey, das ist ein Traum in einem Stich von weiß, ja. Essen trinken, Popcorn, Nachos. Wir haben heute Salsa und Käsetipp zur Auswahl. Ja, auch. Ja, Max, du setzt dich mal hin. Du hast einen ersten Reichen. Die Gäste, die setzen sich jetzt alle erstmal hier in der ersten Reichen. Ja, 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 natürlich. Bisschen Yoga, bisschen Fuß hinterm Kopf. Habt ihr noch die Handfesslung dran? Macht ihr euch einmal ab? Wer bist du? War nur, damit ihr auf der Fahrt... Haben wir nicht gesagt, wir nehmen keine Gangleute mit. So. What? Ja, ich hab doch gesagt, Kino ist perfekt, Alter. So, jetzt den Gästen. Bevor die Show gleich hier beginnt, geht's denen allen gut. Pack deinen Schnauze, du hässlige Pfalge. Ey, 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 nicht zu aufmüffig werden, sonst kriegst du gleich eine. Satz Wohlbefinden. Hat jemand von euch Essen oder Hunger oder Durst? Nicht für dich, du bist nicht schon dick genug. Ich meine, wer hat das gesagt? Was für das, du kleiner Wichser, das bist du so frech. Nuh, nuh, nuh. Ja, ich will jetzt nicht sagen, der war das. Alter, was bist du denn für eine Petzlaufe? Ich bin so abgeknallt. Darf ich ihn boxen? Du Schweini. Ey, haltet mal eure Fresse. Okay. Nicht so unfreundlich, oder? Alter. Klatsch dir gleich eine, warst nicht unfreundlich. War gar nicht der da hinten, wenn dann redest du mit dem, der ist ausgesprochen. Das war die Frau, die Frau hat das gesagt. Der soll seine Fresse halten. Okay, Mister. Du bist der Chef. Hat jetzt jemand Hunger oder Durst? Lass dich selber lachen. Das ist gut. Rollt doch mal die Popkommaschinen hier rein. Du kriegst ja gleich ab, wenn er nicht seine Fresse hält. Ja, ist okay. Hey, Monkey, na? Wie geht's dir, Schnucki? Ey, da denkt man einmal an... Hey, wir sind viel mehr als die. Lass die wegboxen. Ja. Nur, weil du an Zigaretten... Scheiß Raucher. Das ist ja verrückt, du Bruder. Alter. Sonst ist es bei mir immer, wenn ich in den Gedanken... Genau deswegen hab ich aufgehört. Jungs, du bist viel mehr als... Null, du, du. Ja. Ruhe, Kollege. Ey, uns wurde gesagt, wir dürfen uns unterhalten. Genau. Ja, aber das, was Herr der gerade gesagt hat, ist so verdammt dumm... Ja, komm, verpiss dich, du Marsealner. Kollege. Entschuldigung. Du glaubst du im Spruch und du kriegst ne Britte. Entschuldigung. Ey, Tarzan, bist du das eigentlich? Gehst du mit mir? Was? Nee, nee, der da hinten mit den gelben Hosen. Gut. Ich bin Tarzan. Doch nicht. Ich bin Little Pips. Du kommst aus dem Dschungel. Wow. Wir sind viel mehr als die, wir können die wegbumsen. Ja, wenn ich glaube, jetzt nicht das Maul hält, bummst du gar nichts mehr. Ich so, ja, ich sollte vielleicht lieber die Presse halten. Du kommst mit. Hey, komm schon, das war ja nur Spaß. Du kommst mit, bitte. Sorry. Ach komm, das war ja nur Spaß. Wie heißt du? Little Pips. Sag mal beide eure Namen. Monkey. Ellie. Monkey kommt mit. Wer bist du? Ich bin Drex. Drex. Wie heißt ihr? Wie heißt du hier vorne? Und? Monkey. Wie, Lino? Hi. Keine Angst, ich beschütze dich. Lino. Du? Ich trete die Motherfucker voll aus dem Bild. Du kommst auch mit. Du stellst dich auch dazu den anderen. Hauptsache, die haben auch Spaß, die Geister. Warum geht's doch. Warte mal, wer bist du? Wer bist du? Mit wem redet ihr? Mit dir, Vibe. Ich bin kein Vibe, ich bin eine Frau. Halt deine Fresse, wer bist du? Ich bin Monkey. Ja, so siehst du auch aus. Ja, den nehme ich mit. Ich brauche vier Leute vorne. Einen brauche ich noch. Such du einen aus, Teufel. Oh, bitte darf ich. Darf ich? Ich will den da. Ja, dann nimm ihn, komm. Komm, halt. Hier, jetzt kommt mit. Vorne gibt's Popcorn. Also, Ben und Dennis Rodman. Das bin ich. Ben hier, Dennis Rodman hier. Stellt euch bitte vor die Türen. Okay, wie ist der Dresscode? Haltet die Tür zu. Von hier. Stellt euch da von innen gegen. Fertig. Die anderen beiden, andere Seite. Gleiches Spiel. Ja, weil den hätte ich kennengelernt, so haben, Bruder. Will einer von euch generell. Du, Teufel, willst du hierbleiben und die beiden durchgehend bewachen? Durchgehend nicht, aber ich kann fürs erste Jahr die Schicht übernehmen. Wir brauchen einen, der die beiden hier durchgehend bewacht. Riecht voll noch zu, Tukio. Perfekt. Klub auch. Ich hoffe, sie stürmen einfach wie mein letztes Mal das Schießen. Ich falle einfach halt auf. Seht auch zu, dass sie nicht weglaufen können oder sonst was. Wenn die wollen stürmen, werden die Viers sterben. Fertig. Oh, ich hoffe, sie schießen. Wir sollten mir die... Wir sollten den, glaube ich, Arm hochnehmen, ne? Weh. 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 Wieso, wieso, wieso zeigt er den Finger? Weiß ich nicht, Ben. Kennen wir die? Woher soll ich wissen, wenn du so kennst? Kann ein Verwandter von mir sein? Ja, ich wollte eigentlich für Spaß bei den Geiseln so sorgen. Damit die sich jetzt nicht abfacken von wegen, ja, scheiß Tricks Geiseln haben und so, wisst ihr? Damit die auch ein bisschen Spaß haben. Ich bring mir das zu. Ey, der wollte abhauen. Ich wollte nicht abhauen. Der wollte abhauen. Der wollte abhauen. Dann erschieße ich ihn. Ja, solange du mich dafür nicht erschießt, bleib mal schön her. Mit was würdest du mich erschießen? Mit deinen geplatzen Träumen? Hätte ich auf jeden Fall eine Menge Munition. Was hat der da zu dir? Ihr wisst, schön, dass wenn die hier durch die Scheibe klein wie tot sind, ne? Und so, schön, dass das von allen, die anwesend sind, das mich am wenigsten interessiert. Hörst du auch jemanden reden? Ne, du? M-m. Wieso bin ich keine Geiseln, ey? Dafür muss man was können. Ich erschieße dich gleich, du Wixer. Ja, wir sind mit dem gleichen Team, du Masefutter. Ein bisschen der Respekt hier vor den Geldentnehmern. Es reicht. Hallo. Guten Abend, bitte zwei Tickets für 50 Shades of Grey. Heute ist immer die Wochenende. Die müssen testen, ob das schüsslich aus Glas ist. Hallo, wohin mit dir? Testet mal, ob das schüsslich ist. Nein, schau nicht auf. Der dich mal wieder schön zurück an die Tür. Geh weg. Sind die krank? Kopf stehen hier, von hier aus rechts an der Kräuse. Hä, warum gehst du raus? Bist du so? Echt? Ist doch scheißegal, sollen die ihn erschießen? Die nehmen uns das Geiselband. Ey, könnt ihr mal die Schmerz halten, ihr zwei? Dem beiß ich die Nase ab. So. Mit dem Gesicht bin ich... Was soll das denn? Ja. Mit für bald euch mal schnell her. Ich will mich nicht zeigen, sonst sehen die meine Maske. Macht keinen Unterschied zu deinem echten Gesicht. Au. In der Schaitan. Geiselband oder Geiselband? Ey, Hässliger. Von hier aus rechts an der Kreuzung sind ein paar, gell? Kops. Ja, ist doch egal. Die machen doch sowieso Teil von denen. Warte mal. Geh mal, ich will mich nicht... Hau dir mal ab. Was soll das? Selbst von meinen eigenen Leuten werde ich geärgert, Alter. Ey, Oberteufel, komm mal her. Hier an die Tür. Helikopter? Okay. Was für'n Diodoran benutzt du? Heute gar keins und ich hab schon Sport gemacht. Hilfe, Minister Polizei, mal Hilfe! Ey, die Fresse! Wir sind zu früh. Hast du das im Bett auch schon öfter gehört? Jo. Aber ich kann dreimal dreimal... Okay, nicht, Bruder. Ich leide mit dir. Ich leide mit dir. Hilfe! Servus, ich hätte gern ein Ticket für einmal, was ist hier denn los? Was? Ich hätte gern ein Ticket für einmal, was ist hier denn los? Ich hätte gern ein Ticket für einmal, was ist hier denn los? Kicker, komm, Jürgen. Das geht, ja? Dann nimm ich da auch so ein Ticket. Du schubst die ganze Zeit, ne? Vielleicht kriegst du eine Koppelung. Das ist schon die Tür lang. Um zu schubsen. Was? In Ordnung. Moment. Ich ruf mal den Noten an. Das ist der perfekte Ort, man. Die können da verhandeln, Alter. Richtig gut. Und die können den nicht einfach reinstürmen, weil Geisen vor den Türen stehen. Einfach perfekt. Moment. Ei, ei, ei. Klar spiele ich gegen meine Leute. Scheiß auf meine Leute. Die sollen verlieren. Glaubst du, wenn wir schnell sind, schaffen wir es zum Streifen morgen? Nein. Oh. Verpiss dich jetzt, Mann. Du schubst die ganze Zeit. Was? Schilauge. Boah, Memo, wieder voll Lust, Alter. Übertrieben. Hallo. Das Ding ist halt gleich Schubs, der mich durch die Tür und eine Bulle kommt und sagt, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wo seid ihr eigentlich? Immer noch drauf? Ich bin kein Schwachkopf. Ja. Nein. Ähm... Ja. 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 Boah, ich würde das so feiern, wenn Memo jetzt einfach saugen würde, ne? Ehrlich, Alter. Leider kommt der bitte aufs Wart nicht kommen, Alter. Aber ich würde so feiern, Mann. Boah, das gibt wieder drei, vier Stunden Verhandlung, Alter. Oh mein Gott. Ich hoffe so sehr, dass der Fischer da ist. Immer wise. Aber dem Dank hast du da Vinci zu machen, weil der die Videos macht. Ich hoffe so sehr, dass die nicht hier reinschießen. Bäh. Äh, ich höre gar nicht. Weiß auch gar nichts zu. Ja, doch, Nudel, wenn die die anderen Hops nehmen und dann sehen, wer die sind, dann wissen die, ne? Die Zugehörigkeit. Dann bist du am Arsch. Was denkst du? Wie hoch stehen die Chancen, dass sie hier einfach reinschießen? Naja, du erinnerst dich noch mal an die andere Sache, ne? Und da ging es um zwei Plastikgeräte. Okay, danke. Bitte werde nie in deinem Leben Motivationscoach. Halt die Klampe, scheiß Geisel. Schnauze sind es kalt an. Du hast du gereizt für die ganze Scheiße, ey. Oh, nee. Fischer, mach kurz mit den Armen, die Luft steht dir. Dick, bestimmt. Knoblauch-Atem in meinem Nacken. Ich habe immer Autoduftbäumchen unter dem Arm. Ich rieche nach Manta-Manta. Weg da. Ihr zwei habt einen Spaß, wa? Was bleibt uns noch? Ja, Mann. Haben wir nicht recht viel wahr? Kann man auch wenigstens mit Spaß sterben. Ja, ist ja gut. Guten Tag! Wer hat eine Audienz mit dem König gewährt? Wer aus dieser Welt bestätigt ein Ticket im Kino aus tausend Meter Entfernung? Kommen Sie doch bitte Märsche. Ich muss kurz zum Lick in meine Hände bebrüllen. Bei ihr sehe ich mich auch nicht gern. Kannst du mich hören? Ja, wir sie aber nicht. Hallo! Dann komm dich da. Ja, dich da geht nicht. Hallo! Hallo! Warte hin! Boah, ich bin im Telefon. Halt's mal. Weiß ich. Wir sehen dich nicht mal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich bin hier im Katzenhäuschen. Dretzmann hat mich angerufen. Ruf den an. Sag gegen den mal Bescheid, soll Dretzmann anrufen. Kommst du ran. Kommst du ran. Ja. Ich komm bis zur Säule. Kommen Sie ran. Wie wollen wir denn machen, sich der kleine Löffel an hier? Kommen Sie ran. Neue Features. Geil, aber jetzt ganz ist das ätzend. Aber guck gerne bei Master Tide zu. Hey, der ist jetzt gerade hier. Hey, meine Kollegen sollen auch ein bisschen was abgehen. Ja, schön. Hallo? Äh, ja, warte mal. Einen Moment, einen Moment. Es ist keiner, der den nach oben klackt hat. Was? Hier sind fast keine von uns drin. Dann rufst du den. Ich hab die Nummer nicht. Memo, Alter, ey. Wieso mit Ihnen hier durch diese Blaschen zu Rentschen? Warum sollten wir... Kurz eine Verständnisfrage. Wenn wir Sie doch verlangen, als jemand, der mit uns verhandelt, warum sollten wir Sie dann einpacken? Ja, weil Sie... Hä, was heißt einpacken? Vielleicht hasten Sie mich und wollen mir eine Kugel drücken. Ich verstehe kein Wort. Nö. Irgendwas mit einpacken. Ich bin vorbereitet und auf dem Dach hinter dir würden auch welches wenige von hinten im Kopf liegen. Ich bin aber nicht, weil wir schon Overwatch hier oben haben. Stimmt gar nicht. Ich hab meinen Overwatch in der Tür. Den Overwatch wie gar nicht. Kommen Sie jetzt bitte hierher zu kommunizieren. Ich bin verringert, dass wir mit von Ihnen wollen. Wenn wir irgendeine Scheiße hier machen, machen wir was. Ich knüpfe es und lasse aktuell 30 Veramten mit S&Ws, wie das Kreisbruder hier stören. Ruhe. Äh, hast du das gehört? Ich glaube, wir sterben heute. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ey, wir sind auch noch hier drin. Also ich will eigentlich... Hilfe! Ich hab den Ärger von der Einsatzleitung. Ja? Ja? Hat gar nichts damit zu tun. Das ist die Einsatzleitung. Max Mustermann. Ja? Ja? Hallo? Wir sind gerade genervt. Ruhe. Ruhe. Ich hab mal eine Frage für. Wie viel Wert ist, mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie da keine Entscheidung treffen können? Ähm, ich musste... Wir mussten jemand anderes schnell landen. Na, aber in dem Szenario jetzt gerade dürfen Sie nicht mal die fünf Schritte weiter nach vorne gehen, weil die Einsatzleitung ist echt das Wert. Das heißt, also Sie haben gar keine Entscheidung. Ja, das ist ja der Vorwand, damit Sie jetzt... Weil ich hoffe, dass Sie jetzt zu gehen. Wer ist der, ob Sie gesessen werden? Sie oder Ihre komische Einsatzleitung? Ich. Sicher? Ja. Bleiben Fingerschwurr? Also im Normalfall nicht, aber ich ja... Können Sie bitte jetzt durchfunken, sodass Sie jetzt hören, dass Sie die alleinige Einsatzleitung haben und niemand anderes eine Entscheidung treffen hat? Nein, nein, das geht nicht. Wie können Sie es denn machen? Hä? Wie können Sie mich jetzt überzeugen? Ich gehe mit Ihnen und dann diskutieren wir etwas, was hier abgibt. Das Feature ist nicht gut, Alter. Also wir haben hier gerade ein kino-beschutendes Kino mit den Leuten, die gerne eine Kino-Show sehen würden. Die sind aber nicht ganz freiwillig hier. Ja, ist mir bewusst bei den Sachen. Es handelt sich um zwischen 10 und 13 Personen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Videos genau sind. Okay. Ja. War hier gerade eine Kino-Vorstellung? Nee, das Kino ist zu. Dieses Handy, ne? Es fuckt mich einfach nur so ab. Äh, okay, ja. Und was für eine Kino-Vorstellung soll das jetzt sein? Warum wir gar nicht lange drüber reden? Wir kennen doch eure Prozedere. Das Erste, was jetzt passieren wird, bevor ihr überhaupt verhandelt, ist, wir wollen die Geiseln sehen und wissen, dass die wollen. Nee, das interessiert mich nicht einfach. Ich habe gesagt, 13 Geiseln, ja, ist okay, aber ich frage jetzt nicht, wie eine einzelne Söhne. Okay, du siehst ja, allein an den Türen, das habe ich extra gemacht, dass du die davon da auch deutlich hieß, zu meiner linken zwei Geiseln, zu meiner rechten zwei Geiseln. Die kannst du ja auch erkennen, deutlich, denke ich. Wenn du möchtest, kannst du da auch hingehen, dann gehen wir hier kurz aus dem Capalco raus und dann kannst du mit dem sprechen. Alles gut, dann gehen wir auch von hier. Hier, ihr Geiseln-Ding schon recht. Schreib mal bitte irgendwie kurz was. Was sollen wir? Mein Du? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Hilfe, Mr.Polizimon! Hilfe! Hilfe! Irgendwas im Mund? Nein, es kommt mir gar nicht, dass ich... Du dreckiger... Du dreckiger Teilhärter, du dreckiger... Du dreckiger Teilhärter. Du bist ein dreckiger Hund, Junge, warte auf meinen Arsch. Oh, wir sterben. Gut. Der Herr, können Sie wirklich nicht noch ein bisschen mehr drücken? Hm? Genau deswegen, kommen Sie mal ein bisschen mehr her. Was halten Sie denn davon, wenn wir hier in dem Glaskasten unsere Waffen wegführen? Würde Sie das ein bisschen weniger? Das sind nicht, das sind nicht zwei Meter hier. Na gut, dann bräuchte ich auch, wenn wir nicht wegführen. Doch, das wäre mir trotzdem nicht so. Ja, mir auch. Er hat gesagt, mach den mit den Geiseln, haben die irgendwas im Mund? Auf meinen, auf meinen, in Anführungszeichen, Sprachfehler. Ist das fritzifisch, fritzifisch jetzt? Ha, ha, ha. Und zweitens, die Geisel, links, mit der selben Hose. Ja. Ich möchte deren Namen gerade gerne erfahren. Dein Moment, und ich will sie raus. Er versucht jetzt, eine ganz ekelhafte Taktik zu fahren, und die wird funktionieren. Wie heißt du? Du wirst sterben. Ich? Ja. Ja, was soll ich sagen? Tja, man hätte wahrscheinlich uns nicht als Geisel nehmen sollen, vorne. Dann seid ihr jetzt schachmatt, Jungs. Ha, ha. Was ist denn, ha, ha? Ich dachte, aha. Ach so. Okay. Ja, so. Wolltest du noch irgendwas wissen? Ja, ich werde wissen, auf was das hinausläuft hier. Also, Sie wollen jetzt das für eine Vorstellung sehen, oder was? Nein, 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 nein. Ach so. Ach gut. Es tut mir nicht leid, aber ich glaube, die müssen dich verschießen. Was? Was? Dann kann ich Ihnen organisieren. Und wie? Bauen Sie eine Eiche? Ein Name wurde genannt. Dann sind wir für 200 Leute rein, dann haben wir hier Ruhe. 200 Leute, es gibt so viele Kopfen, hast du das? Was, was, was? 200 Leute? Die Sorgen ja für Ruhe. 200, kommst du wieder hier rein, schicken. Findest du wirklich für Ruhe sorgen? Ja, sagst du doch mal, lass dich doch hier nicht hin. Hast du Zeitdruck? Ist das mal ehrlich, gerade? Hat man mal Zeitdruck? Ich bin eigentlich schon bei Tod. Sie durchatmen einmal, bitte. Ja. Deutlich, dass ich das mitgekommen. Ja. Dann mach mal. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen langsamer. Was möchtest du denn haben? Was sind deine Forderungen, lieber Herr? Besser. Hm? Was sind deine Forderungen? Was möchtest du gerne von uns haben? Ja, dass alle gar sind frei, endlich die Wache wieder und dann kriegt ihr kein Schaffengericht. Okay. Natürlich nicht. Der Plan ist nicht egal, ob wir von dir an Eltern sind. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Das klingt da drin ziemlich... Boah. Ah ja, Mann. Nicht eklig. Ich muss mal was trinken. Darf ich das, Herr Geisel? Nehme? Ja. Ja, darfst du. Eventuell könnten wir ja mal hin und wieder eine Geisel entwerfen. Eine falsche Bewegung, ich hätte die Zunge gehabt. Was wollen sie dann kriegen? Ich weiß nicht, aber... Ja. Ja. Gucken sie mal jetzt hier, ne? Ja. Ich zeig dir jetzt mal was. Ist das okay? Ja. Nehmen Sie das Teil hier. Oh. Oh mein Gott. Was passiert? Nehmen Sie die Waffe runter. Ja, sehen Sie das Teil hier. Ja, nehmen Sie die Waffe runter. Gut. Das ist mir zu klein. Das ist mir zu klein, genau. Ich kann leider das nicht ändern mit dem Flacken. Tut mir leid. Glaube ich. Äh, ich kann Ihnen den Superstoker mit 90 Grad in die eine Seite geben. Äh, äh. Ja, aber die spritzt du Wasser. Ja. Ich will aber ein, was haben, was Kugeln spritzt. Die wollen Kugeln spritzen. Ah, ja. Das ist Master Thai. Dem gehört das Server. Quasi. Ist das so? Ja. Ich wüsste keinen Wurz. Da sollen da Kugeln entstehen. Ja, wenn die ist ja genug. Du kleine Tropfen. Was sind denn Tropfen? Ich kann meinen Pipps gar nicht festhalten. Können Sie nicht? Du kleine Pipps, ne? Ja. Was mache ich dann? Also, wir machen das jetzt mal ganz einfach hier. Acht Funkgeräte, zwei SMGs und genug Essen für alle, die hier drin sind. Wir melden uns in fünf Minuten wieder. Dann möchte ich hören, was du zu sagen hast. Bis gleich. Jetzt will ich nichts verdauen. Gut. Gleich überleben wir ja doch. Wir werden sterben. Du hast das Schwestern in der Tasche drin. Hau auf, du möchtest. Oh, kein Schnitzelbruch. Wir werden sowas vom Verhalten. Wir werden das vergönnen. Wer auch immer sich ausgedacht hat, umzeln zu stellen. Oh mein Gott. Ander nach Saft schmeckt auch. Hau auf. Danke dir. Du dreckige Schweine. Ruhe. Ruhe. Hallo, Motherfucker. 100% Knast. Egal. Das war vielleicht. Keine Ahnung. Zeus, danke schön für den Prime Subvention. Oh. Oh, Mr. Gameass, danke für den Reset im Zweiten. Aber egal, das hat es jetzt schon gelungen. Warum bin ich nur mit einer Fahne? Was bist du? Warum bin ich nur mit einer Fahne? Guck uns so malen. Wir sind so brutal gefärblich. Wir könnten eigentlich alle aus dem Limm treten. Niemals. Was lachst du denn jetzt so? Hör dich um. Ich mach gleich so links, rechts mit den Elbungen. Bam, bam. Ich weiß auch nicht, warum ihr da steht. Egal. Ja. Also, wie bekommen sie da an? Ich glaube nicht. Ich wäre auch lieber bei den Geiseln. Ich hab sogar wirklich dran gedacht, einfach wegzurennen und mich abknallen zu lassen. Das Problem ist, du musst dein Leben schützen. Alter, Tandy triggert mich auch. Aber wieso wollten die deinen Namen? Weil er die ganze Zeit rumgeschrien hat, oder? Hallo? Safe? Bruder, ich... Machst du doch mit deinem Telefon. Mach mal dein Handy wieder hoch. Wenn die sehen, dass du mit dem Handy rummachst. Hallo? Boah, halt die Schnauze. Halt's Maul, dreh dich um. Bruder, ich kann nichts machen, Alter. Wenn ich das hier nicht wegklappe, nimmt er dir in die Hand. Hast du mit deinem scheiß Telefon? Das ist so klebrig, Mann. Das ist so klebrig, Mann. Boah, Junge. Danke, King Mick. Plop, 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 plop. Was soll ich denn jetzt schaffen? War schon wieder so komisch. Ich habe keine Ahnung, wo Mila ist, aber wenn Drezmann schon anruft, sind die wieder frei. Brian Louis, 24, ist ein unserer Gäste, falls dir das interessiert. Brian Louis, 24? Oder 25, nage mich nicht fest. Wie soll denn das sein? Ein Polizeioffizier. Ja. Ja. Ja, warte, ja, ob ihr als Polizeioffizier ist oder ein Zivilist, das heißt, egal, sind beide gleichwert. Ja, das ist ein guter Eigenschaft, oder? Das habe ich nicht. Ich brauche schon küsse ich dich mit meinen Flecken. Ja, oder gleich viel wenig wert, weil ich meine doch das. Ähm, ja. Ähm, ja, was sagst du? Hm? Was sagst du? Was ich sage? Ja. Also erstens wundere ich mich, warum der Herr Kuss mit der gelben Hose sich die ganze Zeit bewegen kann und so ein Handy benutzen kann. Ja, Bruder, das ist ein Bug, Alter. Verfickte Kacke. Das ist jetzt richtig mies. Das ist richtig mies jetzt, Alter. Wie soll man das jetzt? Warum lässt du den mit dem Telefon spielen? Also, benutzt du noch einmal dein Telefon, hier wird eine Kugel im Kopf, hast du mich verstanden? Ja, das ist jetzt richtig, richtig mies. Gefährden könnte, weil du das Gefühl hast, dass der Typ da irgendwie... Pass auf, ich mach das schon länger, ich bin nicht doof. Okay. Wenn ich eine Einschätzung habe, habe ich eine Einschätzung. Okay. Und bis jetzt hat mich mein Bauchgefühl 40 Jahre durch den Dienst geschliffen. Okay. Und 20 Kilo mehr auf den Hüften. Aber das ist ja nicht so. Taust die Geisel rechts auf, kick den Typen raus. Der kann sich draußen mit hinstellen. Der, der sein Handy in der Hand hatte. Er holt irgendeine andere Geisel und stellt sie dafür dahin. Er denkt, wir verarschen ihn. Boxt mich um, boxt mich um, boxt mich um. Ey, will der dich jetzt rausstellen? Jung mit der gelben Hose. Basteln! Hattest du gerade dein Handy in der Hand? Der hat es schwer zu klären. Hat geklebt. Wegen Butterpopcorn. Ja, ja, ja. Das ist richtig unangenehm jetzt gerade. Hey. Ja, alle. Komm mal kurz mit. Das ist so unangenehm jetzt gerade. Ja, wohl mit dem. Ja, Jung. Was soll ich jetzt mit dem machen? Komm so mal mit. Dann stellst du dich dahin, wo er schon. Hau mal ne Fresse, hau mal ne Fresse. Ja, aber so, dass er das sieht. Ja. Komm mit. Ich schnock dich um. Raus. Raus. Der Herr. Was? Gehen sie raus hier. Wohin? So, du bleibst jetzt hier vorne. Geh mal hier vorne zur Glarscheibe. Lass mich hier raus. So, jetzt gehst du da vorne hin. So. Der Herr. Da sie ja denken. Da sie ja denken. Dass derjenige hier irgendwie dazugehören soll, ne? Regeln wir das mal ganz einfach. Dann wichse ich den jetzt. Aua. Schau dir auf damit. Schau dir jetzt hier kaputt. Au. Scheiße, ich halb. Lassen Sie die Geiseln in Ruhe. Darum darfst du mich schlagen. Hilfe. Au. Was für Geiseln in Ruhe. Ich denke, sie sind so lange im Dienst und wissen, dass er keine Geiseln ist. So, ganz einfach. Ja. Und die nächste Geiseln, wo wir dann denken, dass der zu uns gehört, kriegt ne Kugel im Kopf. Verstehen wir uns? Aber das ist das einzige Sinnvolle, was die jetzt hätten machen können, um das vielleicht noch zu retten. Das ist echt anlucky mit diesem verkackten Bug jetzt, Alter. Ja, also wir haben die Forderung mal weitergegeben, was sie gefordert haben. Und das wird sich auf jeden Fall nicht so leicht gestalten. Äh, au. Welcher Teil davon? Die Hardware. Die schwere Hardware. Weil wir da nicht so einfach rankommen an eine Waffenkammer? Warum müsst ihr an die Waffenkammer? Du hast gerade eben wortwörtlich gesagt, wenn ich einmal mit dem Fingerschnipse schieße, 40 SMGs auf euch, dann gib uns auch zwei davon. Da hat er recht. Da hat er recht. Sehr guter Einwand. Ah. Da ist er sprachlos, den Gute Teil. Macht das ja auch schon seit 30 Jahren. Echt? Ja gut. Hopps genommen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Ähm. Äh. Hier der Oberteufel. Ja, was denn? Sollte sie jetzt finden, oder was sagt die Einsatzleitung? Ja, der mein Kollege ist ja hier links sieben. Der funkt alles nebenbei durch und sagt, es dauert ein bisschen, ja? Wir haben das beste jetzt rausgebracht. Wie ist der Name des Kollegen, der sich nicht vorstellt und einfach von so einem Kino rumhängt? Das ist nicht euer Kino? Soll ich dein Kollege? Jetzt gerade schon. Jetzt gerade. Ich bin der Sohn. Der Sohn? Sie haben einen Sohn? Ja. Wie heißt denn der Sohn? O'Brien. O'Brien, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eigentlich kann ich den jetzt auch hier nochmal abknallen am Boden, oder? Weißt du, was ich weiß, was witzig ist? Ich bin ein viel informierter Mann und ich bin ja überall auf der Welt los. Ich hab mal gehört, dass wenn Geiselnehmer ihre Forderungen ändern, oft zugegriffen wird. Das interessiert mich wenig. Nee, das... Warte mal, was ist denn jetzt andersrum? Jetzt hast du mich ja belogen. Wieso? Ja, du hast gesagt, du kommst nicht daran, weil irgendwas mit Asservaten kann, aber hast eigentlich 40 hinter dir stehen. Ja, ging auch davon, neue zu holen und nicht irgendwie von den Kollegen da wegzunehmen. Wir nehmen auch Gebrauchte. Ja, das sehe ich. Da haben wir neu am Ende gesagt. Ja. Du, dann ist alles... Sie haben gerade eine Geisel niedergeschlagen. Du, sie haben gerade. Na und? Was ist denn an Niederschlagen jetzt schlimm? Ja, dann tu doch auf, Will. Du kannst doch nicht im Gesicht drehen. Das ist aber deine Schule gewesen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie ihn umgehauen, sondern... Wir haben uns doch mit Ihrem komischen Möchtegern-Bauchgefühl gebucht. Ich muss zu mir den Arsch küssen. Ich hab gesagt, der hat telefoniert. Er ist nicht gefesselt. Ich hab euch geholfen. Ach, jetzt dreht er das so um. Ja. Was ist denn mit dem Typen überhaupt am Boden? Lebst du noch? Ja, doch, ich hab keine Zeit dafür, irgendwelche SMGs zu besorgen. Hallo, lebst du noch? Ich rede nicht, ich bin bewusstlos. Hallo, Mann auf dem Boden. Ich glaube, ich hab ne harte Kelle. Ich muss... Nee, der spricht nicht mehr. Habt ihr einen Sani über oder so? Nein. Okay. Ist er noch ansprechbar? Nein. Ja, ja, doch, der redet die ganze Zeit. Hallo? Ist er noch... Ja, doch, noch... Ah, ja, okay. Hm, ist gut, ist gut. Hallo, hören Sie mich noch? Wie soll... Wie soll jemand, der so verletzt, das jetzt schreien? Ich bin mir doch nur geschlagen leicht. Hallo, hallo, hallo. Versucht er, meine Stimme nachzumachen, Junge. Ich muss den Zahn nicht machen. Anno, ich bin in Curtis. Raus. Warte, warte mal kurz. Wieso redet er denn nicht mehr Curtis, Junge? Jung, 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 jung. Ah, ich muss kacken. Ah. Wolltest du ihn irgendwie mit einer Zigarette gehauen, oder warum muss ich denn? Was? Gib dir mal jeweils. Junge, was ist das, was ist das heute schon wieder für ein Tag, Alter? Scheiße, ich muss kacken. Scheiße, ich muss kacken, hat einer gesagt. Ich muss kacken. Ich muss kacken, ich muss kacken. innerhalb von drei Minuten wieder reinzuscheißen. Wie? Wie? Ich... Wie? Wie soll ich das... Bruder, wie soll ich das erklären? Du könntest das in vier Monate planen, du würdest es wieder schaffen, in zehn Sekunden reinzuscheißen. Wie? Äh, Herr Devil? Ja? Ich muss mich ein bisschen mehr mit der Einsatzhaltung auseinandersetzen. Ja, machen wir ein bisschen unbärbar, oder? Ja, nehmen Sie sich Zeit. Wir gehen kurz Popcorn essen. An dem Popcorn-Start? Ja. Bruder, wie soll ich das erklären im MP, Alter? Geht's? Ja, das ist richtig neu. Das nehme ich nicht nach Hause. Vielen Dank. Ja, Paxton, ich hab das Handy einmal ganz kurz in die Hand genommen und wollte auflegen, weil da nur so ein Gesprächs-Bug war und war dann in so eine Animation quasi gefangen und konnte das Handy nicht aus der Hand nehmen. Und gleichzeitig die Dings, äh, Armour wieder hochnehmen. Machst du so was? Nee, kann mein Handy nicht ausmachen. Aber da ist ein Padder, ist hier, ist da. Herr Füßer! Ich wollte Ihnen sagen, ich wurde noch nicht geschlagen. Wer sind sie denn? Danke, Herr Fischer, ich bin Dienstnummer 25 Ja, hol dich rum und halte dich, ruhig Wer sind sie denn? Ich bin Pedi-Nummer 25 Boah, ich liebe so einen AP, ne, ehrlich, Alter Das macht den ganzen Schrott von gestern wieder weg Das ist einfach so gut Egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren Das ist einfach so nice Das ist einfach so gut Mr.KabuffTV, Dankeschön für den Prime-Sabon Herzlich Willkommen Ist so, Techso, ist so Wenn drei Minuten um sind, stehe ich wieder auf Aber dann lege ich mich wieder hin Eine Mou, eine Mä, eine Töter Ja, warte, was soll ich jetzt sagen? Noch zwei Minuten rühre ich mich aus, oder was? Wie? Ich habe immer noch keine Antwort bekommen Wie? Wie er das mal schafft? Ich halte kein Handy, du Nein, hatte ich nicht Halt deine Scheisschnurz, weißt du, was in meiner Hand hat? Ich habe dich doch gesehen, wie du irgendwas mal tattest Ja, das war gut, er hat eh nicht geschluckt, was du denkst bist Äh, Belze Boss? Belze Bub? Ja Belze Bub ist besser Belze Bub? Mhm Piccolo geht auch Nicht der Drache Ja Also Boah Pass ein bisschen auf Pass ein bisschen auf Haben sie Hobbys? Ja Das ist ja Ja Ich könnte ihnen Was viel Schöneres geben Jetzt wird keine Briefmarkenalben Ach, scheiß auf Briefmarken Golfschläger würde ich gar nicht Haben sie mal einen richtigen Hass Oder einfach überhaupt keinen Bock Auf ihre Freunde, Familie Oder die, die um ihn herum sind Bruder, der müsste es Ja, komm weiter, komm mal auf den Punkt Ja, nee, du musst jetzt ja oder nein sagen Sonst macht mir das ja keinen Spaß Okay, ja Cool Ähm Ich könnte ihn Ich könnte ihn Kennen Sie den 9000 Volt durch den Körper Das können wir machen Zu den zwei SMGs Haben Sie recht Machen wir so Ja, das ist etwas schiefst Das ist ja ein Gegenangebot Ja Achso Warte, warte Das Gegenangebot Gegen alles, was ich gesagt habe Ja, ich könnte für Sie auch Vielleicht noch Zwei Funkgeräte Jetzt kriege ich mich schon gleich Ärger Locker machen Also in erster Linie Möchte ich mal kurz was klarstellen In der Abwägung Zwischen einem SMG Und einem Taser Liegen ungefähr 5 Taser Auf einem SMG Das heißt, dein Angebot Müsste schon 10 Taser beinhalten Funkgeräte sehe ich gar keinen Grund Wieso Was ist denn an Funkgeräten Schlimm Also so viel Kunststoff Hat nicht mehr VW verbaut Wie jetzt? Ja 10 Taser Das will ich auch gar nicht haben Was soll ich denn damit Ich will zwei SMGs Das handelt sich jetzt schwierig Aber überlegen Sie mal Was Sie mit einem Taser Alles anrichten können Wissen Sie, was ein Taser wert ist? Ja, Scheißaufwert Es geht darum, was es Guck mal mit Ich hab noch einen Was ist los? Auto bleibt hängen Boom Die anderen Taser Was ist denn hier In einem wunderbaren Richtigsten Kino Überall filmen Plakate und so Was ist? Der Beamer geht aus Was haben Sie? Taser Richtig Ihr Großvater Den Sie seit Jahren Nicht mehr getroffen haben Mit ihm treffen Sie sich Es kriegt einen Herzinfarkt Ja Kriegst das hin Mhm Gut Müssen wir nicht drüber reden Ich habe ihn besetzt Was haben Sie? Taser Jetzt kommt das Problem Genau für meinen Opa sind die SMGs Weil der nämlich im Krieg kämpft Und dann möchte ich sie hinklicken Genau Wenn Sachen Da kann die Taser fesseln und quälen Und was sind die Taser Hubs Die haben größere Sorry Keine gute Soundqualität mehr Wir haben größere Drahtstifte Und verpflanzen sich mehr Da kann man sich halt Wenden Und tun wie man will Das ist Titan Legiertes Draht Was nicht reicht Ja Das ist richtig Kuss da Also pass auf Mir wurde eben drinnen gesagt Ey Hör zu Bildgebot Vollkacke von dir Du hättest dir jetzt 10 FMGs verlangt Und 80 Punktgeräte Weil die eh so dreif sein werden Und gegen die Dann habe ich gesagt Nein Jungs Lass mich eh nicht Zahnlen von denen Weißt du Die wollen ja auch Dass man genau sagt Was man haben Ich finde das nicht ändert Und da habe ich so gesagt Das machen die ja dann sicher auch nicht So Also ich finde dein Gegenangebot Echt fress Ich finde dein Auge mit den Zautos Nur schlecht für euch Aber ihr könnt auf Mastercheid Schalten Ja Ich versuche einfach dir zu helfen Dass du da irgendwie was kriegst Ja Dass das ganze Ding hier doch Irgendwie friedlich abläuft Verstehst du Warum würdest du nicht Friedlich ablaufen Aufgrund von einem DDR Ja weil ihr vielleicht euer Weil ihr vielleicht euer Vorhaben Ja frag mich nicht Frag dieses Als Vorgesetzte die ich habe Aber du hast doch eben gerade gesagt In Zweifel entscheidest du das Ja Ich entscheide das was ich kann Aber es steht immer noch Vorgesetzte liegen aber nicht hier vor Ort Mir ist kein Lügner Nein ich bin kein Lügner Ich bin der der Ihnen gerade hilft Okay Natürlich willst du uns helfen So wie ich Ihnen gerade geholfen Hat mir das von einer Geise Ist am Telefon Vergessen Sie das doch nicht Da haben Sie doch schon Die gemeine Unterschrift drüber So Und Ich versuche die noch Ich kann versuchen Wirklich Versuchen Die Selbsttäger zu bringen Und Einfach zwei Funkgeräte Ja und das ist schon Nur Gefühlt Alle Oder was weiß ich Wir das schon überhaupt Mal bekommen haben Das ist kein Diskutieren Das ist vorhanden Bruder Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Titan ist nicht leitfähig Warum liebt die Sonne da Hä? Titan? Ja das ist ja die Außenligierung Hab ich doch gesagt Du hast denn Du hast denn grad als Titan bezeichnet Na ich hab eine Ich hab eine Liebierte Titantisch Gesagt Bei den Drehpans Hab ich das Gesagt Hab ich gesagt Ich hab ein Ich hab ein Gummi Hallo Äh Leider nicht Ich hab die Isolierung Ich hab ein Diesen greiften Gegenangebot Nachdenken Okay pass auf Das mit den SMGs Könnt ich im Ganz entferntesten Vielleicht nachvollziehen Dass du da rumdruckst Aber Funkgeräte Digga Was können wir denn mit den Funkgeräten machen Leute abschlachten Oder was Naja aber Vielleicht Verkaufen An böse Leute Und diese böse Leute Benutzen die Um meine Kollegen Umzubringen Warum sollten böse Leute Sich dann nicht einfach Selber die Scheißdinger holen Weil die vielleicht Andere vorschicken Weil sie Angst haben Böse heißt nicht mutig Junger Mann Ich kann ihnen sagen Dass ich nichts vorhabe Die zu verkaufen Und auch nichts vorhabe Jemanden zu belauschen Und ihr Wort hat Wert Merkt ihr es Die haben schon neunmal gelogen Wenn du mir gesehen Warum habe ich gelogen Warum schreiten da immer so alle Ich weiß doch nicht Geh da tief ein und ausatmen Gut 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 Pass auf Du hast eben gesagt Am Ende entscheidest du alles Jetzt entscheidest du aber alles Was du nicht entscheiden kannst Damit dass du es nicht entscheiden kannst Du bist so wie so ein Viech Der sagt Er ist gläubig Und den Glauben Immer so auflegt Wie er bockt Das ist mir doch egal Hab ich dich gefragt Ja Nein Doch Nö Halt mal auf Okay warte mal ganz kurz Vorweg Du kannst jetzt schon mal Die erste Geisel Die holen wenn du möchtest Auf einem ganz leichten Weg Und zwar mit Essen und Trinken Können wir das erstmal dabei belassen In dieser Zeit versuchst du Irgendwie Irgendwie deine Vorbereitung Wenn du den Penis lützen musst Den Film so ein bisschen einzusalben Dann treffen wir uns hier wieder Was hältst du davon In 5 Minuten Ja passen wir auf Hast du eine Wunschgeisel Machen wir keine Sorgen um eine Geisel Das gibt dir doch eine Was essen kann man das Was machen soll ne Ja richtig Was essen Weißt du wie leid ich bin ne Na Moment mal du mit deinem Verfickten Mausgarten Mirropark an dem Dreckslander Das ist von Frank die Tanke Junge Pum Basti Dankeschön auch Auch von 5 giftet Und für mich Und was trinken die Geisern Die Geisern trinken Kokosmilch Lecker selbst Hier in Prag Impress Ja ok Gut Da bin ich froh Das hat der aber nicht mehr gehört Der jetzt losgefahren ist Das ist halt Das ist halt Ja dachte Bin ich ja da Achso Ah Das ist Ockin Das ist ein Hühnchen Schröder Danke Ich Ok Die haben sich das gefühlt Das wird vielleicht So vergang mit der Welt Ja Ali Ich zeige mal den Mund auf Ja Ich bin nur am Lügen 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 Okay Das ist halt Das ist halt Das ist man im Restaurant Okay Wo sind die Muts schon wieder Wo sind die Muts schon wieder Ich brauche echt neue Muts Basti Dankeschön nochmal Für 5 giftet Ne Ich baller nicht mehr Ich bin jetzt verletzt Ich baller nicht Ich bleib genau da liegen Wo ich bin Max meint du brauchst keine Ja ja Ich gehe kurz hinter Gell Buckelo Ja ja Sinni Komm Solche Lügen Und Weezy ist auch da Mach geh nix Boah ich kriege hier echt einen Krampf im Rücken Warum sich die Warum sich die Bits anzahlen nicht Alter Beldemong Dankeschön für den Primer 5 Und Weezy Dankeschön für die 400 Bits Und Ressus Dankeschön für die Bits Ich sehe das leider nicht Ach 100 Dankeschön Das wird eine lange Nacht Scully Dankeschön für den Weezy Bist du der Jali Scully Jumpboard Du kannst Master Thai gucken Du kannst Walle gucken Apudox kannst du gucken Wie sind die Halt die Klappe Lass mich alleine Brauchst du was Dexos streamt vielleicht auch Was willst du Vielleicht streamt sogar Jonny Ich weiß es nicht Okay die lassen Sordi gehen Achso die muss glaube ich morgen arbeiten Oder Nee ich bin der Jali Scully Ja ja Komm Kann das sein Dass ich am Sonntag arbeiten muss Wer weiß Moment mal Au Diese Kack-Eidel-Ambation Die besorgen jetzt Essen für eine Geisel Essen und trinken Ich glaube die Springer Das ist nicht schlimm Aber streitet euch dann nicht mit RP-Polizei Bitte Ich bin derึ Ich bin der Ich bin der Vielen Dank. Umso ruhig, hallo? Ruhe. Ich finde die Stille auch unangenehm, Alter. Butterflies. Auf jeden Fall. Soll ich mich so lange an die Scheibe stellen, oder was? Guten Tag, wir haben Burger bestellt. Ne, ja, doch, ne. Burger? Da will einer Burger haben. Hallo? Aber einer, der herz wird durchgreif gekommen? Hier will einer Burger abgeben, oder so. Ne, warte mal, wegen dem Essen kommt gleich einer raus. Da kommen zwei Geiseln raus. Einer Geisel gibst du die Tasse. Ja. Tu die am besten in einen Kofferraum, oder was weiß ich. Und die andere Geisel behalten wir. Ich vertraue euch im Gegensatz zu dir auch. Hallo? Ja, siehst du? Ich habe nur abgedrückt. Ja, ja, ich bin gleich drauf, oder? Aber das Kino ist echt gut gemacht, ne? Bokolo. Haben die Christen angefühlt den Prime-Sub im 16. Ja, guck mal, die ich da auf die Couch gelegt habe, weg vom Content, bekomme Pust von meinem Ampel. Digga, bist du echt so eine Pussy? Was denn? Ja, Digga, hat es aber nicht totgeschlagen. Da liegst du, sitzt du hier jetzt, Alter. Ab was soll ich machen? Ja, stimmt. Du bist eine Geisel. Ja, ja. Das mit dem Handy war sehr schwierig. Ja, ich fühle, was du meinst. Ich würde, ja, das Dumme ist, dass wir jetzt nicht nochmal irgendwie die Klamotten dabei haben, sonst hätten wir dich einfach umziehen können. Oder hast du die dabei? Nee, hast du mich gerufen? Oh, wie hast du, ne? Ja, du hast dich. Weiß schon, was du meinst. Weil der war von Anfang an, hatte er dich im Auge und war auf seinem Film. Der hätte doch nur dich einmal am Kopf kratzen müssen und er wäre immer noch davon überzeugt gewesen. Gott, war gut. Oh, boah, boah, boah. Boah, schreit der rum, Alter. Willst du rein oder willst du lieber hierbleiben? Weiß nicht. Rinnert, das Parallel, die Bewurzel. Also, ich habe hier ein Auto mit richtig schön länger Essen und Trinken. Ja. Was zum Teufel geht die Arbeiter? Boah, ich soll ich mal wirklich gucken, wie sieht es genauso? Was zum Teufel geht die Arbeiter? Wir müssen uns bloß alleine lassen. Was geht denn hier ab? Die feiern Geburtstag. Ich werde vorne zusammengeschlagen und ihr feiert. Ja. Ja, zu Recht, Schein. Was hält ihr denn für dreckige Perlner? Hey, hab ich ihn noch so was rissen? Zum Teufel geht's herab, Alter. Wenn die Cops dann wissen, was die abgeht. Na ja, die will dann einfach stürmen, Alter. Was ist mit dir? Wolltest du mitfeiern oder dich da hinsetzen? Ne, ich bin voll leid. Ja, dann setz dich mal da hin. Ich könnte von dem Typen die Klamotten nehmen, aber wir haben nämlich keine Masse mehr. Hätte ich mal nicht weggeschmissen. Nein, das ist mit so viel. Während einer Geiselnahme, das möchte ich mal ganz kurz klar machen, ja? Wie heißt Elli oder so? Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Das ist von Spock. Weiß ich nicht. Kannst du jetzt mal wieder zu Ende zuhören, Gott? Ja, da. So, das heißt, ich bin so nett, dass ich dafür gesorgt habe, dass sie zusammen feiern. Das heißt, selbst in irgendeinem Szenario, in dem ich dir drei Geiseln geben würde, würden die Geiseln abgepackt davon nur zu sein. Weil entweder würdest du die Geburtstagsgesellschaft auseinanderreißen, Pärchen auseinanderreißen oder mir das herzprechen, weil du vier oder drei Geiseln haben willst für ein bisschen Börder und Pfeife, die für 40 Dollar in irgendeinen Shop kriege. Wirst du nur erst sagen, dass ich mal... Wie ist denn im Knast für diese zwölf Geiseln? Das ist nicht deren fucking Ernst, Junge, Alter. Das ist nicht deren Ernst. Warum erzählst du mir? Das mache ich dir mit meinem Text gerade, die Empathie, die ich habe bewiesen. Tonne, Dankeschön. Du maßrichtest mich für etwas, was ich schon lange nicht getan habe. Was hast du nicht getan? Ich habe diese Gesellschaft zusammengelassen und lasse sie hinten feiern, während einer Geiselnahme. Ja, aber Empathie wird nicht. Ja, aber denkst du, die haben nicht Angst davor, dass ich hier in der Basse stehe? Nee, Bruder, die haben keine Angst davor, die sind am Zwergen, Alter. Wie wäre es für euch nämlich genauso viel Angst? Weil ihr Menschen draußen wollt gegen Essen. Bist du krank? Ja, aber du kaufst sie nicht frei mit Bürgern. Ich mag nicht mal Burger ohne Käse. Ich habe auch ohne Käse. Ich mag sie nicht ohne Käse. Ich habe auch mit Käse. Das wäre aber ein Schussbörger. Warum sagst du Hamburger? Ja, es ist mir auch zu viel. Ich gehe einfach. Ja, dann macht es vier Stück auf und dann ist es im fünften Sieg und dann haben die alle nichts zu essen mehr oder wie? Wie fällt dir denn das vor? Ja, das ist wie meine Mütte macht es 50 Stück, da hat er sieg. Ja, aber andere wollen auch ficken. Ja, das ist ja eigentlich nicht. Also, Eljen, weißt du was, wir drei Geiseln haben. Bruder, schwierig, ne? Zu essen. Zu essen. Zwei Geiseln zu essen, obwohl ich ihm eine anbiete zu essen, die sagen, dass ich einfach nicht Geld bezahlen würde für eine, für eine... Na, naja, warte mal, jetzt ist das doch wieder so... Klingeln, ey, irgendwie geht es nur den ganzen Händen hin. Hör mal, hast du das? Das musste ich nur für einen machen. Ja. Wird euch. Ja. Ah, hallo. Ich muss gleich sein. Warum? Wir sollen in einem Kiel nur Geiseln haben. Seit dem... Überhaupt, wie viele Jahre ist der Film? Ähm, ab 18. Achso. Nein, wir haben Geiseln genommen. Achso. Und wir haben uns im Kino verschanzt. Und die Geiseln sind am Strippen. Frag mich nicht, warum. Ich würde es auch irgendwie gar nicht wissen. Mal, du, eben bist du. Seid ihr nicht im Gefängnis? Also, ja, wir waren im Gefängnis. Das war ganz cool. Wie geht's, Milder? Wie geht's euch? Die sind beide pennen gegangen. Ähm, ich glaube, Film aus draußen unterwegs. Hast du die Nummer? Ja, klar. Dann ruf dem an. Die sind so Backup. Wie kommt die da weg? Ja, das ist eine Frage. Ja, mit Backup. Okay. Aber so wie die gerade verhangeln, die schreien sich nur an. Also, wenn ich schreien höre, musste ich immer irgendwie an den Fischer denken. Ich glaube, der ist auch dabei. So alte Mann, weiße Haare, ne? Ja, das könnte ganz gut sein, tatsächlich. Ja, ich glaube, der ist dabei. Ja, also, wenn ihr dafür eingebuchtet werdet, dann, ähm, ciao. Ich bin nur ein Fake-Geisel. Ja. Fakt nicht, war nicht mein Plan, keine Ahnung. Also, Jif, der spricht mir gerade aus der Seele, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennenzulernen. Warum? Ja, wir sehen uns bestimmt lange Zeit nicht wieder. Hm. Also, wenn ihr dafür reingeht, ja. Wie viele Geiseln habt ihr, so rein aus Interesse? So, sieben, acht, null. Okay. Ach. Jif, gerate mal, wie viele. Zwei ist tatsächlich ganz nah dran. Sieben, acht, neun, irgendwie so. Aber warum eigentlich sieben, acht, warum nicht sieben, eins, neun? Weiß nicht, weil 719 Leute zu fehl sind für das Kino. Ja. Gut, ähm, wir gucken mal, was wir backup-technisch vielleicht machen können, oder? Wir gehen einfach pennen und können uns richtig schön ausruhen, ohne dass jemand, äh... Da ist alle dreckige Schweine. Falls ihr Backup machen wollt, ruft den Verlmorgen. Ja, ist klar. Okay. Ja, viel Erfolg, ne? Dankeschön. Ciao. Wir kriegen, wir kriegen, wir kriegen einen Pärchen, wenn sie danach auch beim Preis zu fallen sind. Verhandlung ist reich, ich helfe ihnen. Ist ja egal, wie er dreht, er ist ja, er muss die... Ja, ja, ja. Okay. Okay, ja, weiter. Okay, pass auf, weißt du was? Ja. Weißt du was? Ja. Wie ist das? Ja. Komplett wie. Aber dann muss ich gleich wieder mehr kontrolliert werden. Nein, 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 pass auf, sagen wir ehrlich. Ja. Gib mir eine Geige. Ja. Und sie kriegen ihr Essen. Ja. Also wir hätten sowieso ihr Essen bekommen. So ist es nicht. Aber ich weiß, die wollen es mir einfach nicht geben. Es ist ihre Entscheidung. Nehmen sie mir einfach eine... Da sollen wir drauskommen, soll das Essen wieder mit reinnehmen. Ganz einfach, okay? Ne, sie kriegen zwei. Einfach aufkriegen. Wir landen alle im Knast, Alter. Ich schwöre Gott. So, du gehst jetzt, du gehst, du gehst jetzt, du bist jetzt alleine raus. Du bist frei. Tschüss. So, warte kurz. Ben. In Weißjacke. Weißjacke, komm mit. Geh raus. Mit zwei. Geh raus. 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 Du gehst jetzt das Essen holen. Ich habe mir die Tasse in den roten Dings gebannt, hoffentlich. Ja, ich bin in der Tasse. Und pass auf, lass mir die Reiferschluss zu. Da ist doch ein Alutide drumherum, dass es warm bleibt. Ist auf der hinteren Rückbank. Wir haben aber noch ein kleines Problem. Der Wagen hinter dir ist. Der Wagen, der losgefahren ist, um die Burger zu holen. Wird das richtig? Der kam auch wieder mit den Burgern, aber ich weiß nicht, ob der losgefahren ist. Vom Zeitaufwand würde ich sagen, der ist genau bis zum New Yorker Party gekommen. Also glauben Sie mir, dass wir keine schlechten, keine widerlichen Burger von dieser Tasse da sind. Viel fliegelig, viel fliegelig. Ja, von Matta und Kammern. Hm? Finden wir die Burger in der New Yorker Party, die Tasse so eklig oder wie? Ja. Finden wir ihn noch eklig an? Ach, lass mich darüber nicht reden. Finde ich da. Ich hab auch Hunger. Ja, aber die haben jetzt was, die sollen das essen, das ist gut. Ja? Wie gesagt, das wird jetzt eine ganze Geburtstagsschadensteilung. Ja, wir hoffen ja auch, dass die, ich glaub, die Geburtstag werden die nicht vergessen. Oder? Weißt du noch damals, als wir entführt wurden im Ding und der Polizist so korrekt war und auf alles eingegangen ist, was die Geiseln immer wollten, und dann einfach, wir alle überlebt haben und niemand verletzt wurde. Meinst du das? Hallo, meine Damen und Herren. Da füge ich doch vorhin was ein, von wegen, ähm, der Bulle geht mal wieder nicht auf die Forderungen ein. Die Gaming-Dankeschön für den Präps, aber herzlich willkommen. Wie, wie geht das denn? Ja, das war nur so mit... Wollen wir auf nichts eingehen, würde ich sagen, kann man abgebrochen, tisch. Wir sind in irgendeiner Weise gedehmetisch von uns. Nee. Irgendwie. Wir sind doch auf einer Werdenlängung, auf einer Höhe. Ja, ich will das illegalisch machen. Na, das ist ja, naja. Okay, du hast denn das dann gar zu Interestream. Wie, der Bart! Ja, passen Sie auf. Ja, es liegt ein Problem jetzt. Wir sind jetzt, ich möchte Ihnen den aktuellen Status der Situation wirklich klar vermitteln. Ja. Und das mag ich auch in diesem Real Talk, den Sie sagen. Was ich jetzt gemacht habe, ist wahrscheinlich gegen 90 Prozent der anderen Geiselnehmer, die hier drin sind. Da hab ich gemacht. Wo hast du was zu essen? Der kleine Finger. Ähm, der Pfannkalken. Du hast die ganze Tasche vor. Hör mal zu. Ja. Hast du noch Wechselklamotten bei? Ja. Was denn? Auch eine Maske? Ja. Nee. Guck mal, ob du irgendwo eine Maske holen hier sehen kannst und vielleicht Anges-Hose-T-Shirt. Für dich das? Ja. Ich hab ne... Ich hab ne Orangenhose dabei. Ja, das ist schon okay, aber ich brauch ne Maske. Warte. Haben die Geisel vielleicht eine dabei? Ich guck mal. Grafisier, graviert mit Geiselnehmer Nummer 1. Also ist das Thema, Taser für die... Ich hab Ihnen erzählt, wie gut die sind und wofür man die beide nutzen kann. Ich möchte Sie etwas vor Augen halten. Wir wollen ja offen miteinander sprechen. Ich finde, das ist doch einfacher, da wir beide ja miteinander quasi verhandeln. Ja. Ich habe nicht übertrieben. Ich habe 8 Taser und 2 F&Ds gesagt. Jeder andere Geiselnehmer in dieser Sankt hat wahrscheinlich gesagt 10 F&Ds. Ach, Funkgeräte. Ach, Funkgeräte. Der hat sich hier hinsetzt und sich mal überlegt hat, mal gucken, was so geht. Dann hätte ich jetzt 80 Tinger von ihr jeweils verlangt. Aber bitte, ich habe Sie doch selber gesagt, das ist ein Geben und Nehmen. Deswegen sage ich, ich sage es nicht, um zu diskutieren. Ich sage es nur, um in deinen Kopf reinzurufen, was gerade alles so passiert ist. Er hat nur ne Kippe. Ja, aber wie kommen Sie rüber, als wenn Sie sich unter den Kopf passieren? Ein bisschen. Denken Sie selbst, wenn Sie begeisen, Gott möge ich, dass es nicht passieren, wer daran glaubt, verletzt werden und bluten, dass Ihnen denn nichts passiert? Haben Sie nicht irgendwo im Hintergedanken, dass Sie auch heil rauskommen wollen? Wir haben doch auch irgendwo Familie oder Freunde, die Sie gerne wiedersehen wollen. Natürlich, toller Prozent, aber das ist doch gar nicht so eine Debatte. Müssen Sie doch auch irgendwo nachgehen und dann gucken, dass wir einen Kompromiss finden, damit erstens die Geiseln wieder zu Ihren Familien kommen, dass Sie ja heil rauskommen? Haben Sie doch gerade gesagt. Ja, richtig, aber du machst mir jetzt nicht schon wieder... Boah, die ist diskutieren, ne? Ich habe dir doch gerade zwei... Du wiederholst dich, du sagst die Sachen zu spät. Du musst die sagen, bevor ich es tue. Ich habe dir doch gerade zwei Geisel zurückgegeben. Boah, ich habe jetzt von irgendeiner Mafia die Flecke geglaubt. Ich brauche eine Kappi noch. Ja, dann habe ich erst gegeben. Eins. Drei. Drei. Meinst du, das fällt auf mit T-Shirt? Ja, ich kann auch ein anderes T-Shirt noch geben. Habt du einen? Du siehst aus wie der Vater aller anderen. Ja. Weißt du, wenn ich die Maske ab, dann sehe ich das. Nee, sehe ich nicht. Kannst du so sagen. Also ich muss ja, also wenn das wirklich ihr Gesicht ist, muss ich sagen, wir haben schon eine leichte Inset mit den zwei Red Davids da hinter ihm. Ich habe deren Kanten und... Ja, ist lange nicht richtig. Da müssen wir jetzt aber auch nicht drauf eingehen. Du siehst aus. Boah, das... Ja, ich habe sie auch nicht zu spät. Aber du schmeißt die Uhr weg. Ich kann eben das sehen. Ja. Aber Pison. Achso. Irgendjetzt wissen wir auch, wo ich meine Informationen habe. Maschallah, schönes Outfit. Und wir scheinen da so im Hintergrund. Ja. Nein, ich möchte Ihnen kurz vor Augen halten, dass ich in keinster Weise denke, dass wir ihn mehr haben werden. Mir ist aber auch durchaus bewusst, dass wir einen Affenärmel haben. Das werde ich Ihnen natürlich nicht erzählen. Das Affen macht mich nicht unantastbar. Aber wer wäre ich, wenn ich in eine zittrige Stimme etwas von Ihnen verlangen würde und nicht eine gewisse Sicherheit in dem habe, was ich tue? Das ist nicht unbedingt Ahrenheit. Gut. Sicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit hilft vielen im Leben sehr viel weiter. Stehen Sie? Das heißt nicht, wenn Sie jetzt keine zittrige Stimme haben, dass Sie trotzdem eventuell keinen Ass haben oder es trotzdem halt jetzt nur dieser Ausweg ist. Vielleicht ist ein guter Pokerspieler. Da liegt doch einer. Das ist nicht so gut. Achso. Ja. So. Ähm. Gut. Grundlagen sind jetzt hier. Die Bürger werden gerade verteilt. Ja? Gehe ich davon aus, dass es den Geisel gut gibt? Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, es ist keine Lüge, dass die Händen gerade die Erlaubnis bekommen haben, Musik zu hören und zu tanzen, damit sie den Geburtstag weiter feiern. Das können Sie auch danach fragen. Also das ist nicht schlecht. Kriege ich denn jetzt mal so eine Geisel-Elefanten-Parade? Äh, äh, hier, hier gezeigt oder was? Warum jetzt? Ich denke, das brauchen Sie nicht. Am Anfang war es mir jetzt nicht wichtig, ne? Aber Sie fordern ja extreme Sachen. Das bedeutet auch extreme Situationen. Problematik ist, wenn Sie so weitermachen, muss ich das aus der Hand geben. Das heißt, also hier wird jemand anders mit Ihnen verhandeln. Wieso? Ich kann nicht, weil das genauso ähnlich ist wie bei Ihnen. Ich kann nicht alles durchprüvenen. Das nehmen die Leute nicht alles an. Achso, Sie halten sich an Regeln in Ihren Gruppen oder was? Sie haben eben gerade doch etwas gesagt. Ja? Sie haben gesagt, Sie wollen auf keinen Fall die Geisel sehen. Das ist Ihnen egal. Sie glauben uns das. Jetzt plötzlich wollen Sie die aber alle sehen. Inwieweit ähnlich ist das etwa dem Geiselnehmer, der ändert, was er haben möchte? Das heißt, ändere ich mein Verlangen, beenden Sie die Situation? Ändern Sie Ihr Verlangen, machen Sie sich unglaubwürdig und lassen mich wie ein Vollaffen dastehen, der Ihnen die ganze Zeit den Arzt pudert, aber nichts dafür bekommt. Also das heißt, würden Sie Ihre Sachen und Ihren Verlangen verändern, sind Sie auch unglaubwürdig? Was habe ich bis jetzt bekommen? Nein, nein, nein. Es geht nur um wenn. Wenn was? Ich will nur eins klarstellen. Ich weiß, dass die Polizei weltweit so arbeitet, dass wenn Geiselnehmer ihre Forderungen ändern, egal in welche Richtung, ein Zugriff passiert, ja. Okay, und das finden Sie nicht tragbar? Total. Finden Sie? Ja klar, das ist auch psychologisch komplett klar. Aber weil ich eben den psychologischen Wert dahinter kenne, macht es keinen Unterschied, ob Sie komisch mit ihr verhandeln oder ich mit Ihnen. Der psychologische Punkt bleibt derselbe. Das heißt also, wenn Sie etwas ändern, ist es für mich auch ein Grund, Sie nicht weiter ernst zu nehmen. Ja. Ja, warum nicht ernst nehmen? Pass auf. Nein, ich habe doch, es ist doch noch gar nichts passiert. Wir reden hier von Worst Cases. Können Sie mal bitte in der Situation bleiben und nicht in die Zukunft? Ja, ja, nee, sind wir ja. Du, du kommst mir ja immer mit und sagst, Sie meine ich, komm immer mit und sagen, ja, er hat Sachen, er hat dies, er hat das. Dann will ich mit einem anderen sprechen, mir ja nichts zu sagen. 還是, du weißt doch ganz genau, was ich zu sagen habe, oder warum hast du nach mir verlangt? Ja, eben, deswegen halten wir sie ja wohl wahrscheinlich auch für kompetent, ich spreche, oder? Sag mal, ich beleidigt hab ich sie jetzt nicht, ihr Arsch! Ja, aber wie haben Sie das dann geirrt bei dem Moment, wo wir gesagt haben, dass wir sie... Sie haben mich geirrt, indem Sie verlangen, dass ich hier bin? Ja, natürlich, das ist doch absolut der Inbegriff ihrer Kompetenzen. Ja, aber jetzt sind wir ja selber deutlich zu viel mit seinen Kompetenzen. Ja, natürlich, wir reden hier von worst case, wenn ich zu überhaupt dann wieder da hin? Der Bart ist noch nicht so weit wie der von Vater, dann muss man noch ein bisschen warten. Ja, dann braucht man auch lange dafür, ja. Es gibt keinen Dresscode für die Gangs. Es gibt nicht mehr eine Fleckregel. Pass auf, wir können ja weiter auf die soziale Art und Weise hier miteinander reden, ja? Wir können ja auch wieder eine soziale, aber dieses beleidigen, das macht mir echt wild. Das muss nicht sein. Ja, den beleidigt. Ja, Arschloch und halt die Fresse und sonst was. Wir sind hier nicht auf dem Schulhof. Hab die Fresse gesagt, nicht die Fresse. Ja, auch halt die Fresse, haben Sie gesagt. Ja, das ist auch nicht besser. Doch, das ist auch zum Fresse, das ist ein großer Unterschied. Und ich hab das nie gesagt. So. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit dem Angebot? Ich habe Ihnen was gesagt. Wie stehen Sie dazu? Sagen Sie, es ist immer noch nicht tragbar? Muss es anders laufen? Ist es nicht das, was Sie sich erwünscht haben? Ich meine, ich kann mich daran erinnern, ich hab mir früher echt viel auf dem Weihnachtsmannzettel geschrieben. Hab nachher andere Sachen bekommen. Es war nicht das, was ich wollte, aber es hat mich glücklich gemacht. Es hat mich wirklich lange, lange, lange Zeit glücklich gemacht. Spätestens bis zum nächsten Mal Weihnachten, wo ich mir was anderes gewünscht hab, weil ich denn doch irgendwie dachte, nee. Ich bin wirklich ein guter Politiker. Also Ihre Argumentation, Metaphern und so weiter bringe mich zum Grinchen und erfreue mich jetzt. Also jetzt ernst Sie mich ein bisschen. Das meine ich wirklich ernst. Das meine ich auch wirklich, wirklich ernst. Aber leider bin ich viel zu abgestimmt und habe mich selbst viel zu viel mit NIT beschäftigt, als dass das funktioniert. Ich sehe es gar nicht als Manipulation. Ich glaube, das, was Sie sagen, meinen Sie auch ernst und von Herzen. Aber es treibt leider an mir ab. Ich würde gar nicht gewünschen, dass es was aus ist. Ich grinse. Unter der Masse grinsen, ich bin die selbst drin, was die von sich geben. Aber leider wird das nicht. Ja, aber dann müssen wir doch irgendwie... Wir sollten ja auf einer offenen und ehrlichen Ebene miteinander kommunizieren. Du, ehrlich bin ich. Wir haben gesagt, wir wollen zwei SMGs und acht Funkgeräte, richtig? Ja. Und das hältst du für absolut unrealistisch. Das wird so nicht klappen. Wir können einen Kompromiss finden. Ich möchte gleich sagen, ich habe keine Lust auf diese Möchtigern-Verhandlungen, die wir hier ratieren, untereinander beide Seiten. Ich, pass auf. Sag mir einfach konkret, geht das oder geht das nicht? Hallo? 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 Das wird so nicht gehen. Ich finde, weißt du, wenn du das ehrlich zu mir sagst, ist das ja schon mal ehrlich. Das wird so nicht gehen. Weil deine Einsatzleitung das nicht rausgibt oder weil die untereinander absprecht, dass ihr das nicht für sinnvoll haltet, uns das zu gehen? Nein, nein, nein. Weil das so die Menge. Die Menge macht es. Welche Menge? Von was? Die zwei? Die Menge. Ich habe dir jetzt schon mal gesagt, wir könnten einen Kompromiss hinkriegen. Aber das ist einfach die Menge. Das ist einfach so abnormal viel. Oh? Überlegen Sie sich mal. Wir haben 125 Polizisten im Dienst. Wir haben durchschnittlich vier bis sechs Leute bei der Bara-Fatrol. Das heißt, für 125 Leute sechs SMGs. Davon sollen wir zwei abgeben? Ja. Eine? Gib mir eine Argumentation, warum ich das durchboxen soll. Also, ich setze mich einfach über die Einsatzleitung. Dankeschön. Wir werden doch eh mit den SMGs nicht rauskommen. Wie ist das mit den Geißeln aus? Hm? Was denn? Ach so. Bleiben hier. Wir werden ja jetzt noch mal weiter. Wir reden immer von diesen SMGs. Okay, du hast mir ein gutes Argument gebracht, warum zwei vielleicht zu viel sind und so weiter und so fort. Du hast aber noch nicht einmal in irgendeinem Kontext die fünf Funkgeräte erwähnt. Die 80. Doch. Habe du auch gesagt. Aber was hast du da? Ich hatte gesagt, sechs Taser und zwei Funkgeräte. Sind die Funkgeräte wirklich so viel wert? Kannst du mir erklären, warum? Hm, nein, sie sind nicht viel wert, aber wie viel wert, wie viel wert hat ein Stück Metall und ein bisschen Draht und ein Holzstück im Knast? Von sich an selber nichts. Aber wenn man es richtig einsetzt, dann kann man damit alles regeln. Aber naja. Genau so ist es auch mit dem Funkgerät. Aber da will ich auch genau das nicht machen. Lass da rum. Pass auf, wenn ich jetzt einfach mal einen Kahlschlag mache und ihnen einfach entgegenkomme und sie mir sagen, die Geiseln bleiben hier. Und ich sage, 50 für sie, 50 kann ich meinen Leuten da lassen. 50-50. Das heißt nicht zwei SMGs und acht Funkgeräte, sondern sie kriegen vier Funkgeräte und eine SMG. Oh, das ist gut. Die lassen die Geiseln hier. Stopfen die mit Hamburger nach voll. Ja. Ball hat da rum, Junge. Ihr Ass. Sie haben doch noch einen Ass im Ärmel. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Fütteln Sie mal. Leer der Ärmel. Fütteln Sie mal. Fütteln Sie mal. Fütteln Sie mal. Fütteln. Ah, ah, ah. Ah, da. Fütteln Sie mal. Fütteln Sie mal. Fütteln Sie mal. Wie gesagt, ich kriege sie unter dem. Ja, wie haben Sie denn gedacht, hier rauszukommen? Mit dem Fahrrad. Ich habe gesagt, ich entwickle mich. Ich bin mit dem Kopf, da haben Sie. Aktuell. Eins. Also, ingehen. Wir kriegen wir dann. Super. Wir ziehen uns mal eben kurz zurück. Ja, ja. Okay. Jo. Boah, wir haben bestimmt acht Leute draußen oder so. Ja, guck mal, der lässt die einfach da stehen. Die könnte jetzt einfach rausrennen. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Passt ja, um. Passt ja, um. Passt ja, um. Vielen Dank. Ich habe mir das Gefühl, dass die gleich rennen wird. Ich glaube, ich würde es machen. Hey, komm mal bitte. Einer muss aufpassen, der eine muss aufpasseln. Wie kann man denn so scheiße auffällig sein? Was denn? Digga, jeder Mensch da draußen checkt doch sofort, dass du das bist. Nimm das und nimm das und werf diesen Müll weg, den du in deiner Fresse hast, Alter. Du siehst komplett aus, wie du aussiehst. Ging, ging. Ja, Walle, das macht es natürlich besser, Junge. Das ist jetzt natürlich richtig unauffälliger. Ja, ja, das hat jetzt richtig viel gebracht, Junge. Ja. 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 Wie er, äh, wie er ruft. Er wirft sein, äh, Ding ist weg, sein Zeug, also Funkgerät und Handy und, äh, dann mit Falschirm, weißt du was? Bro, hast du noch alles, was du eben anhattest, als wir dich niedergeknüppelt haben? Mhm. Das musst du, musst du wieder anziehen nachher, ne, ist klar. Ja. Ja, okay, cool. Ich, warte, Frank. Nee, wollte ich dir nur sagen, weil... Ich warte nur so den Einschein am Becken, als wären wir, als wären wir ganz viele, weißt du? Nee, das ist top, ist alles klar so. Du musst nur das Outfit noch dabei haben, damit wir die zehn Geiseln haben, weißt du? Mhm. Okay, los, komm. Ich hoffe, dass ich das hab, hab ich. Puh, zum Glück hab ich, ich wollte das nämlich wegschmeißen. Uhrenkette ist egal, auf, achtet keine Sohme. Komm mal kurz mit, ich hab jemanden am Telefon. Ich auch. Ich meine, der Schwester geht's hinten auch, oder? Ja, die feiern. Nein, oder? Ja, aber gut. Ja, dann ist das so. Geht klar. Gut. Okay. Ja, okay, klar. Oh. Mir ist einfach alles scheißegal, Junge. Ich bin so ein, der Charakter ist einfach so ein Krüppel, Alter. Der wird immer in Sachen reingezogen und der hat einfach keine Ahnung, hat einfach keine Ahnung, was er machen soll, Alter. Genau wie die Aktion mit Fischer, wo wir den als Geisel hatten, riecht gut. Und keiner kommt auf mich zu und sagt, ey, beim nächsten Mal musst du das so und so machen. Mir scheißegal, ob wir verlieren, Alter. Nee, das ist nicht auffällig, weil ich humpel, hallo? Die wissen ja gar nicht, wie viele da hinten drin sind und so. Das kann ja jeder sein. Ich zieh mich auch gleich wieder um. Das ist ein Schlimm-Schakal. Das ist einfach so gut, Alter. Ah. 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 Was haben die denn jetzt schon wieder besprochen? Ich habe nichts mitbekommen. Achso. Ja, die war erst mal kacken. Erst hat die Hose hochziehen, Junge. Und nicht hinabgedöhnert. Hallo, das ist meine normale Sitzposition, ja? Es gibt doch bestimmt... Boah, diese Stille macht mich irre, ne? Ja. Hey, das passt nicht. Das hört sich an, als wäre hier was los. Masahiro Dankeschön für den Re-Sub mit Prime und Dritten. Siehst du, das Lachen passt auch zu der Stimmung hinten im Kino, im Saal. Passt perfekt. Nein, das ist tatsächlich, äh, Crowded Cinema-Ambienz. Ich muss mir echt so ein paar Sachen raussuchen dafür, ne? Weil ich hasse halt, wie die Pest, wenn das so ruhig ist. Ist so. Aber ich habe halt das Elgato-Stream-Deck. Ich glaube, ich mache mir da drauf. Ja, klar könnte man mich an den Tattoos hinten identifizieren, aber... Oder ganz ehrlich, das juckt mich null. Egal, ob ich im Knast gehe. Obst du da, wie haben wir Spaß? Obst du da, wie haben wir Spaß? Hey, 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 keine Dummheiten machen, hey. Hi. Tag, junger Mann. Hallo. Sie sagen echt für Stress, Impiddy. Hey. Hm. Da scheinen es so ist gleich geschnallt. Hm? Angesangt? Wurde noch nie drauf eingegangen? Da kommst du da drauf. Was heißt denn, es gibt Stress? Ja. Telefon. Ja. Wollen die stürmen? Mal gucken. Was verlangen denn sonst Leute bei einer Geigenheit? Keine Waffen. Weißen Geld. Okay. Für Geld kann man... Bist du sicher? Nö. Ach, liebe 4 Millionen. Das nicht, aber die haben irgendwie... ...irgendeine Medic-Alte vom FIB oder so, die lässt da gerade was durchsickern. Warte mal gucken. Nur, dass du Bescheid weißt. Immer bereit sein. Okay. Gut. Ich bin bereit. Stop. Sollen sie kommen, liebe Motherfucker. Komm rein. Hallo? Wenn ich reinkomme... Aha. ...und eine Geige werde. Niemals. Dann haben sie keinen mehr, der alle anderen vorstellt. Was ist, wenn sie dafür einen von uns beiden draußen neben ihrem Bruder behalten? Gab's vielleicht auch noch nie. Könnte man auch mit anfangen. Und tatsächlich merkt man, dass nicht alle Geigenehmer gleich sind. Die andere Tür gehen. Ich sag's klar. Aber es war auch draußen. Ja, ja. Geh du mit. Geh du mit. Wenn du nicht mehr kannst, setz einfach runter, ja? Ja. Boss gegen Boss. Ich möchte, dass du rauskommst und hier schiefst und ich komm rein und guck rein. Weißt du was? Ich verhandel gar nicht. Komm. Ich komm raus. Ich pack meine Waffe weg. Du deine auch. Ich hab nicht mal eine in der Hand. Wirst du, dass ich jetzt wieder rauskomme, ne? Warte. Ich muss das. Ja? Boah. Hui. Was zum... Warte. Was machen die? Also die... Als ob der reinkommt. Gut. Gut. Dann lauft abeinander zu. Ja, warte. Eine Sekunde. Ich zieh mich auf den Klo. Ich kann sofort ins Klo rein. Warte. Ich muss das nicht. Okay. Gern nix. Weißt du, was wir noch machen? Was? Ich ruf hier meinen außerirdischen Freund an und du deinen Bruder. Damit beide jeweils immer wissen, dass draußen und drinnen alles in Ordnung ist. Was hältst du davon? Puckklo. So, perfekt. Ich muss eine Nummer finden, warte mal. Was sind das für Leute? Ja, mach das. Jungs, ey. Was darf? Von mir aus, ich gehe überall hin, wenn ich mitnimmst, ist ein Vater tot. Wenn ihr mir scheiße macht, ist euer Teufel tot. Ey, 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 nehm die Waffen von da. Kommt sie mit. Ja, lass mal Armin runter, wenn ihr wieder ausmachen möchtet. Ich vertraue dir. Hab ich schon gemerkt. Ja, aber trotzdem hab ich ja ein Eisen in der Hand. Ja. 3, 4, 4, 5, 6, 5. Dann noch mal nach vorne. Warte, warte, 6, 7, 8, 9, 9. Nein, okay. Also, jetzt macht ihr viel an der Verhandlung. Ich bin für ihr an Bord. Ich gehe wieder raus. Bring ich ihn her. Jetzt ist es schon zu spät. Jetzt hab ich verkackt. Egal. Ich war nervös. I'm sorry. Den Geruch mehr gemacht. Aber ich hab ne Idee. Ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir. Hier ist die Möglichkeit, dass man mich sieht. Gleich, wenn die wieder vorne stehen. Warte mal, das ist verzählt, ne? Warte, nimm mal kurz was mit in deinem Kopf, wichtig, komm mal her. Rechts in der Bankstraße, zwei D-Songs, zwei Leute jeweils maskiert. Hast du damit was zu tun? Stimmt, D-Songs, wo sind das SUVs? Bei so kleinen Sachen müsst ihr nicht time outen, Jungs, der Shit ist eh Resident Sleeper, alles gut. Hast du, wenn einer wirklich irgendeinen Müll schreibt, dann ist das okay. Ah, jetzt sieht der mich, zum Glück. Ah, dann soll der jetzt rausstellen. Guck den, zeig den, der soll sich zeigen. Ja, ja, der soll sich zeigen, auf jeden Fall. Kollege, du musst doch mal nach vorne, du musst dich zeigen, der hat dich eben nicht mitgezählt. Der hat noch Töte, der Töte zeigt dich jetzt gleich. Aber pissen. Hätt ich hier, nehm die Frau. Ja, das kippt mir doch mal nach dem Tag. Boah, zum Glück hab ich mich umgezogen, Alter. Komm mit rein in das, du Dings. Geh mal da rein. Alter, hört sich echt falsch an. Na, gib mir deinen Saft. Hallo? Hallo? Polizei, Mann, guck mal kurz. Hier ist der zehnte, den hast du eben nicht gesehen. Der verprügelt wurde. Ah, ja, okay. Ja, top. Merci. Ich bleib jetzt hier sitzen, aufschlecken. Boah, zum Glück, Alter. Wir waren dicht, ey, wir haben neun Leute draußen. Falls was passiert, neun Leute. Okay. Die bereit sind. Die haben schon eine komische Idee wieder gehabt. Oh, da ist es dann auch 7, 8. Was war das für'n Rosa? Fleisch, lecker. Das war mein Schwanz. Grüezi. Warte mal, da steht ohne Fruchtfleisch drauf. Dann war der vergammelt. Trotz ruhig, ich nehm dir die Zeit. Lecker. Ist okay, alter Mann. Halt denen doch mal die Haare. Was bist du für'n Sohn? So lange wird die Haare jetzt auch nicht. Ich liebe es, bitte. So. Jawohl. Gibt es ne Möglichkeit, Ihnen das irgendwie zu übermitteln, die Hardware? Das wissen wir. Achso. Wisst ihr? Hast du da gesagt? Ob es ne Möglichkeit gibt, uns die Hardware zu übermitteln? Ja. Wir können ja... Als ob eben nicht drin überhaupt nicht passiert ist. Da kann auch gerne wieder... Die Tasche ist bereit. Ja, habt ihr euch denn... Wie wollt ihr denn hier raus? Dazu kommen wir erst gleich. Lass uns doch erst mal... Die Frage ist ja erstmal... Die Verhandlung ist ja erstmal die... Was wollt ihr denn konkret für das haben, was wir haben wollen? Normal. Was ich haben will? Das steht doch nicht im Frei. Das steht doch gar nicht im Frei. Ja, die Geisel natürlich. Naja, wie viele willst du für das haben, was du uns gibst? Ich will alle Geiseln, dass sie hier bleiben. Die bleiben so oder so hier. Mitnehmen werden wir keine. Das will ich ihnen auch vorher gerne in die Waagschale legen, weil nimm sie Geisel mit. Werden wir zugreifen. Ist mir schon klar. Ich bin nicht dumm. Ist... Ist absolut nicht okay. Nein, ist es auch nicht. Die Frage ist nur... Wer rügt dich dafür, wenn du uns verfolgst, obwohl du uns freies Geleit gewährst? Gewährst du uns freies Geleit? Ich bin ehrlich. Ich gewähre dir freies Geleit. Hier und in den nächsten Blöcken. Okay. Ehrlich ist ehrlich. Sollst du sein? Wenn du da packst, wegzukommen, dann kommst du weg. Wenn nicht, dann nicht. Richtig. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der sehr interessant werden könnte. Es gibt nämlich vielleicht die eine oder andere Person, die umbilden. Ding raus muss. Kollege. Kommen wir mit raus. Bei der Hardware-Übergabe würde ich das tatsächlich so machen, dass du reinkommst. Das reinbringst und dir die Geiseln, also den größten Teil der Geiseln schon mal mitnommen. Hast du, musst du nicht reinkommen, dann kann einer deiner Jungs die Tasche wie ihm auch mitnehmen. Haben die Kops dich jetzt erkannt? Was meinst du? Haben die, ja, ob die jetzt wissen, wer du bist? Ja. Weil das Problem ist, wenn du dann gleich mit uns rausgehst oder mit uns abhauen. Na, ich bleib hier. Okay. Aber ich muss, ich hab noch Knarre in dem Rucksack, ne? Und diese Kleidung. Ja, ich wollte gerade sagen. Meinst du, komm weg? Boah, ich weiß, wir versuchen was ganz Extravagantes. Okay, soll ich dir mein Zeug geben? Ja, dann gib mir dann lieber dein Zeug. Das Problem ist, wenn die jetzt gleich doch ballern, dann brauchst du die Knarre noch. Sonst behalte die Knarre so lang und wenn die reinkommen, dann würfst du die einfach, also, wenn wir raus, safe sind. Ich hab zwei bei, ich behalte eine und wenn ihr rausgeht, schmeißt die eine weg. Ja, genau. Oder schmeißt beide weg. Ich hab drei Knarren dabei. Also soll ich die eine wegschmeißen? Ne, behalte beide. Und gleich, wenn die, wenn die, wenn das alles safe ist und dir nur noch die Geiseln drin sind. Soll ich die Klamotten wegschmeißen? Ich bin eh verletzt, ne? Ich kann eh nicht so gut. Ja, 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 die Frage ist, Klamotten, Klamotten, gib mir mal die Kappe und die Hose. Die Kappe, ja? Ja. Einer muss sicher wegkommen. Und die Hose, perfekt. Der braucht einen konzentfreien Bleib. Gut. Weil das Bandana zu dem Mafia-Typen wiedergeben können. Scheißegal. Ja. Jetzt gibt es Krieg. Ähm. Gut, perfekt. Dazu bräuchte ich ja übrigens den Overwatch-Ding. Sie fordern einen Millionenzeugen Helikopter. Und da, nein, 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 klappt. Da bleibt ja immer noch der Pilot von Ihnen drin. Sie fordern die Polizisten eine Geisel? Nein, der wird keine Geisel sein. Der schießt den quasi nur von A nach B. Mehr nicht. Und derjenige, der dieses Freie geleid haben sollt, bekommt einen Beifirm und springt auf den Helikopter raus. Brecks läuft immer noch wie so ein Internet-Rambo. Und das erstmal im Groben und Ganzen zu sehen. Hey, Curtis, was geht? Die schlagen mich immer. Ernsthaft jetzt? Die haben halt im Kopf gegen die Glasscheibe, haben die mich gedrückt. Ach du Scheiße. Ich habe noch... Ach, kennt ihr euch? Ich habe noch mich. Halt die Klappe, du blöde Kuh. Hey. Jetzt sei nicht so frech hier, die ist ganz lieb. Die ist voll freundlich. Die ist echt lieb. Hm, der hat mich gerade geschlagen. Ja, was ist schon eine Gründe? Ich habe gleich noch mal. Wo ist jetzt noch jemand, Absolete? Ja, ich bitte. Dann bitte kommen. Okay. Na, gelbe Hose, wie geht's dir? Nicht gut, die hat mich verkloppt. Echt? Drecklich. Scheißschweine. Ich will zum Beispiel. Danke. Warte, Papa, klaut Zeug. Nee, bitte schön. Dankeschön. Vielleicht hilft das. Ja, tach, tach. Nee, nee. Ach, danke. Was ist das dann? Alles gut. Wichtig ist, dass die Geise mir abkaufen, dass ich auch eine Geise bin. Ich bin nicht etwas für unkompetent? Unkompetent? Nee. Nein, inkompetent. Ach, inkompetent. Ja. Ich spreche mal eben mit meiner Einsatzleitung darüber, ja? Puh, Junge, die diskutieren jetzt schon seit fast zwei Stunden. Ich glaube, es wird mit zwei Folgen genommen. Ja, den Kollegen nehmen wir ihn. Ach, den? Trauen Sie sich nicht. Wir haben eine Geise. Nein, machen wir es nicht. Wir haben gerade eine gute Basis. Richtig. Ja. Ich drehe mal mit meiner Einsatzleitung darüber, ja? Ja. Dann kommen wir gleich nochmal zu ihm, ja? Natürlich. Gut. Ich hoffe, dass die hochgenommen werden, dass die alle weggeschossen werden. Also meine Jungs jetzt, ne? Und Kieselsteiner. Und ich rauskomme. Aber ich glaube, wenn die die Hops nehmen, dann komme ich nicht raus. Weil ich glaube, das wäre die Sinn, Alter. Denkt dran, wir haben noch draußen, Leute. Ich glaube schon, dass die wegkommt. Der hat ja gerade gesagt, freies Gleit. Vielleicht geht der ja komplett mal drauf ein. So nach der zweiten Geiselnahme schon, wo es wirklich mit der P gemacht wurde. Und bla bla bla. Naja, wir tauschen Geise gegen Essen. Wir machen Dart gegen Dart. Nimm mal Gold. Bitte hol mich jetzt schnell raus. Alles ist gut. Mach dir keine Gedanken. Okay. Du wirst so nicht verkloppt. Das stimmt, ja. Dann hast du ein schwereres Leid gezogen als ich. Aber das wird irgendwann ein Ende haben. Ich glaube, du brauchst eine Umarmung, kann das sein? Nein, kein körperlich Kontakt. Kein Körperkontakt. Wir müssen mir das abkaufen, Alter. Hey. Oh Gott, meine Stimme, Alter. Weg. Wir müssen jetzt für ihn da sein. Der ist ganz traurig. Warum ist der traurig? Weil er die ganze Zeit geschlagen wird. Oh Mann. Weil er kloppt, dann nehme ich die Schweine. Soll man dir eine Massage geben? Nee, kein Körperkontakt wieder. Ich will mir eine Massage geben. Ich hab schon gefragt, wenn er eine Umarmung möchte. Aber das möchte er auch nicht. Ja, für diese Massage hätte ich eh gesagt, dass du das machst. Ich will mir eine Massage geben. Wenn wir deine Stimmung irgendwie aufheitern. Ich will nach Hause. Oh. Ich war kurz davor, durch die Tür zu rollen und abzuholen. Ich glaub, dann hätte ich aber entweder... Aber die Polizei hat auch Waffeln in der Hand. Ja, ich wollt grad sagen, entweder hätten die dich umgenietet oder die Cops wahrscheinlich nicht. Drecken, Schuh ein, Alter. Ich wollt nur Geld erpullen, dann kommen die. Aber die haben mein Geld noch nicht weggenommen. Die Idioten. Ja, ich glaub, darauf sind sie aber auch nicht raus. Ich glaub, die wollen halt einfach nur echt uns. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Hier läuft kein Film. Ja, das stimmt. Das ist echt scheiße. Was dürft ihr nicht? Kein Film. Achso. Das ist man schon mal im Kino. Ich hab mir Taschenlampe dabei. Vielleicht können wir Lichtspielchen machen oder so. Besser nicht, sonst verklummen die dich. Weil du nur Waffe beierst. Die haben sie mir aber nicht abgenommen. Die haben dir nicht die Waffe abgenommen? Ja, halt die Taschenlampe. Achso. Wo halten wir nur eine Pistole? Ich wünschte, ich hätte ein Messer dabei. Wir können unsere Schuhe werfen. Ich glaub, das bringt nicht viel. Muss ich ehrlich sagen. Wieso bei dem Gestank von deinen Axten? Außer du füllst deine Schuhe mit Steinen, dann vielleicht. Wo haben die euch jetzt Geise genommen? Am Strand. Am Strand. Wir haben da grad Party gemacht. Da wirklich hingehen. Echt? Mhm. Ja. Weil direkt deine Nähe bei dem Bankautomaten. Und jetzt sitzen wir hier in der Scheiße. Ohne Film. Ohne Film. Haben wir dürfen Musik hören? Was für eine Musik haben wir? Was magst du hören? K-Pop. Oh, nee. Habe ich raus, Alter. K-Pop. Hör auf. Muss ich mal nachgucken, ob ich da irgendwas auf meinem MP3-Flair finde. Am besten Chung Lee Dragonfly. Ich wette, der Typ geht jetzt auf YouTube und gibt da einen Chung Lee Dragonfly. Der Typ ist ein sehr komischer Charakter. Ne, warte, ein sehr komischer Mensch. Du hast ja was anderes. Ich kann nicht so laut sein, Alter. Was zum Turf? Ja. Was war das? Servus. Servus. Und wie hat sich der Burger nicht mit dem Kokossoßer verdrehen? Bäh. Ich wette, wie das da riecht jetzt. Ich hoffe, dass die K-Pop anmachen extra für dich auch. Oh, die schreien wieder rum. Ich glaube, das kann heute Abend noch länger dauern, oder? Ich glaube auch. Die Verhandlung scheint nicht unbedingt positiv zu laufen. Ich wollte einfach nur ab. Ich wollte eigentlich einfach nur ab. Sag mal, Curtis, wie läuft es da vorne so? Was? Wo läuft es? Hallo? 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 Chat, könnt ihr mich hören? Oh, oh, Teamspeak abgeschmiert. Uh, oh. Uh, oh. Oh, bitte sagt mir der... Jetzt ist er wieder da. Oh, okay. Was haben wir eigentlich? Hast du gerade mit mir gesprochen, oder was? Äh. Ja. Irgendwie hatte ich gerade Probleme mit meinem Kopf. Hörgerät, ja. Hier ist das Hörgerät. Hörgerät, ja. Ja, ich auch. Hallo? Bitte sagt mir, dass das bei jedem gerade so ist. Hörgerät bei Zoe. Gut. Teamspeak müde, Teamspeak schlafen. Teamspeak kommt mit so viel RP nicht klar. Vielleicht Teamspeak-Lizenz nicht bezahlt, ja. Das kennen wir ja, ne? Bald kommt wieder Hollywood RP versprochen. Bruder, ich hab keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauert. Wir sind doch dumm. Wir fangen erst um 11 Uhr damit an. Ja, Teamspeak ist komplett down. Ich geh mal ganz schnell auf Klo. Ne? Seht das hier so wie Werbung jetzt an. Jeder kann schnell kurz Klo gehen und so. Bis gleich. Nein, Ruhe. Okay, kann doch nicht. Hallo? Hola, hola, guck mal. Relas, grüße aus dem Norden. Naja, dobermann das Ding ist, wenn die jetzt zwei SMGs rausgeben, haben die Schiss davor, dann andere Gangs auch geile Namen machen und anfangen SMGs zu fordern und so. Ich höre dich. Ah, gut. Was ist die auf Klo? Moment. 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 Nein, komm zurück. Oh, schau. Oh, schau. Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, ist der. Oh, danke. Ne, ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Was ist denn? Re'an? Rex? Was sollst du, Eddie? Hey, Polizeimann. Ja? Hörst du mich? Ja? Was bedeutet der Code 1010? Das ist im Prinzip Verstärkung. Also nichts gefährliches im Sinne Verstärkung, sondern einfach nur, dass man Hilfe benötigt. Schwierig. So, warte. Das ist quasi eine Einheit, die abgezogen wird, als 10-10 zugeordert wird quasi. Genau. Okay, danke sehr. Ah, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Ich glaube, du bist verkloppt. Boah, endlich, meine Fresse. Werde her. Wenn Sie Ihrem Kollegen sagen, dass ich gerade scheiße gelabert habe, 10-10 war nicht Verstärkung, sondern Verfolgungsfahrt. Ey, Dicker, Dicker, ey, Dicker, das ganze Kino hört dich. Hör mal zu, Alter. Das ganze Kino hört dich, Bro. Aber komplett bis hinten in den letzten Winkel. Ja, der mit der schwarzen Teufelmaske, der hat mich gerade gefragt, was 10-10 ist. Aber ich hab ihm gesagt... So, warte. Vielleicht, weil du auf Englisch gestellt hast, oben. Ist es jetzt besser? Guter Punkt. Naja, ich glaube, dann hätte er schon wieder was gesagt, oder? Soll ich die Mucke anlassen? Nein, also, ich hatte ihm gerade gesagt, 10-10 wäre Unterstützung. Dabei ist das die Verfolgungsfahrt. Genau, gibt keine Ange in den deutschen Streets. Also, ne, falls er nochmal irgendwie fragen sollte. Ich lass dir echt da nur das echt beruhigen, so. Ich hab nur Baby-Metal gefunden, wenn du das glaubst. Nein, Alter, sowas höre ich nicht. Was machen? Warum setzt du die... Oh! Stuch. Nein, sie haben gehört. Wir werden alle sterben. Und was machst du hier so, Curtis? Ich glaube, wir werden alle sterben. Sowieso. Ich glaube, die knallen uns ab. Hallo? Der hat ja richtig gute Laune, der Typ. Nein, nein. Hallo? Hallo? Ja, jetzt rede doch mal mit uns, Alter. Okay, du kannst Zeit. Hallo? Ja, okay, haben wir doch geantwortet, hä? Okay, ja. Jetzt können wir wiederholen. Was für Anfänger. Ganz halt am Diskutieren. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt einfach mal 10, 15 Minuten uns alle beruhigen? Boah, 10, 15, wo da wie lange? Ich finde das gerade echt unangenehm. Achso, wegen dem Team-Speak-Problem, okay. Oh. Okay, wir machen eine Pause. Was für Anfänger. Wir machen eine Pause. Ja, gucken wir mal, wenn ja, bringe ich wieder ich mit. Okay, gut. Dann haben wir den... Ich hab Essen bei Bochi, meinst du was? Äh, nee, wir wurden eigentlich gerade ganz gut versorgt von den Jungs. Ey, isst bloß nicht den Hamburger in Kombination mit dem Kokoswasser. Warum? Hat der Arsch dann Kirmes? Ja. So, Brian. Ja. Äh, du hast ganz schön starke Oberschenkel, Bruder. So? Starke Oberschenkel hast. Mhm. Hä? Weiß ich, danke, Bruder. Mann. Kratz dich mal. Setz dich doch mal gerade in. Boah. Jetzt geht's uns auf den Rücken, ey. Ich bin mit einem Pett, Junge, ey. Kann ja noch was zeigen. Guck mal, hier. Du bist so ein Schwein, ne? Alter, das ist... Das ist ein sehr kleiner Raum und ein sehr großer Furz gewesen. Ich bin mit dem Spruch, ey. Wirklich. Wir können ein Spiel spielen. Was willst du denn für uns? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, es war so klar. Ja. Und das ist grau. Der Boden. Ein T-Shirt. Meine Haare. Mhm. Kino-Leinwand hinter uns. Ja. Meine Jacke. Es war die Kino-Leinwand. Ja, Entschuldigung. Wo bin ich dran? Ey, was ist denn hier? Der Gewöhn-Inhalt ist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Wenn du jetzt grün sagst, Alter. Was raus? Deine Haare. Nein, Ellis Kette. Nee. Der... Der... Ähm... Smaragd an der Kette. Nee. Das Exit-Shilt. Meine Zähne. Habe ich gewonnen? Nein. Nee, es war Exit-Shilt. Okay. Na gut, ich sehe... Aua. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist schwarz. Meine Seele. Und du guckst mir dann... Das Loch in meinem Zahn. Du siehst schwarz. Ich würde jetzt was sagen, aber nee. Äh, dein... Dein Oberteil? Nein. Das Oberteil von irgendeiner Woche hier. Die Lautsprecherbox. Auch nicht. So ein... Hier, so eine Lene, Armlene von so einem Stuhl. Der Bilderrahmen. Für den Einwand. Der Bilderrahmen. Nein. Nein. Das ist kein schlechter Tipp. Der Schatten. Nein. Nein. Der dumme Gangster hinter mir. Ich klopfe dir gleich auf den Kopf. Entschuldigung. Entschuldigung, der Herr. Nein. 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 Du darfst nicht teilnehmen am Spiel. Das nächste Mal gibt es einen Kick zwischen den Rücken. Nein. Ist alles gut. Ich hoffe, es ist deine Schuhe. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Äh, Brooks und Schaul. Warte mal. Warte. Nix. Komm, verpiss dich so. Ich schmeiß meine Schuhe. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Also mit Nixen werden wir hier keine Freunde machen. Die Haare von dem Typen von dem Außenseiter da hinten. Hört sich hin. Habt ihr alles? Herr Gangster, warum haben sie eigentlich keine Maske auf? Was? Hallo? Du bist nicht der Scherzkitzel. Gut, warte ja schon. Die schnapp ich mir noch am Ende. Alter. Ich hoffe, dass du kriegst noch so. Ach so, kriegst du. Hört sich, ich glaub, du wirst das nicht überleben machen. Ich wurde schon geschlang. Schalt es laut. Ich klaff dem gleich an den Nacken. Juck den nicht. Ja, Leitung ist richtig lang. Leute, ihr habt jetzt gesehen, dass sie noch zwei weggebracht haben, ne? Leitung ist richtig lang. Und ja, das Eichhörnchen, der hat sich mühsam. Ja, der weh, ey. Ja, die behalten uns, weil wir hier Party machen. Weil wir die Vollidioten sind. Ja, ist echt so. Wir werden am Ende eh exekutiert. Aber hier gibt's doch immer einen Hintergrund, oder? Sag dir so, wie es ist. Mich werden sie sowieso als letztes gehen lassen, weil ich das größte Druckmittel bin, sozusagen. Was bist du denn? Ich bin Polizist. Hast du keinen Funkgrill dabei? Ich bin Polizist. Welche Funke, wie ich dabei hätte, hätten sie es mir doch abgenommen. Stimmt. Weißt du, was Fischer gesagt hat? Ich bin scheißegal, wer du bist. Hast du ein Dosenteilfone dabei? Ich bin gerade vorne. Hast du ein Dosenteilfone? Wir können ihm was anzünden und Rauchzeichen geben. Oh, eine gute Schrift, du Mann. Also, ich glaub, die nächste, die gehen darf, ist Ellie. Ja, Max. Ach, die tauschen bloß aus. Ah. So ein Ding ist das. Hallöchen. Willkommen zurück. Dass der überhaupt in den Sitz reinpasst. Herr Körn, das... Mich wundert es nicht, dass er dich die ganze Zeit schlagt. Warum? Allein für solche Fragen. Ich wollte einen Slush-Eis voll haben, aber du hattest in die Fresse gehauen. Warte, welche Farbe wolltest du? Grün. Ja, dann hätte ich dich auch geschlagen. Warum? Nee, das kann ich voll nachvollziehen. Grün besser. Nein, Mann. Blau ist einfach das Beste. Und als ich nach die Packung Gummibärchen griff mal ab, hab ich mir die Marsch getrillt. Blau und dann ein bisschen Rot oben drauf. Und dann gib ihm. Ja, ich bin auch immer blau. Aber nicht vom Slush-Eis. Ja, jetzt gerne blau. Oh, Max und ich haben vorhin zwei große Jägermeister weggezogen. Oh, schön. Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ich trinke auch keinen Alkohol. Da war mein Kopf auch ein bisschen rot. Also wenn ihr mir 20 Stunden gebt, kann ich uns Alkohol besogen. Hey, Max, wer? Wer? Willst du immer nach Saftkürz? Nee, wer hat gefragt? Ich habe noch. Aber wir können ihn gerne lassen. Da auswählen Alkohol dann. Das ist so der Knastjuice. Jetzt hab ich Ihnen eine Doku gesagt. Das ist der Knastjuice. Der eine nach Saftkürz und daraus kommt dann Christal, die seltsam Alkohol. Nein, Mann. Du musst nur noch Wein in der Blechschüssel kochen. Ehren. Was? In der Knastwein, Alter. Ey, du steckst dir einfach so einen Kutzen in den Arsch und hast, dass du nicht kontrolliert wirst. Oh, Mann. Was will du dir denn nach vorne? So, ich weiß auf jeden Fall, wenn Drax ins Knast kommt, ist er der Schmuggler. Ist versorgt, der Junge. Der hat alles im Arsch. Drax trinkt nicht mehr. Pass doch, weil dir im Arsch einen Kastenrams noch verkölzt halten. Das war ein Geil. Alter. Nee, weißt du, Drax meint ja gerade, er trinkt mich. Aber Safe trinkt ja so Tampons in Alkohol und schiebt sich die dann rein, oder? Es geht sicherlich viel schneller. Bruder, da muss ich aber, wenn wir nicht in einer Geiselnahme, würde ich jetzt losgehen, ey. Aber ich hab vergessen, dass wir in einer Geiselnahme sind. Wenn wir schon mal hier sind, können wir Geld leihen? Wie soll ich jetzt so viel Geld sein, Mann? Falls wir leben, rauskommen. Sieht aus wie die Vollfahrt? Also, wir haben vorhin aus Spaß 12.000 Dollar ausgegeben. Ich wäre ja nichts zu sagen. Ich schmeiß die Waffen einfach weg. Das ist er ja nicht zu wissen. So macht das. Haben wir nicht. Ist das nicht so schlimm. Sollen wir Mau Mau spielen? Einen fucking hässlichen Bodhi. Boah, hat irgendjemand einen Uno dabei? Nein. Haben wir wenigstens Grund, uns zu boxen nachher? Wenn Max auf einmal alle vier Zehnkarten gedrückt bekommt. Zum Glück sind wir nicht in einem Polen-Kino. Warum? Das wäre interessanter. Da wollte man die Stange jetzt glühen. Dann setz dich aber bitte ganz nach hinten, Alter. Aber ich glaub, das wäre eins, der Boden hat vorhin so eklig geklebt. Oh, Mann, nee. Ich will nicht mehr sitzen. Ja, komm Kurt, du bist doch dran schuld, Alter. Ich bin immer noch bei dem Sport, dann würde mir jetzt die Stange glühen. Ich hab versucht, mich loszureißen. Aber irgendwie ist das doch cool, ne? Da kann man sich wie Spider-Man fühlen. Ejakulat zu sitzen ist schon... Das ist doch kein Ejakulat. Das ist eine Mischung aus Furze und Kotze. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Alter. Stuhl. Die schreien mir doch um. Die Bollen sind heftig sauer und wir sollen zugehen, dass wir gut abhauen, weil wir nicht im Trügel ficken, die haben. Oh. Das ist eine lange Verhandlung. Ich muss Bibi. Und Kaka? Mr. Teufeld. Ja, bitte. Ich muss ohnenschein abdönern. Äh. Ja, ich bin grad alleine, musst du kurz warten. Dann scheiß ich gleich hier in die Ecke. Wir haben einen Filmstar unter uns, ne? Was? Wir haben einen Filmstar. Wen denn? Guck, das ist Taylor Snapp von Harry Potter. Der kann uns gar nicht hier wegzaubern. Der miese Wichser. Freut mich mal. Vielleicht hat er seinen Stock nicht dabei. Ja, komm, dann geben. Okay. Mal kurz eine Verständnisfrage. Wenn der jetzt rauskommt und die holt, soll er dann direkt in die Autos steigen. Du weißt ja, wo, ne? Direkt links. Eigentlich wollte ich nur den Dings. Der kann direkt ins Auto steigen. Ich glaube, das ist ein Männchen-Klo. Ich organisiere mir den Auto eben. Wie organisiert? Ihr habt da was vorgeplant. Ja, natürlich, ich müsst da nur kurz anrufen. Ja, dann hol doch mal jetzt den Ab auf den Handel da. Mein Gott. Nicht mal einen Spiegel in den Saftladen hier. Für die nächste halbe Stunde ist die Toilette nicht zu betreten. Mir ist ein Unfall passiert. Nein, hast du dir in die Hose geschissen? Ich habe den neben gemacht. Och, Mann, Alter. Dann habe ich das an die Wand geschmiert. Ich habe Sorry hingeschrieben. Sorry, Alter. Das ist nicht... Hast du wenigstens Hände gewaschen? Oh. Oh. Ich muss Hände waschen. Ja, komm. Aber warum musst du Hände waschen, Kürtis? Du hast es doch gar nicht gemacht. Du hast doch nur die Pistole im Klo geschmissen. Egal, kann ich schaden. Kann man keine Tasche wegwerfen? Wie soll man denn... Muss man die Tasche wegwerfen? Wie viel liegt die? Wie egal, Alter. Hast du dir jetzt die Hände gewaschen? Oh. Och, Mann. Nein, das war schon mal. Du sollst die scheiß Hände waschen, Mann. Ich habe... Gut. Du hast dir die Hände höchstens in den Haaren abgerüscht. Ja, ich glaube, danach musst du erst mal zum Frühstück... Wollte mal meinen Finger riechen? Oh, Mann. Ich muss dich. Danach brauchst du erst mal eine Dusche, Bruder. Warum das denn? Und einen Haarschnitt. Weil du stinkst. Tu ich gar nicht. Mann, du hast dir scheiße dein Haar geschmiert. Das ist mein Parfum. Das ist mein Parfum. Hast du eine Freundin? Na klar. Das wundert mich. Die ist im Knast. Oh, ja. Ist die taub? Ist die blind? Kann die riechen? Null, die ist dumm. Ja, gut. Gut, das passt auch. Da ist was, da Korra losgegangen. Ich sah so, ich bin jetzt noch mehr raus. Ich bin nur noch wie so eine geistig zurückgebliebene Seerobbe, die in der Ecke rumwackelt. So in den Ereken. Ich glaube, ich ziehe meinen Schuhe aus Bild zu Hause her. Wer? Wer? Ist doch wichtig, dass die auch Spaß haben. Hallo, die Dame. Hallo. Kannst du mir verhalten, warum ich keine mag? Nee, tatsächlich nicht. Hände gewaschen sind, aber nee. Aber es riecht ein bisschen streng. Warum? Weiß ich auch nicht. Aber wer hat denn Dennis Rodman erlaubt, Schuhe auszuschauen? Was geht denn jetzt ab? So, weil er keine Schuhe mehr an hat. Das ist irgendwie sehr streng. Was wollte er? Warum hat er denn keine Schuhe an? Weil die Schuhe zu Hause fühlen. Genau. Ja, los nicht. Lost for words. Lost. Gar kein Bock. Gar kein Bock mehr. Schlaf, guten Morgen. Ja, hat er gar keine Lust mehr. Nee, kann ich verstehen. Oh, Mann. Du hast gerade einfach förmlich Oh, tut mir leid. Dieses, dieses in ihrem Gesicht zu sehen. Hat die Frau sich jetzt weggesetzt und meinen Fußeschlinken? Der hat sich wirklich weggesetzt und meinen Fußeschlinken. Ja, frag dich mal, warum. Der war mal in den Fußeschlinken. Ja, siehst du? Pff. Drax, nein. Pass auf, mit meinen Fußnagel kann ich dich aufschlitzen. Okay, du hast recht. Ach, komm, nur weil ich die mit Tabasco einreibe, immer. Warum, Tabasco? Tabasco scharf, das bekämpft Bakterien. Sieht nach deinem Fußpilz aber nicht so dann aus. Willst du mal küsseln? Äh, nein. Ja, weniger. Das würde ich ganz sehen. Schluck Schnecken, du Schwein. Sind wir jetzt hier doch in Harry Potter gelandet, oder was? Danke. Ja, damit du es noch mal siehst, die sind nicht mehr im Hinterraum. Zeitgleich werden Fahrzeuge hier vorfahren. zu dem, die ich hier reinlass und uns reinlass. Weißt du, was das Problem an der ganzen Sache ist? Weiß nicht. Wir werden uns sicher nicht wieder zurück zum Strand fahren. Genau. Ihr habt ja Probleme. Ja. Ich bin nicht nach Schocken. Ich brauche so ein Stück Kot, Alter. Du bist das Stück Kot. All die Fresse. Wir können durchaus noch aus der Reihe ziehen. Ich habe mal eine Brechstange dabei. Ja. Weiß ich nicht. Ich kann nicht aus. Bitte lass mich hier herren. Ich habe gar keine stinkenden Füße. Komm mal nach Pizzabrötchen. Ich habe die Pizzabrötchen. Er ist meine Kippe. Ich verstehe kein Wort. Was rillen die da? Sie haben dich nicht verletzt. Bamm mit der Buhre. Ja, stimmt. Kaputt geschlagen haben die mich. Wir haben keinen verletzt und das haben wir auch nicht vor. Die haben einen Chokeslam mit mir gemacht. Ich musste dem einen sagen, dass der süß ist. Und? War er es? Der hat eine Maske aufgekommen. Ich habe keine Ahnung. War es die Maske denn süß? Na, die sind doch hässlich. Guck mal. Sag ich gleich. Haben die denn so eine Maske auf? Also, ja. Also, so eine älge Maske. Eine von beiden. Okay. Ich glaube, irgendwer von uns kriegt gleich eine Maske. Oh, ich hoffe, ich. Nein, du warst schon vor, nicht bei Oma. Na, ich sag mal so. Du hast doch schon eine Auge. Du kriegst oder nicht an deinem Gesicht ändern sich ja nicht viel. Ja, bei meinem Steinbeißer-Käfer nicht. Ja, warte. Ja. Danke, danke, danke. Pizze, Pizze, Pizze. Ich habe nicht an der Türe genuckelt. Möchtest du gegen Sie malen? Ja. Möchtest du gegen Sie malen? Ja, warte ich Sie. Hallo. Da. Was? Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das ein Lippenstück ist. Ich glaube, das ist der Bus, der da kommt. sich vorzubereiten. Das heißt, für euch jetzt alle, was jetzt gesagt wird, passiert sofort. Ihr kommt jetzt mit, stellt euch links und rechts verteilt an die Scheibe. Wer sich dumm verteilt, wird abgeknallt. Schnell, komm. Macht der Herr nur dumm. In welches Auto gehe ich? Okay. Officer, das sind vier Fahrzeuge, die jetzt nach und nach vorfahren werden. Vier? Vier, die werden jetzt nach und nach vorfahren. Guck an die Fragen. Wer hat Geburtstag? Ich habe extra nach dir gefragt. Wo waren alle hier? Aber mir geht's gut. Ich habe extra viel versucht, alles für dich. Ey, warte mal, warte mal, bevor hier die da hinten voll komplett durch. Das sind mehr als vier. Ich sehe nicht alle gleich. Häh? Uuuuh. Ich weiß wirklich nicht, warum das mehr als vier sind. Das sind sechs. Fünf. Soll ich nach... Wie viele Autos? Wie sind die, wie können diese Autos sich alle identifizieren, hier zuzugehören? Ja, wir gehören dazu. Welcher gehört nicht dazu? Der ist Hartmache. Wenn die jetzt rausgehen, dann gibt's Lugwundervoß. Schauen wir alle gar nicht zu euch. Warum haben die die gleichen Masken an? Keine Ahnung. Ich habe nichts mitgekriegt. Weltgeburtstag? Ich hatte... Gibt's Kuchen? Nee. Ich glaube, das ist gerade echt nicht eine schlechte Home. Sind jetzt alle Menschen hier vorne im Bereich des Kinos? Sind wir alle raus, oder was? Nee, wir sind ein Stimmblern. Alle, auch die von uns, von den anderen, alle. Sind wir gleich durch? Ich will nach Hause. Wer denn zu mir kommen, muss herkommen. Hallo? Hörst du mich da drin? Antworte. Hallo? Wer denn? Wat? Du. Ich? Der weiß nicht. Keiner bin nervös. Alles wird gut aus. Ich auch. Kette, es ist alles gut. Äh, Teufel! Teufel. Oh, der meint mich, oder? Nein. Also, dann spann dich mal kurz. Ich habe eine Bitte, bevor das hier eskaliert. Kurz warten, junger Mann. Oh, er hat mich jung genannt, das bin ich aber... Hoffentlich ist die Strandpaltin, oder? Alter. Du fängst dir gleich eine von mir, ne? Ja. Entschuldigung. Monki, geh dich hier so hin. Monki, geh dich hier so hin. Monki, geh dich auch, ja. Genau, Monki, beruhig dich. Ey. Sag das nicht, ich. Hörst, es reicht ja. Okay. Ich habe keine Nerven gerade, ey. Ich bin nervös, ich habe Angst, man. Hörst, es sch... Sonst kriege ich... Denk an Kugummi, so Katzenbabys. Das ist auch toll, Alter, ey. Die bin ich. Hörst, es? Ja. Ich habe nichts gesagt. Ist das nicht Tatsan? Was Tatsan an meiner Kugum? Nein, ich habe schon gefragt, dass es nicht Tatsan ist. Aber ich kann Tatsan sein, mit euch. Finger weg, das ist meine. So, hallo. Ja, was will ich dir? Pass auf. Du hast deine Leute hier. Ich weiß, die können auch mit den Waffen auf die ganzen Zielen, können auch schießen. Ihr könnt auch schießen oder sonst was. Aber ich sehe da drin einfach keinen Überblick. Könnt ihr, wenn ihr rausgeht in den Autos, die Geiseln einfach langsam rauskommen lassen, dass die sich hier rechts an der Wand aufstellen können? Ich meine, für euch sogar noch im Vorteil, wenn ihr könnt immer noch auf die schießen und dadurch sind meine Hände noch mehr gefesselt. Nur ich weiß halt, dass auch wirklich alle zehn da sind. Pass auf, die Geiseln werden uns nach und nach in die Autos bringen und werden immer, wenn sie am Auto mit uns ankommen, dann nach links zur Wand gehen. Einverstanden? Ja. Ja. Links von dir oder von mir? Von mir. Von dir rechts. Wo du gehst. Ja, perfekt. Ich muss nur zehn. Eins bis zehn. Das habe ich hingekriegt. Ja, nach dem Kreide holen. Jeweils immer zwei Geiseln, zwei von uns. Wer ist mit mir im roten Auto? Ich. Du? Ja. Du fährst hier neben mir, ne? Ja. Wir beide gehen jetzt als erstes mit zwei Geiseln raus. Und das macht ihr hier so weiter und so weiter, bis ihr in den Autos alle sitzt. Und das muss jetzt aber schnell hintereinander weggehen. Das heißt, jetzt werden die Dame mit den lilanen Haaren und der Typ mit den grünen Haaren rausgehen. Jetzt. Und werden nachher nichts weggehen, wenn wir im Autos stehen. Okay. Tschüss. An der Wanda. Nur ne, 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 ne. Oder komm, geh die rechts für den Brillenstand. Ja, ja. Und bleib da stehen, damit es einfach nicht schlimm wird. Wieso melden hinlaufen? Nur zwei Körpers. Du kommst gleich noch am Partner. Äh, an die linke Wanda. Der Brillenstand. Sagt ihr, Fischer, wahrscheinlich gleich. Ne, die sind doch ins Auto gegangen. Ja, aber die geil sind. Ja, nicht, dass er durchgeht. Pass auf, sie gehen mal da an der Plakate. An der Wand nochmal. Nicht, dass ihm, äh, der gleich sauer wird da. Ja, genau. Was machst du da? Ja. Ja. Ja, das wird, äh, ja. Ich hab letztendlich keine Ahnung, was ich machen soll. Wir haben übrigens fünf Millionen Aufrufe geknackt gerade. Hey, ich ruf dich gleich an, warte. Als nächstes geht ein Teufel und ein Alien, okay? Ja, dann muss ich wieder den anrufen und den und, ja. Ähm. Ja, ich komm bei dir in ein Auto rein. Kommt mal ein Alienkopf mit und zwei Geisel. Alien mit Cappy da hinten. Geh mit. Du mit dem Weißen gehst mit. So, dann ihr beide hier vorne. Bandeln. Auf der rechten Seite sind noch einige, ne? Ja, ja. Ja, zur Wand, zu den anderen. Wo müssen die Geisel hin? Bis jetzt gleich. Okay. Äh, so viel zu dem Plan. Ja. Wenn hier die beiden gleich gehen. Ja. Rote zwei von den Geisel sind drüben rüber. Alles klar. Okay. Wer geht raus von uns? Könnte ich schon mal hinter der, hinter der, wieder ein Teufel und die Hose. Okay. Und in dem, mit dem, könnt ihr drinnen bitte weitermachen, schnell, schnell, zwei Geisel, zwei Leute. Rechts, die beiden Wüppeln. Gelbe Hose, weißes T-shirt, an der Wand. Wuhuu. Wuhuu! Mit der pinken Erlier und der Hose auch. Was macht der Typ mit der Maske da? Was macht der mit der Maske da? Den solltest du dich gleich mal kümmern, Manki. Das tut mir jetzt nicht so gut. Hörtest du dich, kümmere ich mich gleich. Und das mit dem Typen jetzt der da reingeht, hat er noch mal Bock auf ne Nacht? Steige den Rappler, Alter. Herr Verhandlungsführer! Ich sag nicht Schüss, ich sag auf Wiedersehen. So, für alle einmal zur Information, wir werden uns einmal gemeinsam hier sammeln. Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lid, ich werde jetzt einmal kurze Personalkontrolle zur Taschenkontrolle machen. Alle einmal bitte in der Reihe aufstellen. Nein, wir werden einen nach den anderen dran nehmen. Sie können mich... Sie müssen nicht hier anfangen, wieder irgendwie Angst zu haben. Warum? Wunderschöne Gitarre. Sie waren das doch letztes Mal bei der Schießerei in den Bergen, die haben wir doch gleich erkannt. Was für eine Schießerei? Hör auf mich an zu schreien. Ich hab schon genug Stress heute. Ja. Alles gut, Curtis. Komm. Alter Taterkreis. So. Geh mal zur Wand und mach mal Arme hoch. Ja, dann schlag mich auch wild ruhig. So geil. Ich schlag dich nicht, ich durchsuch dich. Ab und zu haben wir auch mal ein paar intelligente Geiselnehmer, die dann euch als Postboden benutzen. Was heißt das? Die geben die Ware, die wir denen gegeben haben, euch und schmuggeln sie damit raus, erst wenn wir die festnehmen. Ach so. Okay. Na? Soll ich mich bücken, no? So? Nein, nicht bücken. Bücken mal, können sie sich erst, wenn sie im Knast landen. Bücken sie sich gerne. Aber ich kann doch was verstecken. Curtis, du hast nichts versteckt. Ich bin aber foldert heute. Ja, aber ich glaube nicht, dass die eine SMG im Arsch verstecken. Wer weiß, ich bin schon eine Prinzessin. Was sind sie? Schon okay. Was sind sie? Schon okay. Nee, mir hat das nicht verstanden. Du bist eine Prinzessin? Nein. Ach, jetzt haben wir wieder Prinzessin oder was? Ja. Schrei mich nicht an, du alter Wixer. Hallo. Du hörst den gar nicht an. Sonst schreit da wieder irgendeine Wixer. Ich wurde heute Abend schon viermal verkloppt. Mann. Ja du. Das ist nur ein Reißverschluss. Ach so, ach so, ich dachte, wenn Knöpfe. Okay. Ende runter. Kann ich mich hinsetzen? Nein, Ausweis hätte ich gerne nochmal. Herr Kusch. Ja guck mal ne Tasche, ob ich den bei hab. Den hab ich doch nicht gesehen. Guck mal in meine Po-Tasche. Ich guck jetzt nicht in Ihren Po. Mein Arm tut weh, ich wurde kaputt geschlagen. Stehen Sie ja drauf, wenn man Sie anfasst? Nee, aber ich komm noch nicht dran. Halt es. Hast du gefunden? Ja, da ist was. Nass geschwitzt. Warte mal. Was ist das? Gutes Kusch, ja. Ja. Herr Kusch, die haben Verwandtschaft, ja? Die war heute bei uns im Gefängnis. Ja. Weißt du, wie viele Cousins und so ich hab? Haben sie zu viele Cousins? Mhm. Okay. Unsere Familie ins Kaninchen schlagen. Wenn wir mal nicht glauben, wie so eine Geisel sein können und eine Pistole bei sich tragen, Ich hab keine Pistole. Okay. Die setzen sich noch einmal hier hin, bis wir hier fertig mit der Maßnahme sind und danach können sie wieder gehen. Ich glaub, man hat sich auch seine Tasche durchkontrollieren. Ja? Ja. Ja. Fische Fisch. Frische Fisch. Was frische Fisch? Ja, sie heißen noch so. Äh, weh. Fische Fisch. Fische Fisch. Fische Fisch. Fische. Fische. Ja, perfekt. Dann schau ich mal. Ach. Ach. Mal klärchen. Bleiben Sie mal kurz hier. Wolltest du noch... Jetzt sag nicht irgendeiner von denen hat eine Knarre bei Idioten, alter. Ach, junge Dame. Ähm. Sollte ihr auch nicht dran gedacht. Dann würde ich die Namen über die Handschuhe anlegen, hä? Sie haben nämlich den Schlüssel und eine Pistole. Für das Fahrzeug, was gerade als Flugfahrzeug gelöst worden ist. Würde ich sie jetzt dementsprechend einmal festnehmen und wir werden gleich immer alles weiter erklären. Perfekt. Herr Kusch, haben Sie noch mal eine Telefonnummer, wo man sie auf Rückfragen erreichen kann? Ja. Meine Handynummer? Gut. Ihre Handynummer? Ja, aber ich kenne die nicht aus, weil nicht. Aber Sie haben noch ein Handy dabei gehabt. Nee, die haben mir das weggenommen. Sie haben kein Handy dabei? M-mh. Oh, dann habe ich mich verguckt. Guck. Dann war das irgendwas anderes. Nee, ich glaube Ihnen schon. Alles gut. Los, guck. Komm schon, Opa. Nee, komm, mach dich jetzt vom Acker. Ich brauch sowas nicht. Komm. Wenn du dich irgendwo verfummeln willst, brauchst du Ärztliche Medizin? Irgendwas? Ich habe mir einen Verband angelegt und Kültepack am Kopf. Kommst du hier weg? Ähm, können die mich mitnehmen? Was? Kann ich mit dem Tüterwagen fahren? Mit dem, mit dem, mit dem was für dem Wagen? Tüterwagen. Mit Tütenwagen? Tüterwagen. Man stellt den Hörgeldlaut ein. Ich hör doch zu! Nur wenn du redest, als wenn du zwanzig bleibst. Jetzt geh! Was habe ich im Mund? Eine Zunge! Die gestochen wurde von einer und ist nur nur gleich allergische Reaktion! I don't know! Weißt du was, alte zarte Geist, wenn du Schandschecks geschampft in der Hose? Blöde Perner! Wird kaputt geschlagen! Ich kenne dein Leben und du beschuldigst, beleidigst mich! Genau! Nein, tut mir leid, der Fischefisch! Ich... Ich... Kommen Sie her! Nee! Komm her! Was? Komm her! Der Herr in der gelben Hose! Man hört sich überall! Bitte ein bisschen leiser! Alter, mach dein Auge zu! Mein Auge, ja, natürlich! Was denn? Dankeschön fürs... mein Leben ragen! Hier, mein Sohn mag das gerne! Nein! Warte! Ich habe nur einen Zaubertrick! Willst du um meinen Finger riechen? Nee! Auch mit deinem Finger! Ich will gar nicht wissen, wo du den hattest! Ich muss zum Kran genommen! Gott, ey, meine ganze Westel stinkt jetzt danach! Dann geh dich mal duschen, Herr Pfisch, Pfisch! Pfff! He, he, he... He, he, he... Pfff! Pff! Die Möglichkeit, du steigst jetzt aus und rennst um dein Leben oder wir nehmen dich direkt mit. Okay. Ich wollte nur tun, der Lichter an. Oh mein Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab so viel Glück mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter. Ja, so, die hat wohl verkackt. Jetzt muss ich bis nach Hause latschen, Alter. Kein Handy, nix. Das war beinahe Karma, ne? Lass nicht auch dein Auto auf. Sollte, die ist ripped, weil die eine Fahrzeugschlüsse von einem Fahrzeug hat, der die abgeholt hat. Und die hatte eine Knarre bei. Die hat die Knarre halt nicht weggeschmissen. Juggulas sind nur für die kriminelle Seite verbunden, ja. Ich glaub sogar, dass die Jungs grad extra Revolta einkaufen mussten dafür. Ja, stimmt, Gangster Gangster. Ja, ja, die könnten eigentlich sagen, ne? Die Knarre ist leer oder so, aber... Ne, ne. Da kannst du dich, glaub ich, nicht mehr rausreden. Die wissen auch, dass ich da mit zu tun hatte. So, aber die können halt nichts nachweisen. Aber ich find das extrem gut, dass das diesmal mal funktioniert hat. Auch, dass die die ziehen lassen haben. Ich glaub nicht, dass die jetzt verfolgt werden. Ja, Dritzy, ich war doch mit einem Crack am Telefon, Alter. Du bist ja gefahren wie ein junger Gott, hab ich gehört. Ich hoffe, da gewinnt ein kleines Klippchen. Ja, Dark Flame hast du recht. Würde mich jetzt so nicht wundern, wenn da eine gewisse Mafia jetzt so um die Ecke kommt und mich einpackt. Au. Äh, ich glaub schon, dass die jetzt SMGs bekommen haben. Oder ein SMG mit Funkgeräte. Ich glaub schon. Man darf Jogulas als Krimineller besitzen, aber nicht für kriminelle Zwecke anwenden. Ja. Benutzen. Ich glaub auch nicht. Selbst wenn, ist mir das egal, Alter. Wenn mich jetzt einer einpackt, hab ich Schwächeanfall. Ich bin so todmüde. Ja, ich hoffe auch, dass die Cops jetzt so gefeiert haben. Die Geiseln hatten ja auch Spaß, weil ich Quatsch gemacht hab. Trotz, man, ihr habt doch richtig viele Cop-Camp zum Crashen gebracht, ne? Dass die sich überschlagen haben und so. Davon gibt's auch Clips. Ich gönne den Cops, dass die uns bekommen haben. Ja, Mann, Lucky. Heute war ein richtig geiler Tag. Zu dem Schwachsinn von gestern, Alter. Ich bin bewusstlos und telefonier weiter. Gar kein Bock auf dieses Gehen, Gehen, Rumgelutsche wegen der Nummer, Alter. Kriegampfang. So dumm, Alter. Aber egal. Jetzt mal gucken, da Clipser. Da hat bestimmt einer geklippt. Das war in der Eastside. Da war eine Bullenkarre gegen die Wand gebrettert, Alter. Da standen sechs, sieben Cops. Und eine komplett überschlagen, Alter. Gehen sie mal schlafen, Alter. Loco, dankeschön für den giftig Zapp und Rätts, Mann. Crunch, schlaf gut und viel Spaß auf der Arbeit. Bei dir in der Disco, ne? So bei Twitch? Oder warte halt. Oder vielleicht ist jemand so nett im Stream, die halt rauszusuchen. Bei Thai sieht man, wie die sich überschlagen. Ähre, Loco. Dratts, Mann kann ich nicht subben, weil sein Twitch-Priming nicht mehr funktioniert. Oder der lügt. Ging was denn in der Pömmelkiss heute, Bruder, Alter? Hast du was mitbekommen, Dexter? Wir hatten gerade die übelste Geiselnäume. Und vorher waren wir noch am Playboy anwesend und haben da den ein oder anderen vielleicht mal eine Message hinterlassen. Mike, dankeschön für den Pramser beim 15. Das stimmt. DOJ war nicht so cool wie heute. Aber DOJ war auch in Ordnung. Nur hat der Verhandlungspartner halt... Aber ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Ist alles cool. Solange alles Spaß macht, ist alles cool. Man hört den Michael-Jackson-Sound zu selten. Der Michael-Jackson-Sound kommt bei einem normalen Sub. Aber die meisten Leute subben halt mit Prime. Boah, perfekt, dass ihr die Ausfahrt abgesperrt habt beim Playboy... Hä, Bruder, natürlich. Hallo, ich mein, ne? Au. Deshalb bei der Telefonkette. Wir wussten, dass die rausfahren wollten. Bei der Verfolgung nicht einen Schuss gefallen. Ja, hab ich mich auch gewundert, Lucky. Aber auch richtig gut. Ist jetzt Schlusskett. Ich weiß nicht, wer am Park chillt, Alter. Das sehen wir jetzt gleich. Ich hab kein Handy, ich hab genix. Guckelo. Ich will ja nichts sagen, aber du bist gefickt. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Bruder, why are you saying so was, Alter? Das ist mir vollkommen egal, ob ich im Knast jetzt dafür lande. So wegen dem App hier heute. Und ob die das wissen und kombinieren und bla bla bla. Soll ich dir mal ehrlich sagen, wie viele Leute hier Kusch mit Nachnamen heißen? Auf dem Server? Das sind bestimmt 20 oder 30 Leute. Selbst wenn ich im Knast lande, ist mir das vollkommen egal. Das ist alles Erfahrung. Ja, ja, klar. Das ist heute wird nicht im Park chill. Blacksium. Dankeschön für den Primes Hub. 23 oder 30 davon sind 15 irgendwelche Dudes. Ja, ja. Der Kopf bei mir an der Zelle hat sich auch schlapp gelacht, als der gesehen hat, wie viele Leute mit dem Namen Kusch da eingetragen sind. Ja, muss halt jeder für sich selber wissen, ob er seinen Charakter so nennt, ne? Ich meine, ich habe jetzt kein Anrecht drauf, aber es ist halt bekannt, so. Ja, ja, da bin ich. Ja, da bin ich. Aber mir ist doch egal, ob es ihn an der Kusch nennt. Puh. Puh. Sanchel, danke schon für den Primes Hub im zweiten Monat. Und Wookie, danke für den Prime im vierzehnten. Und wenn ich irgendjemanden vergessen haben sollte, tut mir leid. Da fehlt die Kreativität bei den Leuten, finde ich auch. Doch, welche auf FiveFamily ist Curtis Kusch nennen? Bruder, ich habe schon überall den Namen gelesen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich der Erfinder davon bin. Weil es gibt auf Twitter zum Beispiel einen Account, der heißt Curtis Kusch und der ist schon älter, als ich überhaupt den Namen hatte, weißt du? Irgendjemand hat den mal irgendwo auch benutzt. Von daher ist alles gut, ist alles egal. Ich bin 30, Bruder. Lauf, kleiner Lille-Pips, lauf. Find die Clips nicht, dann hat das noch keiner geklippt. Musst du im VOD gucken. Mein Satz war darauf bezogen, dass Tai den Char süß findet, was im Apple los ist. Ach so, Bruder, mach dir keine Sorgen. Du kannst dir im Prinzip reinschreiben, was du willst. Solange das nicht so RP-Polizei ist, ne? Von wegen, ja, dein Gegenüber, der gerade im RP ist, macht voll scheiß RP. Oder du machst voll kack RP. Oh, da sind ja noch welche. Ist alles gut. Ich bin frei. Ich bin frei. Ist mensch. Die haben mich gehen lassen. Aua. Zolti ist gebumst. Was? Zolti ist gebumst. Was? Zolti hat Pistole nur in der Tasche gehabt. Und einen Schlüssel von einem Auto, womit ihr kamt. Boah. Ja, das war natürlich. Ja. Jut. Also der Davis hat seine Pistole mir zugesteckt. Ich sag doch den Leuten immer, warum habt ihr immer eure Kennzeichen auf dem Schlüssel? Ja, aber das hätte halt vorher nicht überlegt werden sollen, dass die die Schlüssel alle nicht dabei hat. Ich hab sogar mein Handy abgegeben. Als sollen jemanden von uns. Warte, wirst du mir jetzt sagen. Hä? Aber verstehe ich nicht. Und meine... Die sind mit einem Auto mit Kennzeichen vorgefahren. Ne? Sag ich mal, zwei, drei Autos wurden uns von Leuten abgeholt. Und Zolti hatte von einem von den Autos einen Schlüssel in der Tasche. Und somit haben die eins und eins zusammengezählt. Und gesagt, die wären dabei. Und die hatte ohne Pistole bei der Pistole, haben wir gesagt. Als Geisel. Ja, das ist halt... Ja, die hätte sie wegschmeißen müssen. Zolti habt ihr als Geisel genommen? Mhm. Und der Mr. Fisch hat mir gesagt, dass jemand Verwandtes von mir im Gefängnis war. Weil dann hab ich zu ihm gesagt, ja, ich hab so viele Cousins. Keine Ahnung. Die ist aber auch wieder selber schuld gewesen, ne? Ja, vom FIB waren aber auch zwei Typen hier. Die haben nach Mila und Curtis gefragt. Erstmal hat die Waffen halt da nicht weggeworfen dann, ne? Ich hab die im Klo reingeworfen. Und zweitens haben wir gesagt, die soll sich links an die Türe dran stellen. Und wenn wir das sagen, soll die loslaufen. Und die holen die rüber zu der anderen Türe und die läuft einfach raus. Ja, vielleicht ist sie müde, ne? Vielleicht kam die mit Stress also nicht klar. Ja, auch wenn sie müde ist. Hätte trotzdem gefällt. Jetzt ist sie richtig gefickt, Alter. Curtis, komm mal kurz, ich geb dir dein Handy. Du hast mir gegeben. Hab ich dir das gegeben? Ja, ja. Schnell, schnell, schnell. Der hat gesagt, es ist wichtig. Danke. Was ist wichtig? Ich hab nicht gehört. Alle Autos, die hier stehen, müssen jetzt sauber sein. Die müssen sauber sein. Hier werden safe. Werden die Leute kommen. Ja, pass auf, weißt du, was die auch machen werden? Wenn die meine Fahrzeugscheine gucken, dann müssen wir die Autos auch noch vorzeigen. Ich hab keine Fahrzeugscheine. Weißt du, was das Problem ist? Als die an einem 811er waren, ne? Haben die ihr Handy rausgeholt. Das kann sein, dass die Fahrzeugnummer sich aufgeschrieben haben und durchgeguckt haben, wem der Bremse die Fahrzeug hat, ja. Aber da war kein Kennzeichen. Aber da war kein Kennzeichen. Kann ich was fragen? Was denn? Haben die jetzt was bekommen? Ja. Und wer hat das? Bier. Ja, Gott sei Dank. Versteckt das. Was haben die bekommen? Ich hab's versteckt. Was haben die bekommen? Weißt du was? Eigentlich kann er die Jazz nehmen. Was denn? Ich vertraue Jazz nicht. Wow. Spaß. Hast du noch eine Karre, die auf dich angemeldet ist? Ja, ja, hab ich. Können wir da was reintun? Äh, ja. Kannst du die wegpacken und die wieder rausholen? Ja, kann ich machen. Hast du eine große Karre? Na, ich hab halt so ein Rusty. Was habt ihr denn bekommen und was machen wir jetzt in Zorty? Das steht auch hinten. Ja, mit Zorty kann er nichts machen. Und was habt ihr bekommen? Der darf nicht hinten stehen. Ja, dann muss ich den noch woanders hinfahren. Keine Ahnung, wo das sind. Der parkt in deinem Parkhaus. Was habt ihr bekommen? Der macht das jetzt eben. Oder wer? Pumpe und SMG. Ja, warte doch mal kurz. Lass dir das doch mal kurz klären. Wir müssen alles noch aus der Verwahrstelle von den Fahrzeugbriefen, die du hast, wo da irgendwelches Scheißzeug ist. Das muss alles weg. Jazz? Ja? Kannst du mal links gucken, ruckeln und knackern? Ja, mach mal. Ich wurde mich verkloppt. Jungs, was habt ihr denn nun rausgekommen? SMG und Funkgeräte. Eine SMG und vier Funkgeräte. Aber ich habe keine Emotionen gesehen. Ja, ernsthaft. Hast du gehört? Ich bin schon Muni. Muni ist doch egal. Brauchen wir doch nicht. Das geht sich einfach nur für den größeren Job. Okay, also dann räumen wir morgen früh auf. F ist salty in den Chat. Aber jetzt schon mal machst du das mit Jazz. Damit das schon mal safe safe ist. Das ist wieder in der Garage. Das ist wieder in der Garage. Ja, das kannst du doch rausholen. Gut. Jazz muss doch sowieso mit meinem Auto hin. Dretzmann hat mich auch angerufen, ne? Ja. Ja, jetzt wird er drin waren. Die waren auf jeden Fall wild auf freiem Fuß. Also ich glaube nicht, dass die sehr stark bestraft wurden. Ich stehe da auch hier, ne? Hm? Da kriegst du auch hier. Ach, Quack, genau. Was haben wir da bekommen? Wie geht's? Milda? Ich bin mal wieder straffrei davon gekommen. Und Milda? Milda ist auch straffrei davon gekommen. JFK hat für eine Maske 450 Dollar gezahlt. Und Dretzmann 14 Riesen, weil er in einer Stadt rumgeheizt ist. Ach, da lacht er ja drüber. Ja, ja, der hat gesagt. Der ist ja Multitrillionär. Außerdem hat er langen Schuhe. Ich hab Schmerzen. Wer haltet mich von euch Wichser mich verkloppt? Keine Ahnung. Derjenige, der mich verkloppt hat. Der hat so hart zugeschlagen, ne? Der hat mich direkt in den Schuhen. Ich hab Schmerzen. Ich muss das aber so machen, dann ist das wenigstens gut rübergekommen. Und ich hab nicht am Handy gespielt. Echt? Ich hab dich aber einmal, glaub ich, mit dem Hände umfohlen gesehen. Ich hab den Gürtep festgezogen, weil die Hosehunde gut schafft. Ich fahr mal kurz den Komodo noch in den... Der hat aber als Handy gesehen, deswegen... Ich fahr mal den Komodo noch ins Parkhaus. Ich fahr mal den Komodo noch in den Parkhaus. Ey, Garnt, füll die Familie. Ja. Für den nächsten Job. Du blöder Penner. Nächstes Mal lach mich nicht aus und sag, ich verbring die Nacht hinter Gittern. Hey. Aber Trotzmann ist gut gefahren, ne? Alter, der ist wie ein junger Gott gefahren. Ich fahr nie wieder bei jemand anders mit, wenn der dabei ist. Und wenn ich mich dafür prügeln muss. Küsst dann, du. Mach ich auch. Ich hab nur noch die Polizei geärgert, ne? Ich hab nur den Mr. Fisch im Arm genommen, mich bedankt. Dann bin ich Polizei heute reingestiegen, hab Tüterlicht angemacht. Ich wollte ein bisschen ablenken, damit ihr euch nicht verfolgen. Konntet ihr einfach wegfallen? Äh, Frank hatte ganz viele Kostabarsch gehabt, ne? Äh, Helikopter über dem Parkhaus. Ja, ja. Wir waren im Torus drin und wir hatten zwei Bullen hinter uns und ein Helik. Und wie habt ihr die abgehangen? Ähm, naja. Wir hatten tatkräftige Unterstützung von dem Mann rechts neben mir, der mal kurz und Geleitschutz gebeten hat und auf vielleicht das ein oder andere Fahrzeug geschossen hat. Können wir mal nicht direkt hier stehen? Okay, okay. Das nachher da hinten kommen wir zu. Ey, ist doch gar kein Problem, weil ich bin schon Sonntag High School Security, ne? Ja, na klar. Unfassbar guter Tag heute. In Corporation with Fillmore. Ich hoffe, dass alle anderen auch Spaß hatten, Alter. Nee, wir gehen alle woanders zu sprechen, Alter. Keine verkackte Ballerei. Einfach nur pures AP. Oh, war ja vorhin schon, wo sie hier vorbeigekommen sind. Waren wir auch zu fünft. Real shit, man. Zufälligerweise sind wir jetzt auch dahinter. War so gut. Die haben auch nach Mila gefragt. Da habe ich denen gesagt, die schläft schon. Und dann haben die gefragt, ob wir Curtis vermissten. Soll ich einen Polizian mal anrufen und fragen, ob die Aussage brauchen? Boah, warte mal, die reden gerade dazwischen. Soll ich Polizei mal anrufen? Deswegen willst du anrufen? Ob die Aussage brauchen? Ich habe nämlich jemanden durch die Maske gekannt. Am Geruch. Und eine Tartowierungen. Ja, würde ich auf jeden Fall anrufen und durchgeben, ne? Ach, Tony. Boah, ich werde so platt sein morgen, Alter. Wie gesagt, morgen kann es sein, dass ich halbe Stunde später komme. Wer geht schlafen? Hallo? Hallo? Wer geht schlafen? Der im blauen. Ich glaube, Cyrus. Ich bin. Cyrus. Gute Nacht. Sehr gute Nacht, ne? Wir sollen uns unter dem Verdeck stellen. Ja, ja, ja. Wir kommen, wir kommen. Haze, komm her. Du, Haze. Ich habe gesehen, hast du gesehen, Ritzi. Ja, morgen wieder zu den Sopranos. Wenn die da sind. Vielleicht kommen die aber auch zu uns. Ich glaube nicht, vielleicht kommen die auch gleich mit dem Wohlen zu uns. Kann ich mir auch vorstellen, so schnell wie da war, Leute. Sind alle von uns eigentlich weggekommen? Was, bei den Sopranos? Nee, jetzt hier gerade eben. Ja, sollten alle weg sein. Nur sollten nicht. Ja, außer sollten. Aber wer waren alles drin? Johnny? Polizei, Polizei. Keine Ahnung. Polizei. Memo war drin, Memo hatte ich. Polizei. Polizei. Ja, kann gut sein, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich habe ein Old Dress. Ja, jetzt habe ich Zeit. Okay. An der linken Schulter, so, die so hängt und im Nacken. Aber ich wurde nur geschlagen, ne? Nicht geschossen. Ja, das ist alles so ein bisschen blau. Da sind ganz viele blaue Flecken. Ich hätte mal das Verprellung. Ich möchte da mal ein bisschen Salve drauf. Heparin, das sorgt dafür, dass die Schmerzen weggehen und eben, dass die blauen Flecken nicht so schlimm werden und so. Oh, Vorsicht, ein bisschen kalt. Pah! Was war denn? Pah! Du hast nicht in die Hose gemacht, ne? Nein, das ist die Tube. Die ist schon fast leer. Ach so. Schwein. Steril, Schwein. So, dann macht ihr noch eine kleine Vantage rum. Sehr elastisch, dann bist du auch nicht in der Bewegung so eingeschränkt. Oh, dann sollte sich das in den nächsten... Willst du morgen bitte besser? Ja, ja. Morgen müsste es besser sein und ich schätze mal in zwei Tagen ist das so weit gegessen. So. Wie sitzt der Verband? Ist das so zu eng oder so? Ja, das ist gut. Alles klar. Die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wie dort ist das? D-d-drei. Dann kriegst du von mir kein Schmerz übernommen. Gut. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Gut, aber Memo. Ah, Bruder. Ich war auf Klo im Kino, ne? Ja. Riecht mal an meinen Finger. Bah! War das jetzt dreimal schlimmer als... Riecht nach toten Huhnchen. Nee! Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut. Keiner von uns wusste ja, wann das alles bei euch fertig ist. Ey, ihr wisst doch, dass ich immer gehen gelassen werde ohne Strafe. Ja, aber du hast da locker eine Stunde gebraucht. Du hättest ja von draußen noch helfen können. Oh mein Gott. Der Deck hat nix gesagt. Das war, glaube ich, das Auto von denen, ne? Ja, Moment. Ich hab keine Knarre. Ich brauche ne Knarre. Warte, schick dich alleine. Ich hab immer genug dabei. Ich hab auch 50 Stück dabei. Ich hab grad noch zwei Leute rausgekommen. Hast du gefallen? Mh, nein. Doch. Warte, warte, warte. Hier, ich hab zwei gegeben. Ich hab zwei gegeben. Ich hab zwei gegeben. Aber gut, doch nicht. Das wär's jetzt gewesen. Wie viele hast du mal? Drei jetzt. Aber ich kann ja in der Video gehen. Ja, alles gut gefallen. Ja, das waren halt nicht mal 20 Bullen da, ne? Vor dem Kino. Fanny, kommst du mal gucken. Ja, das verstehe ich auch. Aber das ist jetzt natürlich abgefuckt für Soldi, ne? Ja, aber so ein bisschen mit Waffe wegschmeißen muss man doch. Ja, das verstehe ich auch nicht so. Das mit den Autoschlüsseln ist eine Sache, okay. Aber die Waffe hätte die auf jeden Fall wegschmeißen müssen, so. Ja, wegschmeißen oder irgendeinem Zustecken beim Rausgehen oder einer anderen Geise zustecken, so. Einen von uns wurden sogar zwei von, er hat gesagt, von Davis zugesteckt. Der ja hier, der hat's mir in die Tasche gesteckt, der ist. Kurz vorm Rausrennen. Der ist auch nicht auf den Kopf drauf gefallen. Aber der Hess vom Kies, glaube ich, schon. Ja, die haben ja auch zu, wann der Parkhaus da, äh, in den Schlamotten schlammert. Aber allein auch bei den Schlüsseln war halt so dumm. Wo ich Herpes bekommen hab, ne? War beim Call, wo auf einmal meinten, äh, Dings, kommt, äh, alle vor, Dings gefahren, Tattoo-Laden. Wir fahren auch dahin. Danach auf einmal sagten wir, schon mal am Telefon, nein, nein, du, nicht, fahr, fahr, fahr. Ja, du. Pff, das war halt mega lustig. Es waren vier Autos angekündigt und auf einmal waren wir mit fünf da. Ja, keine Ahnung, warum, ach, ja, 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 ja. Also, das war hier. Dann waren die zu viert vorm Tattoo-Laden und dann, warum sagt man uns denn noch, wir sollen auch kommen? Das check ich halt nicht. Ja, gut. Ich weiß nicht, was der Jamal, ne? Einen Camp zwischen mir, was die. Wo ist der Jamal überhaupt? Ja, ich bin schon weggegangen. Ja, gut, aber, ne, vielleicht meinte er auch nicht euch, sondern nur, dass wir hinfahren. Nein, 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 er hat extra zu mir gesagt, er hat mich ja extra angerufen dafür. Ja, gut, aber er wusste ja auch nicht, dass wir die Fahrzeuge anmelden, ne? Ja, gut. Ja, dass die wissen, dass wir nur mit vier, vier, mit vier kommen. Achso, ja, dort weiß ich nicht, ob der da war. Panzer, 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 Panzer holt du. Wer war's? Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Ey, erschreckt mich doch nicht so, Curtis. Nee, da ist ein Panzer. Ich will doch nur schlafen, bitte, Alter. Bitte. Kann man da noch 5-0 schreien? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin. Ich gehe da hoch. Aber mein Arm tut mir Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich schieb dich mit meinem Kopf. Geh hoch. Kommt jemand? Hey, halt auf mir, ziemlich mito. Oh. Komm bitte auf, John. Oh, oh. 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 Waldemeister, Waldemeister, Waldemeister. Wo bist du, wo bist du? Wir sind hier oben auf so einem Dach. Auf dem Dach? Und wo? Ja, wenn die mit Helikopter kommen, dann bringt euch das Dach auch nichts. Bei der Verwaltstelle, bei der Panzer. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich hab den gesehen. Da kommt ein blaues Auto. Ich komm nicht abholen mit dem Buggy, dann kannst du wenigstens einsteigen, weil du kannst zwar nicht so schnell rennen. Nein, für die Familie. Achu. Ja, aber... Achu. Das bringt dir auch nichts. Bist du sicher, dass du nicht bei mir einschleifst? Vielleicht war der gar nicht. Vielleicht war der gar nicht wegen uns da. Ja, das kann sein, aber sicher ist sicher. Was soll ich machen? Auf welchem Dach bist du jetzt? Ich glaube, du bist gerade in uns vorbeigefahren. Ich stehe hier mitten auf der Kreuzung. Der hat gerade aus. Bist du auf dem... Der hat zu erurgeln. Guck links hoch. Ach, da. Okay, okay, okay. Willst du da oben bleiben? Ja. Okay, dann bleib da oben. Fahr mal da vorbei. Guck mal, was der Panzer macht. Ich fahr, ich fahr. Guck mal, wie romantisch, Bruder. Jetzt kommt schon ein Panzer hergefallen. Ja, der schaut die ganze Zeit da. Der steht hier, aber der unterhält sich mit dem... Das ist ein Drafter, glaube ich. Hey, little pips. Ja, Memo. Geil. Was denn? Ja. Bo, voll schön, ne? Ja. Machst du allein für die Hübschstadt? Mua, ja. Irgendwann spring ich von dem Gebäude runter mit Fallerschirmen. Ja. Ohne Hose. Du musst einfach nur einen großen Regenschirm nehmen. Oder sonst, ja. Das funktioniert nicht. Wie? Aber irgendwer von uns steht da vorne, ne? Ich hab das bei Harry Poppins gesehen, hat das funktioniert. Das ist aber nur ein Film, Waldmeister. Ach so. Es ist der Mo, oder? In dem Film ist alles echt. Weiß nicht. Hallo? Mo. Hm? Ja, Mo. Du bist Mo. Ja. Mo Mitchell. Krieg mal einen Freestyle, Alter. Ich kann keinen Freestyle. Ich mach... Nein, 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 nein. Ach so. Lass gut sein, bitte. Waldmeister, bist du nur im Helden? Ja, ja. Da sind ganz viele Zwillen. Da vorne stehen zwei von uns. An der Straße. Ich geh da auch mal hin. Ich glaub, wir können runter. Ey, ihr könnt erst mal runter. Zur Not komm ich einer. Klett runter. Langsam, ich helf dir. Oh. Ich verhälte die Koppel. Oh, das ist Falter Morgana. Meinst du nicht, dass der uns zählt? Was? Kannst du bitte... Das ist... Mhm. Bitte folg's jetzt nicht, ne? Ich glaube, das war keiner. Kannst du zuerst runtergehen? Und dann hältst du meinen Fuß fest? Ja, lass mich zuerst. Äh, B-Snack, dankeschön für den Re-Sub im Zweiten. Du alten Streamer-Kollege, du. Oh, bist du auf der GVM-P-Pommes? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bruder, Ragemp, bitte. Wie soll ich hier runterkommen, Alter? Ja, das ist ein bisschen... Leider scheiße. Leg die Waffe weg. Bruder, wie sollst du... Ich hätte sagen, wenn nicht, dass du umgeknickt bist und die Leiter runtergefallen bist. Nee, ich konnte mich zum Glück nur festhalten. Nix passiert. Ah, gut. Findest du gut? Ja. Okay. Was für ein 5M-Server. Nix die Pommes, nix die Pommes, oder? Wie findest du eigentlich meinen Puli? Hast du den schon gesehen? Ja, du süß aus wie er von deiner Oma die Dings geklaut und sammelt. Ja. Wie ein Müllerperner. Ach, die Bande. Ja, ja. Sind die jetzt alle schlafen gegangen? Ja, sag den Jungs mal, falls du noch Sachen oder so dabei hast, die gerade anhalten sollen, die die wegschmeißen. Wenn du Sachen anhast, die du gerade bei dem Geiseln haben, halt so zu wegschmeißen. Ja, hab ich schon weggeschmissen. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefahren, ne? Den Leiter-Shit spiele ich jetzt nicht aus, weil das einfach fucking Rachel ist. Dass der nicht klippt. Längst du erstmal wieder auf, ja? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Mit dem Täter hast du telefoniert, äh, mit Bademeister. Mit Bademeister. Oha, woher kommt die jetzt lang? Panzer. Kannst du da hin gehen? Kannst du machen, ja. Bitte sei auf und an, bitte sei auf und an, bitte sei auf und an. Ich würde sagen, wir gehen da nicht hin. Boom, ich will den Panzer gucken. Ist da jemand drin? Weiß nicht. Mr. Polizei, Mann. Hallo? Darf ich mal draufklopfen? Wo draufklopfen? Auf das Auto. Hm. Wollen sie sich da irgendwie die Hand, äh, verstauchen oder so? Nein. Ist der Kugelsicher? Oh, ich glaub schon. Was passiert, wenn man einen Stein gegenwirft? Neul dagegen. Tut euch das weh? Ja, achso, okay. Ja, nur das E. Oh, boah, ich mich erschrocken. Oh, da kommen noch mehr. Gut passt. Perfekte Abschleppling. Oh, oh. Ich hab' noch nie einen Panzer gesehen. Jetzt haben wir einen gesehen. Darf ich Folde machen? Ist ja auch kein Panzer. Was ist das? Wie nennt man das Fahrzeug? Ein gepanzertes Fahrzeug, aber ein Panzer wäre ja... vollkommen geschütztes Fahrzeug. Das versteh' ich nicht. Kurz ex. Ja. Kurz. Okay, dann tschüss. Hallo. Wieder einmal die Taurus reinstecken. Was? Ich hab' die Cyberpunk-Dings nicht gerafft. Oder ich check' gar nichts mehr. Wir haben gleich 3 Uhr. Ich bin todesmüde. Was ist das? Mhm. Das ist unser Taurus, der grad abgeschleppt wurde, ne? Keine Ahnung. Ja doch, mit dem... Also das Jamal, Max und ich, sind damit abgehauen. Ja, dann... Wir haben den unten abgestellt. Okay. Wo haben die den abgestellt? Bei den 187ern. Ach, jetzt ob die da ein Fahrzeug abschleppen. Doch, Bruder. Das ist das Auto. Die haben den geortet. Wir haben den da abgestellt. Und dann hat John uns abgeholt. Ja. Na und? Ja. War da irgendwas drin? Mhm. Ich würd schlafen gehen. Ich auch. Ich bin müde. Mach das. Ich bleib mal. Du hast noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich hab noch ein bisschen was zu tun. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe, Bruder? Ich bleib auch wach. Ich bleib eh wach. Geh die PIN. Ich bleib nur, ich bleib wach. Ich bin auch wach. Ich bin wach. Ich lasse die Familie nicht auf dich. Nein, ihr sollt für morgen fit sein. Was ist Mogeln? Du weißt ganz genau, was morgen ist. Morgen ist Sonntag. Ich hab schon wieder vergessen. Zu viel Stress im Kopf. Ja. Was haben wir vorgemacht, bevor wir die... Ach, chill die, chill die, bang bang. Ja, ja. So. Genau, genau. Okay. Kann ich heute bei dir schlafen? Ich glaube, ich hab dir den Kühlschrank aufgelassen. Gute Nacht, Jungs. Wie wird's dir noch? Gute Nacht. Morgen geht's direkt weiter. Ich bin so tot, Alter. Endlich schicke ich euch in den wohlverdienten Schlaf. Ja, das ist das erste Mal, dass ich nicht in den Klass muss. Ruhe. Na, ihr pinnt nicht die ganze Zeit, ihr seid ziemlich aktiv sogar. Es ist echt nur das Gefühl, dass hier überhaupt jemand reinschreibt. Hm. Ach, der Jute Walle ist im Gefängnis. Und ich sehe, der Janna-Camp wird gerade auch verhaftet. Ach, ich schicke euch, für die Leute, die noch gucken wollen, blablabli, blablabli. Ich schicke euch gleich zu Dexos, wir reden den, okay? Dexos ist ein ganz guter. Gerd, danke schön für den Re-Sub im 8. mit Stufe 3 sogar. Das verdient nochmal richtig Love in den Chat, ehrlich. Ich brauche gar nicht fragen, ob es euch gefallen hat, weil heute war insane. Nach der Pleite vorgestern war heute insane, Alter. Vielen lieben Dank für alles, für den ganzen Support, für die 358 Millionen Subs und Liebe und... Ne, wir sehen uns später. Entweder halb 8 oder 8, ich schreibe vorher nur mal auf Twitter. Aber ich komme, keine Sorge. Gute Nacht. Insane, Digga. Gute Nacht, tschuhus. Hukulu, hukulu. Mehr mehr Dank für den We-Sub, Brudi. Geil. Tschuhus. Great. Und dann, die Jute Dexos. Und seid lieb zum Dexos. Mehr, 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 mehr. Kommt schon mehr? Sagt er wenigstens noch, äh, hallo und, äh, kussi, kussi oder so. Den spammen wir jetzt weg, ja. Da müsst ihr jetzt mal richtig liebes-Brain, bitte. Dankeschön. Oh, sie meinst neun, komm, sie meinst neun. Nein, nicht runtergehen. Vier Stück noch. Komm. Ein noch, ein noch, ein noch und dann geht's ab. Nein. Komm schon. Ja. Ja. Vielen Dank.